Denn die Wälder vergessen nicht. Von L.E. K. Rode Scheiße verdammt, wann sind wir denn endlich da? Ja, flucht Leon laut, nachdem er zum wiederholten Male fast über eine der Baumwurzeln gestolpert wäre, die sich wie dicke Nattern über dem Boden schlängeln. Pass doch ein bisschen besser auf, du Trampel. Das Equipment in deinem Rucksack war sündhaft teuer. Hier, dir, da geht etwas kaputt, ermahnte Sarah ihn scharf, während sie leicht füßig an ihn vorbeihuscht. Ah, schon klar, dass du mit deinem kleinen Mini-Rucksack die Klappe so weit aufreißen kannst. Wir können gerne tauschen. Dann will ich mal sehen, ob du immer noch so bei Hände über die Gegend tänzelst, schimpft Leon. Sein Gesicht verzieht sich dabei zu einer beleidigten Mine. Sarah bleibt stehen, damit ihr schwer keuchender Freund zu ihr aufschließen kann. Frech streckt sie ihm ihre Zunge entgegen, auf der der weiße Stein eines Piercings in der Sonne funkelt. Hättest du in den letzten Wochen mal ein paar Tiefkühlpizzen weniger verdrückt, dann würdest du jetzt nicht so schnauben wie so ein alter Ackergaul. Stell dich nicht so an. Bist du ein Mann oder eine Memme? schert sie und tätschelt dabei Leons Wohlstandsbäuchlein. Würdet ihr zwei bitte damit aufhören, euch wie Kinder zu benehmen? Er stickt Finn den auflodernden Streit seiner beiden Begleiter im Keim. Ich denke, dass hier ist ein guter Platz für die erste Nacht. Wir richten hier unser Lager ein. Sobald die Sonne morgen aufgeht, marschieren wir weiter. Dann sollten wir unser Ziel bis zum späten Nachmittag erreicht haben. Er stemmt die Arme in die Hüften und sieht mit einem breiten Grinsen zu Sarah und Leon, die sich immer noch kampflustige Blicke zu werfen. Mit voller Kraft strahlt die Sonne vom wolkenlosen azurblauen Himmel. Der heiße Sommer muss allmählich dem herannahenden Herbst weichen. In den Baumkronen beginnen bereits die ersten Blätter damit, sich bunt zu verfärben. Das dunkle Grün der Blätterdächer ist gesprengelt mit roten, gelben und orangenen Farbtupfern. In der Luft liegt der für Wälder typische Geruch von Moos und Erde. Im Schatten der Bäume schlagen die drei Freunde ihre Zelte auf. Bei jedem ihrer Schritte raschelt totes Laub unter ihren Füßen, zerbrechen trockene Äste und Zweige. Über ihren Köpfen zwitschern die Vögel lautstark eine fröhliche Melodie. Am besten teilen wir die restliche Arbeit auf. Einer geht Feuerholz holen, einer bereitet das Abendessen zu und einer stellt die Kameras auf. Schlägt Finn vor, nachdem die Zelte aufgebaut und die Gepäckstücke verstaut sind. Ich würde vorschlagen, dass Sarah für uns kocht, erwidert Leon mit einem suffisanten Lächeln auf den Lippen. Entschuldige bitte, nur weil ich eine Frau bin oder was? Wir diskriminieren von dir, schmolt Sarah mit verschränkten Armen, woraufhin Leons Grinsen nur noch breiter wird. Du kannst doch gerne alleine in den dunklen Wald hineingehen und nach Feuerholz suchen. Wer weiß, was im Dickicht des Pestwaldes auf dich lauert, antwortet er mit einer unheilvoll tiefen Stimme. Mit verschränkten Armen wirft Sarah einen skeptischen Blick durch die Baumstimme hindurch, bevor sie energisch den Kopf schütt. Ist ja schon gut, ich mach das Essen. Dann gehst du aber eben das Feuerholz holen. Finn kennt sich am besten mit der Technik aus und außerdem ist es sein Videoprojekt. Er sollte die Kameras aufstellen. Lenkt sie nach einigen Sekunden ein. Wieso hat dieser Wald eigentlich so einen schrecklichen Namen? Erkundigt sie sich bei Finn, der bis zu den Hüften in einem der Zelte hängt und nach den Kamerastativen kramt. Das liegt an den Wucherungen, die ja häufig auf dem Holz der Bäume zu finden sind. Mit ihrer dunklen Farbe erinnern sie an die schwarzen Pestbollen. Daher der Name Pestwald, erklärt er. Sarahs Augen wandern bei seinen Worten über die dürren, zum Teil grotesk verdrehten Baumstämme, deren Holz einen ungewöhnlich hellen, fast schon bleichen Farbton hat. Auf vielen von ihnen erkennt sie bei genauerer Betrachtung tatsächlich dunkle Verwachsungen, die wie die Geschwüre einer Krankheit wirken. Ein unheimlicher Anblick, selbst bei hellem Sonnenschein. Drei Stunden später Die untergehende Abendsonne hat den Himmel bereits in einem blutigen Rot eingefärbt. Die Schatten werden immer länger, während die Temperaturen unaufhaltsam nach unten sinken. Leise prasselt das Lagerfeuer, auf dem der Inhalt eines gusseisernen Topfes vor sich hinköchelt. So, die Kameras sind alle aufgestellt, sagt Leon zufrieden. Mit einem erschöpften Stöhnen lässt er sich neben Sarah auf einem umgekippten Baumstamm nieder. Mit konzentrierter Miene rührt sie in der etwas unappetitlich aussehenden, dickflüssigen Masse herum, die sich im Inneren des Topfes befindet. Was ist das denn für ein ekel Zeug? Willst du uns vergiften? brummt Leon angewidert, als er auf das Essen hinabsieht. Achtlos lässt er die Holzstücke, die er im Wald gesammelt hat, aus seinen Armen zu Boden fallen. Seine unverschämte Aussage wird von Sarah mit einem finsterem Blick quittiert, der selbst die Hölle in eine Eiswüste verwandeln könnte. Das ist Rindereintopf aus der Dose. Ich hoffe, dein empfindlicher Gourmet-Gaumen verträgt diese einfache Kost, spottet sie. Ihr seid unmöglich, ihr beiden. Wenn ihr so weitermacht, dann frage ich das nächste Mal jemand anderen um Hilfe, geht Finn mit erhobener Augenbraue dazwischen. Seine Drohung ringt dem beiden nur ein müdes Lächeln ab. Leere Worte. Du wirst uns sowieso wieder fragen. Der Grießkram ist, auch wenn es mir schwerfällt, das zuzugeben, der beste Cutter, den du finden kannst. Und ich bin der Schlüssel, den du brauchst, um kostenlos an dieses fantastische Aufnahme-Equipment zu kommen. Ohne uns kein Video. Und ohne Video keine Klicks. Und außerdem sind wir deine Freunde. Du liebst uns. Leugnen zwecklos. Mit jedem von Sarahs Worten nickt Leon zu, stimmend mit dem Kopf, während Finn die beiden Stirn runzelnd ansieht. Quatsch mal lieber nicht so viel, Sarah. Mir hängt der Magen schon in den Kniekehlen. Wenn du noch länger brauchst, dann verhungere ich noch. Jammert Leon und fasst sich mit beiden Händen theatralisch an den Bauch. Du hast doch immer Hunger. Außerdem ist das Essen schon fertig, du Jammerlappen. Bring mir die Schüsseln aus meinem Zelt, dann können wir essen. Bevor du uns noch vom Fleisch fällst, kichert Sarah und schwingt dabei den erhobenen Kochlöffel. Der Eintopf ist zwar nicht sonderlich schmackhaft, füllt aber die Bäuche der drei Freunde und wärmt ihre Körper von innen. Die Sonne ist bereits hinter dem Horizont verschwunden und die Nacht hat ihren Mantel über dem Wald ausgebreitet. Am dunklen Himmel hat der sichelförmige Mond seinen Platz eingenommen und ein Meer aus Sternen glitzert wie Diamanten auf schwarzem Samt. Zeig noch mal das Video, schmatzt Leon mit halboffenem Mund und zeigt mit seinem Löffel in Finn's Richtung. Etwas von der dunkelbraunen Soße tropft dabei auf sein Shirt, dessen ungewöhnlich heller Blauton im Schein der Flammen erstrahlt. Man spricht nicht mit vollem Mund, hat dir das deine Mama nicht beigebracht? Tadelt Sarah ihn und pustet dabei vorsichtig den Dampf aus ihrer Schüssel. Finn kramt den Laptop aus seinem Rucksack und dreht ihn auf seinem Schoß, so dass seine Freunde einen Blick auf den Bildschirm werfen können. Seltsame Szenen flimmern in einem gespenstischen Grün über das Display. Zu sehen ist die Szenerie eines nächtlichen Waldes. Dürre Bäume, die wie Geister von einem weißen Schimmer umgeben sind. Bei der schlechten Qualität der Aufnahmen wirken sie wie Schreckgestalten, die sich aus der Dunkelheit schälen. Das Rascheln von Laub- und Atemgeräusche sind zu hören. Ein kleines Häuschen erscheint im Fokus der Kamera. Heruntergekommen, scheinbar verlassen. Plötzlich kann man das Weinen eines Babys vernehmen. Es ist zwar kurz, aber deutlich hörbar. Dann folgen Aufnahmen aus dem Inneren des Hauses. Alte Tapete blättert wie lose Hautlappen von den schimmligen Wänden. Das Licht der Kamera reflektiert sich für einen kurzen Moment auf der zersprungenen Oberfläche eines Spiegels. Man kann zwar die Hände des Kameramannes erkennen, doch sein Gesicht liegt im Schatten. Auf einmal sind Schritte und ein lautes Poltern zu hören. Die Linse wird nach oben gerissen, filmt direkt auf die Decke, von der leise etwas Dreck herunterrieselt. Ein kurzer Moment absoluter Stille. Dann ertönt ein ohrenbetäubender Schrei. Schrill und voller Zorn. Es scheint, als würde jemand mit polternden Schritten die Treppe hinunterlaufen, in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Die Kamera schwenkt um und das Video endet. Das letzte Bild ist verschwommen. Dennoch ist deutlich zu erkennen, dass hinter der Person, die filmt, jemand steht. Eine Frau, gekleidet in einem weißen Gewand, dessen Stoff vollkommen verdreckt ist und mit hüftlangen dunklen Haaren. Ach du Scheiße. Und du meinst wirklich, dass das echt sein könnte? flüstert Leon mit weit geöffneten Augen. Keine Ahnung, könnte natürlich auch eine gut gemachte Fälschung sein, erwidert Finn schulterzuckend, während er den Laptop zuklappt und wieder in seinem Rucksack verstaut. Woher hast du das nochmal? erkundigt sich Sarah. Hier scheint der Appetit vergangen zu sein, denn die Schüssel, die sie von sich schiebt, ist noch bis zur Hälfte gefüllt. Das Video wurde mir über Social Media zugeschickt. Als ich die Nachricht gesehen hatte, war das Konto bereits gelöscht. Ich habe keinen Hinweis auf den Absender, aber das hier ist genau das, was ich brauche, um meinen Kanal zu pushen. Unser Video wird einschlagen wie eine Bombe. Und du bist dir sicher, dass wir hier richtig sind? vergewissert sich Leon, während er sich über die übrig gebliebene Portion von Sarahs Eintopf hermacht. Ich kenne das Gebäude von anderen Videos und Dokumentationen über Lost Places. Das verlassene Haus im Pestwald ist berühmt berüchtigt. Wer dieses Haus ursprünglich gebaut und bewohnt hat, weiß niemand. Der Legende nach sollen verzweifelte Frauen nach der Geburt hier ihre ungewollten oder kranken Kinder abgelegt haben, damit die weiße Frau sie zu sich holt, erzählt Finn. Der warme Schein der flackernden Flammen wirft eigenartige Schatten auf sein Gesicht, was ihm schon fast dämonische Züge verleiht. Die weiße Frau? haucht Sarah. Unwohlsein schwingt in ihrer Stimme mit. Frösteln schlingt sie die Arme um sich selbst. Angeblich der ruhelose, rachsüchtige Geist einer Frau, die vor Jahrhunderten der Hexerei angeklagt und hier hingerichtet worden sein soll. Das verlassene Haus soll auf ihrem Grab errichtet worden sein. Angelockt von den klagenden Schreien der Kinder streift sie durch die Wälder. Und wenn die weiße Frau das Baby gefunden hat, nimmt sie es mit. Auf die andere Seite des Schleiers. Mit jeder Seele, die sie sich auf diesem Weg einverleibt, wird sie mächtiger und mächtiger. Bis sie es schließlich schafft, die Ketten des Todes zu sprengen und sich aus ihrem kalten Grab zu befreien. Ein lautes Knacken im Gehölz und der aufgeregte Schrei einer Eule lassen Sarah heftig zusammenzucken. Unter dem höhnischen Gelächter von Leon erhebt sie sich. Okay, das war's. Ich schlafe heute Nacht mit Sicherheit nicht allein in dem ollen Zelt. Finn, ich ziehe bei dir ein. Dein Zelt ist groß genug für zwei. Beschließt sie in einem Ton, der keine Widerworte zulässt. Irritiert beobachten die beiden jungen Männer ihre Freundin dabei, wie sie in Richtung der Zelte stapft und ohne Umschweife ihren Schlafsack in Fins Zelt verfrachtet. Jetzt kommt schon, das ist doch nur eine dumme erfundene Geschichte. Aber, glaube, nichts weiter, ruft Finn ihr zu. Keine zehn Pferde, bringe mich dazu, nach der Story alleine zu schlafen. Ihr zwei könnt ja noch sitzen bleiben und über die Dinge reden, über die Männer in eurem Alter halt reden. Ich bleibe im Zelt und ziehe mir an meinem Handy einen Kinderfilm rein, irgendetwas Fröhliches, hält sie zickig dagegen und zieht lautstark den Reißverschluss nach unten. Fünf Stunden später Ein helles, flackerndes Licht holt Sarah aus ihrem unruhigen Schlaf. Müde, blinzelnd öffnet sie ihre Lider. Der grelle Schein brennt unangenehm in ihren Augen. Es dauert einen Moment, bis sie die Orientierung wiederfindet. Neben ihr liegt Finn. Seine Brust senkt und hebt sich leicht unter seinen regelmäßigen Atemzügen. Ein leises Schnarchen ist zu hören. Als Sarah sich neben ihm bewegt, dreht er sich in ihre Richtung, legt den Arm um ihre Hüfte und nuschelt etwas Unverständliches. Was ist das für ein Licht? Leon, bist du das? Flüstert Sarah, während sie sich langsam aufrichtet. Für einen kurzen Moment hat sie den Verdacht, dass Leon mit seiner Taschenlampe in ihr Zelt leuchtet. Doch das unangenehm bläuliche Licht kommt von dem Laptop, der aufgeklappt am Boden zum Zelteingang steht. Zum Teufel nochmal, raunt Sarah irritiert. Sie hebt vorsichtig Fins Arm von ihrem Körper und schält sich aus ihrem Schlafsack. Auf allen Vieren krabbelt sie zu dem Computer, auf dessen Bildschirm sich die Vorgänge des schrecklichen Videos wiederholen, das sie sich gemeinsam am Lagerfeuer angesehen hatten. Mit zusammengekniffenen Augen betrachtet sie die Szenen, die sich vor ihrer Nase abspielen. Wie vorher filmt jemand die Bäume. Wie zuvor ertönt das schauerliche Geschrei eines Babys. Doch etwas ist anders. Zwischen den Baumstämmen steht jemand. Du warst doch vorher nicht da, sagt Sarah leise zu sich selbst. Sie betätigt den Pausenknopf und das Bild friert ein. Sie beugt sich ein Stück weiter nach vorne, so dass ihre Nasenspitze jetzt fast die glatte Oberfläche des Bildschirms berührt. Leon? Fassungslos starrt sie auf die schemenhafte Gestalt, die sie in Körperhaltung und Statur an ihren Freund erinnert. Auch die wildgelockten Haare tragen denselben hellen Farbton. Erst jetzt bemerkt Sarah, dass das Weinen nicht verstummt ist. Verängstigt klappt sie den Laptop zu, lauscht angestrengt in die Dunkelheit. Das Schluchzen und Jammern will einfach nicht verstummen. Im Gegenteil, es wird immer lauter. Als würde die Quelle des Lärms auf sie zukommen. Ruckartig zieht Sarah sich zurück. Finn, Finn, wach auf! Hörst du das nicht? flüstert sie. Die Panik in ihrer Stimme schwillt immer weiter an, während sie versucht, Finn zu wecken, indem sie unsanft an seiner Schulter rüttelt. Plötzlich knackt und raschelt es direkt neben ihr. Schlurfende Schritte sind zu hören, die neben der Zeltwand zum Stehen kommen. Atemlos verharrt Sarah mitten in der Bewegung. Sie starrt auf den dünnen Polyesterstoff, als könnte sie durch ihn hindurchsehen und erkennen, was sich dahinter befindet. In dem Moment, in dem eine sanfte Frauenstimme ein ihr unbekanntes Wiegenlied anstimmt, setzt Sarah wildpochendes Herz einen Schlag aus. Das Weinen und Wimmern ebbt ab, bis es schließlich ganz verstummt. Erst ist nur ein melancholisches Summen zu vernehmen, doch aus der Melodie schielen sich allmählich deutliche Worte heraus. Mit jeder Strophe verändert sich die glockenhelle Stimme, als würde jemand durch einen Verzerrer sprechen. Was zu Beginn ein angenehmer Sopran war, verwandelt sich in ein dämonisch klingendes Kratzen, so tief und bösartig, als würde es nicht von dieser Welt, sondern aus den Untiefen der Hölle stammen. Schlaf, Kindlein mein, schlaf friedvoll, du nun ein. Niemand gibt mehr auf dich Acht, da der Tag nun wird zur Nacht. Schlaf, Kindlein mein, Schlaf, Kindlein mein, Mutter, wollt' ich nimmer mehr, gab lächelnd deine Seele her, schlaf friedvoll, du nun ein. Mit Haut und Haar bist du nun mein, wirst für immer nun verloren sein. Ich werd' dich fressen, damit du in mir bist, solang schmatzend bist, nichts mehr übrig ist. Schlaf, Kindlein mein. Ein Übelkeit erregendes, lautes Knacken ertönt, als würde jemand trockene Äste auseinanderbrechen. Dann herrscht plötzlich Totenstille. Einige Sekunden lang bleibt Sarah völlig regungslos sitzen und hört in die Nacht hinein. Außer den Geräuschen des Waldes kann sie nichts wahrnehmen. Sie erlaubt sich einen vorsichtigen Atemzug und blickt hinunter zu Finn. Sein Gesicht ist kreidebleich. Mit weit aufgerissenen Augen starrt er sie an, den Zeigefinger auf die Lippen gelegt. So geräuschlos wie nur irgend möglich erhebt er sich von seiner Schlafstätte. Als Sarah den Mund öffnet, um etwas zu sagen, schnellt seine Hand nach vorne und drückt sich auf ihre Lippen. Kopfschüttelnd deutet er an, dass sie still bleiben soll. Sie nickt zum Zeichen, dass sie verstanden hat, und Finn lässt langsam seinen Arm sinken. Vorsichtig schiebt er sich zum Zelteingang. Nur mit den Fingerspitzen zieht er den Reißverschluss hoch und riskiert einen Blick durch den so entstandenen Schlitz. Er sieht sich mehrmals um, bevor er den Kopf wieder einzieht und das Zelt verschließt. Da ist niemand, alles ruhig, versucht er Sarah zu beruhigen, die ängstlich zitternd da sitzt. Ihre Lippen sind zu einem schmalen Strich zusammengepresst und ihre Haut ist aschfahl. Was ist mit Leon, haucht sie. Bei ihm sieht alles gut aus. Soll ich dir mal was sagen? Ich wette mit dir, dass er hinter dem ganzen Spuk steckt. Das hat der Penner sicherlich von langer Hand geplant. Der wird morgens ein blaues Wunder erleben. Erwidert Finn zornig. Du willst nicht nach ihm sehen? Dann hakt Sarah nach, woraufhin er energisch den Kopf schüttelt. Und ihm die Genugtuung geben, dass er mit der Kamera auf unsere ängstlichen Gesichter zeigen kann? Pff, vergiss es. Das regeln wir morgen früh. Aber sieh doch mal das Video. Diese Szene war vorher noch nicht da drin. Und woher kam der Gesang? Unterbricht Sarah ihn. Sie angelt nach dem Laptop und zieht ihn auf ihren Schoß. Als sie ihn aufklappt, erscheint das eingefrorene Bild der schemenhaften Gestalt, die sie als Leon identifiziert hat. Pff, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Der hat sich mit Sicherheit heimlich eine Kopie des Videos gezogen und sie entsprechend bearbeitet. Den Gesang hat er aufgenommen und irgendwie abgespielt. Der kennt doch Mittel und Wege für solche Effekte, schlussfolgert Finn. Mit einem genervten Schnauben legt er sich rücklinks auf seine Schlafmatte, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Finster blickt er zur Zeltdecke hinauf. Unschlüssig kaut Sarah auf ihrer Unterlippe herum. So ganz scheint sie den Erklärungen ihres Freundes nicht glauben zu wollen. Traut sie Leon so viel Einfallsreichtum und Planungsgeschick doch gar nicht zu. Bleib da doch nicht wie angewurzelt sitzen. Du solltest dich wieder schlafen legen. Wir haben morgen einen langen Fußmarsch vor uns, fordert Finn sie auf und tätschelt mit der Hand den verwaisten Platz neben sich. Wir können auch kuscheln, wenn dir das beim Einschlafen hilft. Sein süffisantes Grinsen quittiert Sarah mit einem genervten Augenrollen. Langsam schiebt sie sich auf ihrem Platz zurück und vergräbt sich unter dem mitgebrachten Decken. Die Wärme, die Finst Körper neben ihr ausstrahlt, besänftigt ihr klopfendes Herz. Das Geräusch seiner gleichmäßigen Atemzüge beruhigt ihren Verstand, bis sie wieder in einem traumlosen Schlaf versinkt. Der nächste Morgen Sarah? Kannst du mich hören? Er ist weg! Ich kann ihn nicht finden! Dumm fallen die Worte durch die Dunkelheit ihres Bewusstseins. Es dauert einige Momente, bis sie sich aus dem Nebel gekämpft hat, der ihren Geist umgibt. Vorsichtig öffnet sie ihre verquollenen Augen. Eine winzige Träne löst sich aus ihrem Augenwinkel, als sie angestrengt gegen die Helligkeit des Morgens anblinzelt. Wer ist weg? murmelt sie in ihre Decke hinein. Leon, natürlich! Wer denn sonst? Los, jetzt steh auf! Vielleicht ist letzte Nacht mehr geschehen, als ich im ersten Moment vermutet habe. Als sie die Tragweite von Finst Worten begreift, ist sie schlagartig hellwach. Was? zischt sie scharf. Der Schlaf steht ihr noch ins Gesicht geschrieben. Ihre Haare stehen wild in alle Himmelsrichtungen ab und erinnern mit dem hellen Braunton an ein Vogelnest. Über ihre rechte Wange ziehen sich die hellroten Abdrücke der Kissenfallen. Ohne weitere Erklärung verschwindet Finst Kopf wieder aus dem Zelteingang. Mit einer Hand wischt Sarah sich über den Mundwinkel. Ein pelziges Gefühl liegt auf ihrer Zunge und ihr Mund fühlt sich staubtrocken an. Sogar das Schlucken schmerzt. Sie räuspert sich lautstark, bevor sie aus dem Zelt herauskrabbelt. Jetzt für mich bitte noch einmal zum Mitschreiben. Was ist hier los? ruft Sarah Finst zu, der an dem ausgetretenen Lagerfeuer des gestrigen Abends Platz genommen hat. Auf seinen Schoß hat er den Laptop platziert, an dem er aufgeregt herumnestelt. Während Sarah langsam in seine Richtung trottet, streckt sie sich ausgiebig. Ihr Körper schmerzt und die Knochen knacken beleidigt unter ihren Bewegungen. Als ich wach geworden bin, wollte ich sofort zu Leon und ihn wegen seines dummen Streits zur Rede stellen. Aber das Zelt ist leer, seine Sachen sind noch da, aber er ist verschwunden. Ich bin schon rumgelaufen und habe ihn gesucht. Hätte ja sein können, dass er irgendwo für kleine Jungs ist oder sich heimlich einen reinziehen will. Aber ich konnte ihn nicht finden. Auf meine Rufe hat er auch nicht reagiert. Erklärt Fin, während er auf der Tastatur herumtippt. Und was genau machst du da? Hakt Sarah nach, bemüht darum, sich die aufkommende Unruhe nicht anmerken zu lassen und so entspannt wie möglich zu klingen. Eine der Kameras lag auf dem Boden. Vielleicht ist Leon im Dunklen daran vorbeigelaufen und hat sie versehentlich umgestoßen. Ich hoffe einfach, dass da irgendetwas drauf ist, was uns weiterhilft. Gespannt starren die beiden auf den Bildschirm, über den die grünlich schimmernden Aufnahmen der letzten Nacht flimmern. Zunächst ist auf den Aufnahmen außer einem friedlich daliegenden Wald nicht viel zu erkennen. Hier und da flattert ein Nachtschwärmer durch das Bild oder ein Fuchs huscht vorbei. Doch plötzlich geht ein Ruck durch die Kamera. Raschelnd fällt sie auf den mit Laub bedeckten Boden. Sarah entfernt ein spitzer Schrei, als zwei nackte, dreckverkrustete Füße auf der Bildfläche erscheinen. Erschrocken schlägt sie sich die Hände vor den Mund, während Finn entgeistert auf den Computer stiert. Die Knöchel der fremden Person werden umspielt von dem hellen, zerrissenen Saum ihres Kleiders. Im Takt einer Musik, die wohl nur die Unbekannte alleine hören kann, beginnen die Füße über die Erde zu tänzeln. Fröhlich hüpfen sie auf und ab, drehen sich im Kreis, bevor sie wieder in einen sanften Wiegeschritt verfallen. Was ist das denn für ein... Fins Worte bleiben ihm im Hals stecken, als ein weiteres Paar Füße erscheint. Im Gegensatz zu denen der Frau sind diese in klobige, moderne Turnschuhe gehüllt. Das ist Leon, die Quadratlatschen erkenn ich sofort, stellt Sarah aufgeregt fest und tippt dabei mit dem Finger auf die Bildschirmoberfläche. Was macht er denn jetzt? Auf einmal kommt Bewegung in die Füße, die sich für einen Moment regungslos mit den Zehenspitzen vorangegenüberstanden. Erst verschwinden die nackten Füße der Frau aus dem Bild, anschließend folgen Leons Turnschuhe. Eine eigenartige Störung flackert über dem Bildschirm, dann plötzlich ist das Bild schwarz. Kann man auf den anderen Kameras mehr erkennen? Erkundigt sich Sarah den Zeigefinger nach, denklich an ihre Lippen gelegt. Hoffnungsvoll durchforstet Finn die anderen Speicherkarten, nur um festzustellen, dass sich die Geräte in der Nacht von alleine ausgeschaltet haben müssen. Auf fast allen Videos herrscht nichts als Schmerzer. Lediglich auf einer einzigen weiteren Aufnahme ist Leon zu erkennen. Sie zeigt ihn von hinten, wie er in der Finsternis des Waldes verschwindet. Als er vollständig in die Dunkelheit hineintaucht, die zwischen den Baumstämmen herrscht, ist ein leises Kichern zu hören. Fuck, flucht Finn. Seine Hände umklammern den Laptop so fest, dass die Knöchel weiß hervortreten. Sarah läuft hinter ihm nervös auf und ab. Pass auf, zwei Möglichkeiten. Entweder du hattest die ganze Zeit über Recht und Leon verarscht uns mit einem groß angelegten Schwindel. Zuzutrauen wäre es dem Idioten auf jeden Fall. Oder dieser scheiß Ort ist tatsächlich verflucht und das, was wir da gesehen haben, ist ein wahrgewordener Albtraum, fasst sie nach einigen Minuten zusammen. Glaubst du jetzt an Geister oder was? wirft ihr Finn daraufhin gereizt an den Kopf. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Die Stirn voller Zorn in Falten gelegt, betrachtet Sarah ihren Freund schweigend. Ihre Brust hebt und senkt sich unter den tiefen Atemzügen, mit denen sie Angst und Wut zu unterdrücken versucht. Es knirscht leiser, als Finn sich erhebt. In einer beschwichtigenden Geste hebt er die Hände nach oben und lächelt schief, während er in einem ruhigen Ton zu sprechen beginnt. Okay, okay, jetzt beruhigen wir uns erstmal. Ich bin immer noch der Meinung, dass Leon uns verarscht und scheinbar hat er auch irgendeinen Dummen gefunden, der ihm dabei hilft. Ich schlage vor, wir nehmen uns eines der Zelte mit und machen uns auf den Weg zum Haus. Vielleicht wartet er dort oder hat diesen Ort für sein dämliches Finale auserkoren. Wir lassen etwas zu essen und zu trinken für ihn hier, falls er doch noch zurückkommen sollte. Nach einiger Diskussion stimmt Sarah wieder willig dem Plan zu. Sie stapft auf eines der Zelte zu, mit dem Abbau zu beginnen. Plötzlich verharrt sie mitten in der Bewegung. Wie angewurzelt steht sie da, stocksteif, den Blick starr nach vorne gerichtet. Finn? Wie sie seinen Namen ausspricht, lässt ihm die Nackenhaare zu Berge stehen. Ihre Stimmlage ist deutlich anzuhören, dass sie etwas entdeckt hat, das sie Angst macht. Sofort sprintet Finn zu ihr. Was ist? fragt er atemlos. Stumm streckt sie einen Finger aus und deutet auf das Zelt vor ihnen. Fins Augen folgen ihrer Geste. Erst jetzt bemerkt er die dunklen Handabdrücke, die sich in unregelmäßigen Abständen über die Plane verteilen. Als hätte ein Kind mit Farbe gespielt und die verschwirrten Hände an dem Stoff abgewischt. Nur, dass das nicht nach Farbe aussieht. Ist das Blut? haucht Sarah, während sie Finn folgendes Zelt umrundet. Keine Ahnung, könnte auch was anderes sein, Dreck oder sowas. Vorsichtig kratzt Finn mit dem Fingernagel über einen der Abdrucke. Sarah hält zum Vergleich ihre Hand daneben. Die abgebildeten Finger sind zwar so schmal wie ihre, aber um mindestens fünf Zentimeter länger. Ruckartig zieht sie ihren Arm zurück und wirft Finn einen ängstlichen Blick zu. Lass uns schnell von ihr verschwinden. Drei Stunden später Der Nebel, der wie ein Schleier über allem liegt, wird immer dichter, je tiefer die beiden in den Wald hineinwandern. Wie dickes Gewürm kriechen die rauchigen Schwaden über den Boden. Bei jedem Schritt müssen Sarah und Finn darauf achten, nicht über eine der knorrigen Wurzeln zu stolpern, die tückisch aus der feuchten Erde ragen. Es herrscht eine unangenehme Kälte, die sich erbarmungslos durch jede Kleiderlage frisst. Kein Geräusch ist zu hören. Weder das Rascheln kleiner Tiere im Laub noch der Gesang der Vögel. Da ist nichts außer einer gespenstischen Stille. Sarahs Augen wandern über die schemenhaften Gestalten der Bäume, bis etwas ihre Aufmerksamkeit erregt. Was machst du denn? meckert Finn leise, als er bemerkt, dass seine Freundin ihm nicht mehr folgt. Ohne ihm zu antworten verlässt sie den Weg. Kopfschüttelnd folgt er ihr durch das Dickicht hindurch, bis sie stehen bleibt. Vor ihnen steht ein seltsam verdrehter Baum, um den herum in einem fast perfekten Kreis winzige weiße Pilze wachsen. Auf dem Wurzelgeflecht des Baumes steht, umrahmt von blutroten Blumen und Beeren, eine hölzerne Schale. Vorsichtig setzt Sarah einen Fuß in den Pilzkreis. Bist du bescheuert? Was wird das denn? flüstert Finn, als hätte er Angst, jemand könnte sie erwischen. Ich will wissen, was da drin ist, zischt Sarah und huscht auf zehn Spitzen zu dem Gefäß. Neugierig wirft sie einen Blick hinein. Enttäuscht zieht sie die Augenbrauen zusammen. Außer ein paar Hühnerknochen fauligem Obst und einer verschimmelten Brotscheibe befindet sich nichts weiter darin. Sie sieht nach vorne direkt auf die helle Baumrinde, an der eine dunkle Flüssigkeit herabtropft. Mit der Fingerspitze nimmt sie etwas davon auf, verreibt es zwischen den Kuppen. Rot und kalt. Ach du Scheiße, presst Finn angewidert zwischen seinem bleichen Lippen hervor, als die beiden fast gleichzeitig nach oben in die Baumkrone sehen. Von den Ästen hängen die Kadaver unterschiedlichster Tiere. Katzen, Vögel, Hasen, Füchse, die Körper teilweise oder bereits ganz von den verschiedenen Stadien der Verwesung zerfressen. Nicht imstande, den Blick von dieser grauenhaften Szenerie abzuwenden, geht Sarah einige unvorsichtige Schritte rückwärts. Als sie mit ihrem Schuh direkt auf den Pilzkreis tritt und so die unnatürlich perfekte Linie unterbricht, ist es, als würde ein Ruck durch den Wald gehen. Ein Schrei ertönt in weiter Ferne, schrill und grauenerregend. Äste zerbrechen unter schwerem Gewicht, schmächtige Bäume werden entwurzelt. Es ist, als würde ein gewaltiger Sturm wüten. Das bedrohte Knarzen, Knacken und Ächzen nähert sich ihnen unaufhaltsam, schwillt in einer Lautstärke an, bis es unangenehm in ihren Ohren dröhnt. Lauf! schreit Finn über den Geräuschpegel hinweg und greift nach Sarahs Hand. So schnell es ihnen möglich ist, sprinten sie zurück in die Richtung, aus der sie gekommen sind. Ohne sich auch nur einmal umzudrehen, rennen sie weiter. Steine bohren sich in ihre Schuhsohlen, Wurzeln wollen sie zu Fall bringen und spitze Äste schneiden in ihre Haut. Doch die beiden bahnen sich unaufhaltsam ihren Weg weiter nach vorne. Ihre Lungen drohen zu kollabieren, Haarsträhnen kleben auf schweißnasser Stirn und geröteten Wangen. Da vorne ist es, keucht Sarah atemlos. Aus dem Nebel ragt die Spitze eines Daches. Je näher sie kommen, desto deutlicher schellern sich die Umrisse eines Hauses aus dem milchigen Dunst. Als ihre Füße den Boden der winzigen Lichtung betreten, auf der das Gebäude steht, herrscht mit einem Schlag wieder Stille. Die angsteinflüssenden Geräusche sind verstummt. Es scheint so, als hätte die Natur, oder was auch immer sie da gejagt hat, sich wieder beruhigt. Was um Himmels Willen war das? schnauft Finn angestrengt, die Arme auf die Knie gestützt. Der Stoff des Shirts klebt an seinem schweißgebadeten Oberkörper. Sarahs Beine zittern so sehr, dass sie nicht mehr imstande sind, ihr Gewicht zu halten. Erschöpft sinkt sie auf die Knie. Die Feuchtigkeit des Grases durchdringt binnen Sekunden den festen Stoff ihrer Jeans. Ich habe keine Ahnung, antwortet sie kopfschülend. Angestrengt blinzelt sie mehrmals, um das unangenehme Brennen aus ihren Augen zu vertreiben. Lass uns reingehen, schlägt Finn vor, nachdem er neue Kraft geschöpft hat. Er streckt Sarah seine Hand entgegen, doch sie macht keine Anstalten, seine helfende Geste anzunehmen. Stattdessen studiert sie nach, denkt ich das Bauwerk vor ihnen. Auf einmal kommt Bewegung in ihren Körper. Sie reißt sich den Rucksack von ihrem Rücken und kramt in den Taschen herum. Was suchst du denn? Auf Fins irritierte Frage hin, hält sie ihm das Handy unter die Nase, das sie soeben aus dem Inneren ihres Gepäckstücks gewühlt hat. Sie wischt mit ihrem Finger über den Display, der daraufhin hell aufleuchtet. Das kann nicht sein, flüstert sie ungläubig und legt dabei den Kopf in den Nacken, um hinauf in den Himmel sehen zu können. Laut meiner Uhr ist es 23 Uhr. Es ist Tag hell. Nie und nimmer sind wir so lange unterwegs gewesen. Erklärt sie mit verzweifelter Miene. Noch bevor Finn etwas erwidern kann, tippt sie auf ihrem Telefon herum. Nach wenigen Augenblicken öffnet sich das Video, das Finn über Social Media erhalten hatte und mit dem dieser Albtraum seinen Anfang nahm. Bevor wir losgegangen sind, habe ich es mir aufs Handy geladen, antwortet sie auf Fins unausgesprochene Frage. Sarah hält das Gerät in die Luft, so dass es auf gleicher Höhe mit dem Haus ist. Sie spult vor, stoppt dann wieder. Sieht ihr das an und sagt mir, dass ich nicht verrückt werde, bittet sie Finn leise, der daraufhin hinter sie tritt und ebenfalls einen Blick auf das im Handy gezeigte Standbild wirft. Ihm wird sofort klar, worauf seine Freundin hinaus will. Die Szenen in dem kurzen Film haben sich wieder verändert. Noch bis zum gestrigen Tag waren die Wände des Hauses weiß und unberührt, die Fenster intakt gewesen. Jetzt zieren eigenartige Zeichen und Symbole den hellen Putz. In die Rinde der Bäume, die die Lichtung säumen, sind ebenfalls seltsame Inschriften geritzt. Die Fenster sind eingeschlagen, das Glas vollständig zersplittert. Efeu rankt die Fassade entlang, dringt mit seinen feingliedrigen Ausläufern über die Fensterrahmen in das Innere des Gebäudes ein. Steine umrahmen in einem großen Kreis die Hütte, in deren Dach ein beachtliches Loch gerissen wurde. Aber das Gebäude, so wie es jetzt vor ihnen steht, zeigt nichts dergleichen. Die Fassade ist sauber, die Fenster und das Dach ohne Schäden und weit und breit finden sich keine mysteriösen Symbole. Lass uns reingehen und bete, dass Leon da drin ist, sagt Finn, während er sich an ihr vorbei in Richtung des Hauses drückt. Und wenn wir ihn nicht finden, dann verschwinden wir trotzdem von ihr, vervollständigt er Sarasatz. Die rostigen Angeln quietschen unheil verkündend, als sich langsam die Tür öffnet und den Blick in das Innere des Hauses freigibt. Es mieft modrig nach Schimmel und Feuchtigkeit. Leon! Finn lauscht angestrengt in die Stille hinein, in der Hoffnung, die Stimme seines Freundes wahrzunehmen. Doch seine Rufe verheilen ungehört. Er wagt sich schließlich weiter in das Haus hinein, lässt seine Augen umherwandern. Folgender Vorschlag. Ich nehme die Treppe und sehe oben nach und du siehst dich hier unten etwas um, ruft er über die Schulter hinweg Sarah zu, ohne sich dabei ihr zuzuwenden. Er macht Anstalten in Richtung des Stufens zu gehen, als er sich doch noch einmal verwundert darüber, dass sie nicht antwortet zu seiner Begleiterin umdreht. Ich fühle mich nicht so gut, flüstert sie schwer atmend, als sich ihre Blicke treffen. Ihre zitternden Hände hat sie fest in das Holz des Türrahmens gekrallt. Plötzlich wird auch Finn ganz elend zumute. Eine unfassbare Müdigkeit bricht wie eine Welle über ihn herein. Sein Blick ist verschwommen. Sarah nicht mehr als eine konturlose Erscheinung. Hinter ihr steht jemand. In einem langen, weißen Gewand. Diese Erkenntnis trifft Finn in dem Moment, in dem sein Körper auf dem kalten Boden aufschlägt. Dumpf pocht der Schmerz von innen gegen seine Schläfen. Jede Bewegung bestrafen seine Muskeln mit einem unangenehmen Ziehen. Leise stöhnend öffnet Finn seine Augen. Er kann nicht sagen, wie lange er bewusstlos war. Nur Minuten oder sogar Stunden? Was genau ist überhaupt passiert? Der Geschmack von Staub liegt auf seiner Zunge. Husten versuchte, das Kratzen in seiner Kehle zu lindern. Sarah? flüstert er, während er sich ächzend vom dreckigen Boden erhebt. Keine Antwort. Sein Blick wandert durch die Dunkelheit. Wieso ist es dunkel? Erst langsam erwacht sein Verstand, registriert die massiven Veränderungen in der Umgebung. Ein kalter Luftzug erfasst ihn und lässt seinen Körper erzittern. Langsam, fast wie in Zeitlupe, dreht sein Kopf sich in Richtung der Fenster. Sie sind zerbrochen. Scharfkantige Glassplitter liegen zerstreut auf dem Boden darunter. Die Bruchstücke knirschen leise unter Fins Fußsohlen, als er sich an die Fensteröffnungen stellt und einen Blick nach draußen wirft. Alles ist dunkel. Am schwarzen Himmel scheinen weder Mond noch Sterne. Es herrscht eine geräuschlose Dunkelheit. Keine raschelnden Blätter im Wind. Keine knackenden Äste. Keine Vogelrufe. Nur endlose Stille. Von Sarah fehlt jede Spur. Hastig kam Finn in seinem Rucksack nach einer der Kameras und schaltet sie an. Ihrem Lichtkegel folgend wandert er vorsichtig durch das verlassene Haus. Sarah? Bist du da oben? ruft er die Treppe hinauf. Auf den Stufen liegt eine Zentimeter dicke Staubschicht, von Menschenhand unberührt. Lediglich die winzigen Pfotenabdrücke kleiner Tiere durchbrechen die graue Decke. Zaghaft setzt er einen Fuß auf den ersten Absatz, prüfend, ob das verwitterte Holz seinem Gewicht standhält. Es knirscht und ächzt verächtlich, scheint aber noch stabil genug zu sein. Eilig stapft er in den oberen Stock, nur um enttäuscht festzustellen, dass jede einzelne Tür hier oben fest verschlossen ist. Auf dem Boden liegen zerbrochene Dachplannen. Mit der Kamera leuchtet er nach oben. Im Dach klafft ein großes Loch und gibt den Blick frei auf einen leblosen, pechschwarzen Himmel. Wo bist du nur? flüstert er zu sich selbst, während er die Stufen wieder hinuntertrottet. Plötzlich bemerkt er ein blasses, flackerndes Licht. Dort, wo er bis vor wenigen Minuten noch auf dem Boden lag, steht nun ein großer Tisch. Der helle Schein stammt von den brennenden Kerzen, deren schwarzes Wachs unaufhaltsam auf das dunkle Holz der Tischplatte tropft. Um eine große goldene Schale herum verteilt, stehen kleine Fiolen und Gläschen, die mit durchsichtigen Flüssigkeiten und verschiedenen farbigen Pulvern gefüllt sind. Zwischen Rabenfedern liegen auf einem roten Tuch mit seltsamen Symbolen Kräuterbündel, getrocknete Blüten und skelettierte Vogelschädel. Finster blickt ihn aus leeren Augenhöhlen der riesige Schädel eines Ziegenbocks an, dessen mächtige Hörner sich seltsam verdreht nach hinten biegen. Sarkav begleitet vom Knarren der alten Bodendielen, nähert sich Fin dem Altar und riskiert einen Blick in das Innere der Schüssel. Darin verteilt liegen mehrere Stoffbündel in verschiedenen Größen und Formen, jeweils zusammengebunden mit einem roten dünnen Faden. Einer der Stofffetzen hat einen ungewöhnlichen Blauton. Es erinnert ihn an das Shirt, das Leon trug, kurz bevor er verschwand. Mit den Fingerspitzen fischt er das Bündel aus der Schale und öffnet den Knoten. Übelkeit übermannt ihn, als sich der Inhalt des Päckchens vor ihm offenbart. Fassungslos starrt er auf den abgetrennten Finger, dessen blutiger Stumpf die Innenseite des Stoffes in einem tiefdunklen Rot eingefärbt hat. Es ist deutlich zu erkennen, dass das Körperteil nicht sauber mit einem scharfen Gegenstand abgetrennt, sondern seinem Besitzer förmlich von der Hand gerissen wurde. Als Finn zu würgen beginnt, fällt der Finger hinunter und rollt unter den Tisch. Angewidert schüttelt er seine Hand, sodass der Stofffetzen langsam auf den Boden gleitet. Einer düsteren Vorahnung folgend, greift Finn nach einem weiteren Bündel, diesmal aus schwarzem Stoff. Nein, 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 wimmert er, als könnte er so ungesehen machen, was nun zum Vorschein kommt. Es ist eine menschliche Zunge. Der unruhige Kerzenschein reflektiert sich glänzend in dem weißen Stein des Piercings, das aus dem Zähnfleisch des Muskels hervorblitzt. Was ist das für ein scheiß Albtraum? Zorn, Trauer, Verzweiflung. All diese Gefühle kämpfen in Fins Inneren um die Vorherrschaft. Wutentbrannt fegt er mit seinen Händen die Utensilien vom Tisch. Mit einem metallenen Klirren schlägt die Schale auf dem Holzboden auf. Die Gläser und Fiolen zerbersten in winzige Glasscherben und das Wachs der Kerzen spritzt wie schwarzes Blut auf die Dielen. Schwer atmend starrt Finn auf das Chaos hinunter. Über ihm ertönt plötzlich für wenige Sekunden ein Geräusch. Oder hat er sich das nur eingebildet? Seine Augen treffen auf die zerbrochene Oberfläche eines Spiegels, der schief an der gegenüberliegenden Wand hängt. Finn zieht sich selbst. Sein Gesicht liegt verborgen im Schatten, den das Licht der Kamera wirft. Nur seine Hände und sein Oberkörper sind zu sehen. Auf einmal ist ein Poltern zu hören, so laut und unerwartet, dass Finn vor lauter Schreck zusammenzuckt und fast die Kamera fallen lässt. Schritte sind zu hören. Jemand läuft, bewegt sich auf dem oberen Stockwerk. Dreck und Staub rieseln von der Decke, als Finn den Filmapparat nach oben reißt. Eine gespenstische Stille hält Einzug. Das Blut rauscht laut in seinen Ohren, während sein Herz so wild schlägt, dass es ihm aus der Brust zu springen droht. Dann ertönt er, der magerschütternde, schrille Schrei. So zornig, so bösartig, in einer unmenschlichen Geschwindigkeit rast jemand die Treppe hinunter. Die Stufen ächzen unter den Schritten, als würde das Holz jede Sekunde zerbrechen. Als Finn sich umdreht, fällt der Lichtstrahl auf die Person, die am Fuße der Treppe steht. Sarah? Seine Stimme ist nicht mehr als ein Flüstern, ein ängstliches Wispern, das durch die Dunkelheit wabert. Aufgeregt tanzen Staubkörner wild im Lichtgegel herum. Leise tropft das Blut aus Sarahs Mundwinkeln hinunter auf den Boden, durchtränkt die Dreckschicht und frisst sich in das Holz. Dann dreht sie ihren Kopf, glotzt ihn direkt an. Ihre schweren Atemzüge klingen wie das bedrohliche Knurren eines verletzten Tieres. Wahnsinn liegt in ihrem blutunterlaufenden Augen. Doch das allein ist es nicht, was Finn das Blut in den Adern befrieren und seinen Herzschlag für einen Moment aussetzen lässt. Es ist das, was er in der Kamera sieht. Auf dem kleinen Display ist nicht Sarah zu sehen. Es ist eine fremde Frau. In Dreck verkrusteten Strähnen hängt ihr das dunkle, lange Haar ins Gesicht. Das weiße Kleid, das wie ein Sack an ihrem dünnen Leib herunterhängt, ist fleckig und am Saum zerrissen. Das Einzige, was sie mit Sarah gemein hat, ist der irre Ausdruck in ihrem Gesicht. Das letzte, was Finn hört, bevor sie sich auf ihn stürzt, ist ein leises Summen, ganz nah an seinem Ohr. Und die Worte Schlaf, Kindlein mein. Schlaf, Kindlein mein. Denn das Böse hat viele Gesichter von Ali K. Rode Kapitel 1 Schweig für immer, mein Herz Mit finsterer Miene beobachtet er, wie die Mitarbeiter der Spurensicherung eingehüllt in weiße Plastikanzüge jeden Zentimeter der Wohnung auf den Kopf stellen. Ah, sieh an! Da ist ja der Herr Kommissar. Hast du ja ganz schön Zeit gelassen, ruft ihm sein Kollege in einem spöttischen Ton zu. Im Gegensatz zu dir stecke ich bis zum Hals in Arbeit. Außerdem war ich mitten in einer Etatbesprechung, als mich dein Anruf erreichte. Hat ihm eine Weile gedauert, bis ich mich da losreißen konnte, brummt er mit einem genervten Augengrollen. Ich hoffe, der vielbeschäftigte Herr hat dann trotzdem Zeit, sich die Leiche anzusehen, kontert sein Gegenüber mit hochgezogener Augenbraue. Quatsch nicht so viel rum, David. Womit haben wir es zu tun? Das solltest du dir besser selber mal ansehen, Simon, entgegnet er ernst und deutet ihm mit einer Geste seiner Hand die Richtung. Wenn sein Kollege ihn in diesem Ton beim Vornamen nennt, dann muss die Sache übel sein. Ach, du Scheiße, was für ein Kranker Mist ist das denn? flüstert der Kommissar fassungslos, als er den kleinen Raum betritt, der wohl als Nähatelier gedient hat. Ringsherum liegen Stoffrollen und Schnittmuster, so wie Maßbänder, Nadeln und allerlei Garn herum. Das Zimmer wirkt, als wäre eine Farbbombe explodiert. Wände, Decke, Boden, überall sind rote Flecken und Spritzer in unterschiedlicher Größe, Stärke und Form zu sehen. Sind das da Knöpfe? Das hast du ganz richtig erkannt, beantwortet der Kriminalbeamte David Jungblut die Frage seines Kollegen, bevor dieser sie ganz aussprechen kann. Ungläubig beugt sich Simon Wolf hinunter zu dem toten Körper, der vor ihm liegt. Die hellen Fasern des Teppichbodens sind getränkt von dem Blut, das sich in einer großen Lache unter dem Leichnam gebildet hat. Das aschblonde Haar der Toten klebt in verkrusteten Strähnen an ihrem kalkweißen Gesicht. Zu Lebzeiten muss sie eine attraktive junge Frau gewesen sein, aber die groteske Art und Weise, mit der ihr Mörder sie drapiert hat, hat ihr jegliche Schönheit geraubt. Ein schwarzer, dicker Faden verläuft durch kleine Löcher kreuzförmig über ihre vollen, blassen Lippen. Auf ihre geschlossenen Augendieder hat der Täter Münz große, dunkelbraune Knöpfe genäht. Blutstropfen Quillen quillen unter den Nähten hervor und bahnen sich in dunklen Spuren ihren Weg über die helle Haut. Die Totheil Sandra Hellström 24 Jahre alt ledig. Sie hat mit ihrem Freund Edward Mendelssohn diese Wohnung gemietet. Von ihm fehlt jede Spur. Alle Kontaktversuche unsererseits liefen bisher ins Leere, erklärt David im professionellen Ton. Todesursache halte der Kommissar emotionslos nach. Laut der Ersteinschätzung des Rechtsmediziners sind die diversen Stichverletzungen todesursächlich. Genaueres kann er aber natürlich erst nach der Obduktion sagen. Sebastian war schon da? Hat er sonst noch was entdeckt, was von Interesse für uns ist? Erkundigt sich Simon den Blick noch immer auf die Leiche gerichtet. Ich sag ja, dass du ewig hierher gebraucht hast. Er hat noch zwei Sachen festgestellt. Zum einen befindet sich in den Ohren der Toten ein weiches Material. Es könnte Füllwatte sein, aber das wird uns dann das Labor sagen. Und zum anderen? David räuspert sich kurz bevor er weiterspricht. Den Wundrändern und Einblutungen nach, die sich um die Nähte herum befinden, scheint die Frau noch am Leben gewesen zu sein, als man ihr Augen und Mund zugenäht hat. Na klasse, also haben wir es hier mit einem sadistischen Psychopathen zu tun. Wer hat sie gefunden? seufzt Simon schwer. Eine Nachbarin, die Tür stand offen und sie wollte nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Dabei ist sie auf die Leiche gestoßen, antwortet David mit Blick auf seinen Notizblock. Was hat sie da? Erkundigt sich Simon und nickt in Richtung der Toten. Über die Innenfläche ihrer Hand verläuft ein tiefer, langer Schnitt. Sebastian meint, dass das wohl nichts mit dem tödlichen Angriff zu tun hat. Eine einfache Schnittverletzung, die sie sich bereits zuvor zugezogen haben muss. Bei unserer Ankunft war ein Verband darum gelegt, den unser Leichen Beschauer zur Überprüfung abgenommen hat, antwortet David achselzuckend. Schwerfällig erhebt sich der Kommissar wieder, was seine Knochen mit einem leisen Knacken kommentieren. In Ordnung, dann sollen die Jungs von der Spurensicherung alles eintüten, was sie finden und dann ab mit ihr zur Rechtsmedizin. Wenn sonst nichts mehr ist, fahre ich jetzt zurück aufs Revier und warte auf die Berichte. Bevor die nicht da sind, können wir sowieso nichts machen. Für den Freund geben wir eine Fahndung raus, sein Verschwinden stinkt bis zum Himmel. Weiß Simon Wolf seinen Kollegen an, der zustimmend nickt. Simon, was denkst du haben die Nähte und die Watte zu bedeuten? Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Was soll das heißen? Mensch, David, mit allgemeinem Wissen ist es bei dir nicht weit her, oder? Das bedeutet so viel wie, dass Böse nicht wahrhaben wollen. Vermutlich wollte ihr Mörder uns etwas in diese Richtung mitteilen, erläutert der Ermittler. Dabei sieht er sein Gegenüber an, als wäre dieser ein kleines Kind, das eine dumme Frage gestellt hat. Ich mach mich auf den Rückweg, du regelst das hier schon allein. Also, eine Sache wäre da noch, hält David den Kommissar zurück, der sich bereits zum Gehen abgewandt hat. Was denn jetzt noch? Marvin, kannst du mir bitte mal das Beweisstück Nummer eins geben? Ruft David aus der Tür heraus einem Mitarbeiter der Spurensicherung zu. Es dauert keine Minute, bis dieser mit einer Plastiktüte angelaufen kommt, in der eine blutverschmierte Die saß auf dem Bauch der Toten, dem Blick auf die Tür gerichtet. Gruselig, oder? Erklärt ihm sein Teamkollege und hält dabei die Tüte nach oben. Gott, ich hasse Puppen. Kapitel 2 Alles Böse wächst im Verborgenen Das leise Rauschen der Autos, die in unregelmäßigen Abständen auf der nahegelegenen Autobahn vorbeiziehen, verstärkt die Müdigkeit nur noch mehr, die schwer auf Sandras Liedern lastet. Ein herzhaftes Gähnen treibt ihr die Tränen in die Augenwinkel. Verstohlen schielt sie auf die Zeitanzeige auf dem Handy Display. 3 Uhr morgens. Nur noch ein paar Stunden durchhalten, dann kommt die Frühschicht und sie kann in den wohlverdienten Feierabend starten. Mit zusammengekniffenen Augen begutachtet sie die Dreckspur, die sie von der Eingangstür bis zur Mitte des Verkaufsraums zieht, wo sie sich in Richtung der Getränke und der Kassen aufspaltet. Es regnet in Strömen und jeder nächtliche Besucher hat nur noch mehr feuchten Schmutz von draußen hereingetragen. Es ist ja ein Rätsel, warum die Menschen nicht einfach den Abstreifer benutzen, der extra vor die Tür platziert worden ist. Seufzend schlurft sie schweren Schrittes in Richtung der kleinen Abstellkammer, aus der sie Wischmopp, Eimer und Putzmittel hervorkramt. Dicke Regentropfen prasseln unaufhörlich gegen die Fensterscheiben, während eine sonore Frauenstimme leise melancholische Liedzeilen zum Besten gibt. Die bittersüße Musik dringt nur gedämpft durch die an der Decke befestigten Radiolautsprecher. Je weiter sich die junge Frau vorarbeitet, desto dreckiger und dunkler wird das Putzwasser in ihrem Eimer. Aus der klaren Flüssigkeit mit den winzigen Schaumkronen ist eine trübe Brackwasser ähnliche Brühe geworden. Als Sandra den Eingang erreicht, erklingt plötzlich das glockenhelle Geräusch der Türklingel, das stets jeden Kunden bei seinem Eintritt begrüßt. Langsam hebt sie ihren Blick. Vor ihr steht ein Tier von einem Mann, der sie um mindestens einen Kopf überragt. Sein Gesicht ist kaum zu erkennen. Es liegt größtenteils im Schatten einer tief heruntergezogenen Kapuze. Nur Mund- und Kinnpartie sind sichtbar. Dunkle Bartstoppeln ziehen sich über vernerbte Haut. Wasser tropft von seiner durchnästen Kleidung auf den frisch gewischten Boden hinab und hinterlässt hässliche Flecken. Entschuldigung, nuschelt er mit einem Dialekt, der verrät, dass er nicht von hier ist. Er macht einen Schritt nach hinten und wischt sich seine Schuhe an dem Abstreifer ab. Na du, kannst du mir sagen, wo ich ein Frühstück mit einem ordentlichen Pott Kaffee und eine Zeitschrift herbekomme. Während er spricht, dann blößen seine Lippen zwei unvollständige reihen gelber Zähne. Kaffee und Essen bekommen sie von mir. Zeitschriften befinden sich auf der rechten Seite ganz hinten. Wenn sie sich etwas ausgesucht haben, dürfen sie gerne im Restaurant Bereich Platz nehmen. Ich bringe ihnen dann ihre Bestellung. Irgendwelche bestimmten Wünsche, was das Frühstück angeht? Antwortet Sandra bemüht freundlich und deutet mit dem Finger in die entsprechende Richtung. Ist mir egal, von so einer hübschen wie dir schmeckt mir sicherlich alles, erwidert er und leckt sich dabei mit der Zunge über die spröden aufgeplatzten Lippen. Krampfhaft versucht sie das professionelle Lächeln aufrecht zu erhalten und sich den Ekel nicht anmerken zu lassen und während er sich an ihr vorbei in Richtung der Zeitschriften schiebt. Ein herrt sich in ihre Nase. Nachdem Sandra hinter ihm hergewischt hat, macht sie sich daran, frischen Kaffee aufzubrühen und ein Rührei mit Toast vorzubereiten. Immer wieder wirft sie dabei ihrem einzigen Kunden verstohlene Seitenblicke zu, doch dieser sitzt ganz unschuldig an einem der kleinen Tische und wartet auf seine Bestellung. Hier, bitteschön, lassen Sie es sich schmecken. Vorsichtig stellt sie das beladene Tablett vor ihm ab. Unruhig schwappt der dampfende Kaffee in seiner Tasse hin und her. Als sie zurück zur Kasse gehen will, greift der Fremde plötzlich nach ihrem Arm. Mit festem Griff legen sich seine ölverschmierenden Pranken um ihr schmales Handgelenk. Schnecke, wo hast du denn deinen Kopf? Soll ich doch mit den Fingern essen? lacht er laut auf. Irritiert sieht sie hinunter auf die Tischplatte. Erst jetzt fällt ihr auf, dass sie vergessen hat, ihm Besteck zu reichen. Wenn sie mich loslassen, dann bringe ich ihnen gerne noch Messer und Gabel. Presst Sandra hervor, wo aufhin er seinen Griff lockert und die Hände hochhält, als würde er sich ergeben. Als sie das fehlende Geschirr zu ihm bringt, zieht er seine Kapuze hinunter. Zum Vorschein kommt ein haarloser tätowierter Schädel. Seltsame Symbole und Zeichen ziehen sich in schwarzen Linien über die kahlrasierte Haut. Sie muss sich redlich bemühen, nicht ungeniert auf seinen Kopf zu starren. Während er sich schmatzend das Essen schmecken lässt, beginnt sie damit, die restlichen Tische abzuwischen. Krümel, halb aufgegessene Pommes, angetrockneter Ketchup, klebrige Limo-Flecken. Manchmal fragt sie sich, ob sie Menschen oder doch eher Tiere hier bedient. Na nun, wo kommst du denn her? Verwundert blickt sie hinunter auf die Puppe, die einsam und verlassen am letzten Tisch auf einem der Stühle sitzt. Als würde sie auf jemanden warten. Vermutlich hat einer ihrer kleinen Kunden sein Spielzeug hier vergessen. Vorsichtig hitt Sandra sie hoch. Sie ist in etwa so groß wie ein Neugeborenes und unerwartet schwer. Das Köpfchen scheint zwar aus Porzellan gefertigt zu sein, der Rest des weiße Beschichtung ist bereits gräulich verfärbt und hauchfeine Risse ziehen sich spinnenetzartig von der Nase aus über das gesamte Gesicht. Große safirblaue Kulleraugen stieren ihr leblos entgegen. Das haselnussbraune Haar wirkt stumpf und farblos, als würde ein Grauschleier darüber liegen. An ihren winzigen Füßen trägt sie schwarze Lackschüchen, deren Glanz vermutlich bereits vor Jahren verloren gegangen Der hauchzarte Spitzenstoff ihres Kleidchens ist stellenweise durch Risse und Löcher stark beschädigt. Was früher mal ein heller Beige Ton war, hat sich zu einem unappetitlichen Gelb verfärbt. Zudem verläuft vorne auf der Brust eine Spur aus seltsamen dunkelbraunen Flecken. Nachdenklich betrachtet Sandra Hellström das Spielzeug. Ein neues Kleid genäht, die Haare aufgefüllt, alles etwas aufpoliert und schon könnte sie versuchen das Teil im Internet zu verkaufen. Ihr ist bekannt, dass manche Sammler für solche Stücke eine ganze Stange Geld bezahlen. Das Püppchen sieht alt aus. Vielleicht ist es möglich im Internet etwas über ihre Herkunft zu erfahren. Liebhaberstücke mit Hintergrundgeschichte verkaufen sich noch besser. Eine Sache, die sie als Tochter eines Antiquitätenhänders gelernt hat. Sie klemmt sich die Puppe aufsammelt. Was hast du denn da für ein hässliches Teil? Das würde ich gleich meine Mülltanne werfen, ruft ihr zu und leckt sich die Essensreste genüsslich von den Fingern. Man darf Dinge nie nach ihrem äußeren beurteilen. Was auf den ersten Blick hässlich wirkt, kann eine ungeahnte Schönheit in sich tragen, erklärt sie fröhlich. Manchmal kann eine hübsche Hölle aber auch das schrecklichste Grauen in sich tragen, brummt er leise. Wie bitte? Vergiss es Mädel, ich hab nichts gesagt. Achselzuckend greift sie hinter den Tresen nach ihrer Jacke, die sie sich flink überwirft. Brauchen sie noch etwas? Ich würde die Puppe sonst nur schnell zu meinem Auto bringen. Erkundigt sie sich bei ihrem Gast vor, wenn dieser nur schweigend den Kopf schüttelt und an seiner Tasse nimmt. So schnell wie möglich huscht sie durch den Regen zu ihrem Wagen, ein uralter klappriger VW-Käfer und verfrachtet das Spielzeug auf die Rückbank. Unbarmherzig zerrt der eisige Wind an Sandras Kleidung. Das prasselnde Geräusch der Regentropfen und die vorbeiziehenden Autos sind so laut, dass sie nicht bemerkt, wie sich ihr jemand von hinten nähert. Erst als sie die Autotür zuschlägt und sich umdreht, registriert sie die Gestalt, die sich vorher aufgebaut hat. Vor Schreck entfährt ihr ein spitzer Schrei. Habt ihr das Geld passend auf den Tisch gelegt? Pass auf dich auf! Verabschiedet sich der Mann und marschiert mit angezogenen Schultern auf einen großen Truck zu. In dem Versuch, ihr wildpochendes Herz zu beruhigen, legt sich Sandra eine Hand auf die Brust. Freak flüstert sie, bevor sie zurück in die trockene Wärme der Raststätte flüchtet. Der Rest ihrer Arbeitszeit verläuft ereignislos. Als die Morgendämmerung den neuen Tag ankündigt, ist alles erledigt und bereit für die Frühschicht. Der Duft von Kaffee und frisch aufgebackenem Brötchen wabert in der Luft, als die Türklingel das Eintreffen der Ablöse ankündigt. Guten Morgen Liebes Mensch das ist ein Sau Wetter fahr nachher bloß vorsichtig flörtet ihr ihre Kollegin fröhlich zu. Es fasziniert Sandra immer wieder wie man zu dieser frühen Stunde so gut drauf sein und so frisch aussehen kann. Sie fühlt sich aktuell eher wie frisch ausgekotzt. Guten Morgen Franzi Sei mir nicht böse aber ich bin total K.O. Können wir unseren Morgen Kaffee heute ausfallen lassen ich will einfach nur nach Hause begrüßt sie die Mitarbeiterin mit einem erschöpften Lächeln klar gar kein Problem winkt sie lachend ab nachdem sie Sandra von ihrer Kollegin verabschiedet hat läuft sie zu ihrem Auto dicke Wolken bauen sich bedrohlich zu dichten Türmen auf und der Regen will nicht verebben in weiter Ferne ist ein unheilvolles Gräueln zu hören und ein greller Blitz zerreißt das dunkle Grau dieses Morgens müde lässt sich Sandra hinter dem Lenkrad nieder mit geschlossenen Lidern lehnt sie den Kopf nach hinten und atmet tief ein und aus als sie die Augen wieder öffnet und zur Seite blickt bleibt ihr fast das Herz stehen neben ihr auf dem Beifahrersitz sitzt die Puppe und starrt sie finster an in ihrer Position wirkt sie wie ein Kind das nur darauf wartet dass Mama es anschnallt und los fährt Sandra hätte schwören können dass sie das Spielzeug vorhin auf die Rückbank gelegt hat vermutlich spielt ihr der übermüdete Verstand nur einen Streich Kopfschütteln steckt sie den Schlüssel in die Zündung und startet schweigt das Licht was hast du denn da wieder mitgebracht mit einem schiefen lächeln betrachtet Edward den sie liebevoll nur Ed nennt die Puppe in ihrer Hand die habe ich in der Haststätte gefunden vermutlich hat ein Kind sie dort vergessen ein paar Verbesserungsarbeiten und sie ist viel neu dann kann ich versuchen sie im Internet zu verkaufen ruft sie ihm über die Schulter hinweg zu während sie schnurstracks durch die Wohnung direkt auf ihr kleines Näh Atelier zu marschiert ein Perfabes uns arbeiten das Teil braucht eine Rundum Sanierung wenn du mich fragst gehört die in die Tonne und nicht in unsere Wohnung brummt er ihr mürrisch hinterher das habe ich gehört Ed ich meckere doch auch nicht herum wenn du wieder neues Equipment anschleppst und das obwohl dein Musikzimmer fast aus allen neben platzt wie lange kennst du mich schon fünf jahre du weißt dass ich auf die restauration so schalten dinge stehe und bisher habe ich fast alles gewinnbring weiterverkauft kontert sie einige Minuten später als sie die Küche betritt in der ihr Lebensgefährte gerade sein Frühstück zubereitet mit einem neckischen Augenzwinkern stibitzt sie ihm eine Blaubeere aus seiner Mystisch Schale und lässt sich auf einem der Küchenstühle nieder meinem Hang zur Nostalgie hast du es auch zu verdanken dass ich überhaupt mit dir zusammen bin setzt sie nach und reckt ihm dabei herausfordernd das Kinn entgegen was soll das denn jetzt bitte heißen empört er sich und stemmt dabei die Hände in die Hüften schmunzelnd betrachtet sie ihn von oben bis unten an fast jedem Finger seiner rechten Hand glänzt ein breiter silberner Ring verziert mit Kreuzen oder Totenköpfen der Stoff seiner eng anliegenden schwarzen Hose ist auf Kniehöhe an mehreren Stellen zerrissen und über dem weißen Shirt trägt er eine helle Jeans Jacke auf die sie selbst mehrere Bandpatches genäht hat die Achtziger haben angerufen Sie hätten gerne wieder ihre Karmotten zurück kichert sie frech mit einer dramatischen Geste wirft er sich das dunkelbraune gewällte Haar hinter die Schulter Frau Herrström Sie haben absolut keine Ahnung wovon Sie da reden das hier dabei breitet er seine Arme aus und deutet mit einer Hand auf seinen Körper ist einfach nur großartig leise klimpern die Edelstahlketten an seine Hose als er auf sie zukommt Er beugt sich zu seiner Freundin hinunter und umfasst ihr Kinn mit seinen Fingern Ihre Gesichter sind so nah dass sich fast die Nasenspitzen berühren Die Fransen seines Ponys hängen ihm tief in die Stirn und verdecken beinahe seine perfekt geschwungenen Augenbrauen Du stehst doch drauf raunt er ihr mit einem schämischen Grinsen zu und drückt ihr anschließend einen Kuss auf klingeln doch der liebevolle Ausdruck in den Augen straft ihrer Worte Lügen Vier Tage später 3 Uhr morgens Unruhig wälzt sie sich im Bett hin und her während Ed friedlich neben ihr schnarcht Frustriert wirft sie ihre Decke zurück In den letzten Tagen hat sie kaum Schlaf bekommen Glücklicherweise hat Sandra die Woche frei und muss sich wenigstens nicht so erschöpft zur Arbeit schleppen Ein unangenehmer Druck breitet sich in ihrem Kopf aus und schwillt immer weiter an bis dumpfer Schmerz damit beginnt gegen ihre Schläfen zu pochen seufzend setzt sie sich auf und starrt in die Dunkelheit hinein Die Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Autos werfen seltsame Schatten an die Zimmerwand die unruhig auf- und abtanzen So lautlos wie möglich schwingt sie die Beine über dem Bettrahmen Doch da kommt auch schon Bewegung in Hetzkörper Willst du wieder nicht schlafen? Nuschelt der schlaftrunken das Gesicht fest in das Kissen gedrückt Die Daunen verschlucken die Hälfte seiner Worte Nicht wirklich Schlaf weiter Schatz ich geh ins Atelier haunt sie ihm zu und streichelt dabei zärtlich über seinen Kopf was er mit einem leisen Brummen quittiert Auf Zehenspitzen huscht sie durch die Schlafzimmertür und zu ihrem Nähatelier Als sie den Lichtschalter betätigt flackert die Lampe einige Male unruhig auf bevor sie den Raum vollständig erhält Irritiert sieht Sandra zu dem Ohrensessel der in der linken Ecke des Zimmer steht Fast als hätte das Ding auf sie gewartet sitzt dort die Puppe den Kopf in Sandras Richtung gedreht Eine Gänsehaut wandert über ihre Nacken Unterarme Beschwören kann sie es nicht aber eigentlich ist sie der Meinung dass sie das gute Stück gestern auf dem Nähtisch zurückgelassen hat Oder hat sie die Puppe doch dort rapiert Kopfschüttel schluft sie zu dem Spielzeug hebt es hoch und platziert es auf ihrer Arbeitsfläche Müde lässt sie sich auf ihrem Viernächte Todmüde fällt sie ins Bett nur um von grotesken Träumen gequält stets zur selben Uhrzeit aufzuwachen Es sind wirre Szenen die sich hinter ihren geschlossenen Liedern abspielen sie sieht Ed er ist blut überströmt und lacht so laut dass sie ihre eigenen Gedanken nicht mehr hören kann doch es ist kein fröhliches herzliches Lachen es klingt fremd als wäre es nicht von dann ist da noch jemand oder etwas es steht hinter Ed glotzt sie aus der Dunkelheit heraus mit großen blauen Augen an sie kann erkennen wie sich Eds Haare unter den schweren Atemzügen des etwas bewegen das hinter ihnen lauert ein schepperndes Geräusch reißt Sarah abrupt aus ihren Gedanken und lässt sie erschrocken aufkeuchen verwundert sieht sie hinunter das Gefäß mit den Scheren und Stoffmessern ist vom Tisch gefallen und der Inhalt hat sich kreuz und quer auf dem Boden verteilt ihre Augen huschen von den scharfen Werkzeugen hoch zur Puppe die dort liegt wo vorher der Behälter stand in dieser Position sieht es fast so aus als hätte das Porzellan Püppchen die Dinge absichtlich nach unten gestoßen aber das ist vollkommen unmöglich allein die Tatsache dass sie so etwas überhaupt nur denkt ist total albern vermutlich ist sie selbst mit dem Ellbogen daran gekommen und hat es versehentlich umgeworfen stirnrunzelnd betrachtet Sandra das Spielzeug sie hat es so gut es ging sauber gemacht als nächstes ist ein neues Kleid dran im Internet hat sie bereits ein hübsches Schnittmuster gesucht und ein bezaubernder Stoff mit Blumendruck liegt ebenfalls schon bereit waren die Risse im Porzellan schon immer so tief und dunkel bei näherer Betrachtung wirken sie wie Adern die sich in einem schwarzen Geflecht über die glatte Struktur des hellen Materials ziehen mit ihrem Daumen streicht sie vorsichtig darüber plötzlich stapfen schwere Schritte über den Gang Ed ruft sie zaghaft aus dem Zimmer heraus sie lehnt sich in ihrem Stuhl ein Stück nach hinten um in den Flur sehen zu können es ist zu dunkel und der Lichtschein der sie blendet zu grell als dass sie etwas erkennen könnte wieder ist das leise knerzen von holz zu hören so als würde jemand sein gewicht auf den dielen verlagern für einen kurzen augenblick kommt es Sandra so vor als könnte sie schwache Atemgeräusche vernehmen Ed bist du wach als sie keine Antwort erhält erhebt sie sich und geht auf die geöffnete Tür zu ein eisiger Hauch streicht über ihr Gesicht und lässt sie erzittern hastig tastet sie an der Wand nach dem Licht schalter ein leises klicken dann flutet der helle Schein den Gang und vertreibt die Finsternis niemand ist zu sehen es herrscht gerne der Lehrer erleichtert atmet sie auf vermutlich ist sie einfach nur total übermüdet ihr verstand spielt ihr streiche und krabbelt zurück zu Ed unter die warme Bettdecke ihre Augen wieder sind schwer wie Blei und es dauert nicht lange bis sie übergleitet in einen unruhigen Schlaf Inventurliste der Staatsanwaltschaftlichen Asservatenkammer Datum 29. Dezember 2022 Beweismittel verzeichnet zum Aktenzeichen 11JS 13666 Schräg Schräg 22 Tatverwurf Mord zum Nachteil Sandra Hellström Überführungsstück Nummer 1 Kinderspielzeug Porzellanpuppe Aufbewahrungsort unbekannt Aktenvermerk Beweismittel konnte bei der Inventur nicht mehr aufgefunden werden Nachermittlungsauftrag gestellt Überführungsstück Nummer 12 Tagebuch Aufbewahrungsort Asservatenkammer Fach 25 Für die Ermittlungen notwendiger Auszüge 13. März 2022 Keine Ahnung, ob es am Stress der letzten Tage liegt, aber irgendwie ist Ed komisch. Er fährt momentan immer sofort aus der Haut, egal um was es geht. Die letzte Umarmung oder liebevolle Geste liegt schon Tage zurück. Hoffentlich wird es bald wieder besser. Wie sagt man so schön, in der Liebe gibt es Höhen und Tiefen. 21. März 2022 Eine neue schlaflose Nacht verbracht. Wie immer das gleiche Spiel. Kurz wegnicken, schlagartig um drei Uhr wach werden. Ed lag nicht im Bett. Hab ihn im Nähzimmer gefunden. Er stand einfach nur da und hat die Puppe angestarrt, die ich aus der Raststätte mitgenommen habe. Wie angewurzelt stand er minutelang so da. Dachte schon, er würde schlafwandeln. Kann nicht sagen, was in diesem Moment gruseliger war. Die Puppe oder Ed, wie er schwankend davor stand. Hab versucht, ihn zu wecken, indem ich ganz vorsichtig an seiner Schulter rüllte. Der Idiot hat sich so abrupt umgedreht, dass ich vor lauter Schreck nach hinten gefallen bin. Anstatt sich zu entschuldigen oder mir aufzuhelfen, hat er mich richtig angeschnauzt. Er wolle in Ruhe gelassen werden und ich solle mich ins, ich zitiere, ins Schlafzimmer verpissen. Kann man sich nicht vorstellen. Er kenne ihn kaum noch wieder. 22. März 2022 Ed wusste heute Morgen nichts mehr von den nächtlichen Vorkommnissen. Eine Entschuldigung gab es demnach natürlich auch nicht. 1. April 2022 Ed redet kaum noch etwas. Er ist zu einem gefühlskalten Arschloch mutiert. 7. April 2022 Hier passiert eine Scheiße nach der anderen. Ed driftet immer weiter von mir ab. Ist kaum noch zu Hause, sondern nächtelang unterwegs. Keine Ahnung, wo er sich herumtreibt. Im Wäschekorb war heute ein blutverschmiertes Shirt von ihm. Er wollte nicht damit rausrücken, ob es sein Blut oder das von einem anderen Menschen ist. Hat mir das Kleidungsstück förmlich aus den Fingern gerissen und ist mal wieder verschwunden. Lange halte ich das mit ihm nicht mehr aus. Als wäre das nicht schon schlimm genug, geht in der Bude hier auch alles drunter und drüber. Die Leitungen müssen wohl defekt sein. Die Lichter flackern oder gehen manchmal einfach mitten in der Nacht an und wieder aus. Außerdem stinkt es hier manchmal wirklich ekelerregend. Nach fauligen Eiern. Hab die Quelle dieses immer wiederkehrenden Gestanks noch nicht ausfindig machen können. 26. April 2022 Ich glaube, Ed wird krank. In den letzten Wochen hat er stark abgenommen. Ist doch kein Wunder. Er ist ja kaum noch etwas. Wie eine wandelnde Leiche sieht er aus, blass und eingefallen. Letzte Nacht wurde ich von seltsamen Geflüster geweckt. Es mag irre klingen, aber ich könnte schwören, dass da zwei unterschiedliche Stimmen miteinander geredet haben. Als ich aufgestanden bin, um nachzusehen, war da aber nur Ed. Er stand im dunklen Hausflur, das Gesicht zur Wand und hat irgendwelche unverständlichen Worte vor sich hingemurmelt. Es klang fast wie eine Art Singsang. Habe ein-, zweimal seinen Namen gerufen, aber er hat nicht reagiert. Bin dann einfach wieder ins Bett. Kein Bock drauf, nochmal so angeschnauzt zu werden wie beim letzten Mal. Irgendwann kam er dann auch wieder ins Bett, als wäre nichts gewesen. Ich glaube, der Mann braucht Hilfe. Ende der Auszugsliste Um Himmels Willen, Ed, was hast du gemacht? Fassungslos starrt Sandra auf die kurzgeschnittenen Haare ihres Freundes. Es ist nicht so, dass ihm dieser Schnitt nicht stehen würde, aber seine lange Mähne war ihm immer heilig gewesen, weswegen es umso verwunderlicher ist, dass er sie einfach so hat kürzen lassen. Allgemein hat sich sein Erscheinungsbild in den letzten Tagen stark verändert. Die kultigen Klamotten sind einem langweiligen, fast schon biederen Kleidungsstil gewichen. Er war nach Veränderung. Manchmal muss altes weichen, damit Neues wachsen kann, murmelt er. Wie bitte? Harkt sie verwirrt nach, doch er winkt nur ab, als wäre sie eine nervende Fliege. Was ist denn in letzter Zeit mit dir los? Dein Verhalten ist unerträglich. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Bord sie weiter. Du bist lästig, lautet seine eisige Antwort und ohne ein weiteres Wort verschwindet er in seinem Musikzimmer. Sprachlos bleibt Sandra zurück. Was bitte war das denn eben? Wut kocht in ihr hoch. Sie braucht dringend eine Ablenkung, denn sonst droht sie zu explodieren. Zornig stapft sie in ihr Atelier und wirft geräuschvoll hinter sich die Tür ins Schloss. Okay, Kleine, wollen wir mal schauen, wo du herkommst, sagt sie zu der Puppe. Dabei rollt sie das Kleidchen hoch, um einen Blick auf die Herstellermarkung werfen zu können, die sich auf der Hinterseite des Spielzeugs befindet. Nachdem sie die entsprechenden Angaben in die Suchmaschine eingegeben hat, klickt sie auf Enter und wartet gespannt auf die Ergebnisse. Tatsächlich erhält sie eine ganze Reihe interessanter Treffer. Am vielversprechendsten scheint ja ein alter Zeitungsartikel in einem der Sammlerforen zu sein. Armin Marsch gehörte 1930 mit zu den deutschlandweit bekanntesten Herstellern von Porzellanpuppen. Zu dieser Zeit besaß das Land bereits eine florierende Spielzeugindustrie mit vielen traditionsbewussten Handwerksbetrieben, die sich auf die Produktion dieser Puppen spezialisiert hatten. Seinen größten und zugleich traurigsten Erfolg feierte der Spielzeugmacher war aber erst im Jahr 1935 mit der Loreley-Kollektion. Hierbei handelt es sich um eine Serie aus 13 weiblichen Puppen. Der Name und das Aussehen dieser Handarbeiten sind eine Hommage an Armin Marschs verstorbene Tochter Loreley Marsch. Bis heute wirft ihr plötzliches Ableben viele Fragen auf. Bekannt ist nur, dass sie im Kindesalter eines unnatürlichen Todes starb. Ihr Vater folgte ihr zwei Jahre später ins Grab. Der Grund hierfür sei sein gebrochenes Herz gewesen. Zuvor erweckte er aber sein Kind in Form dieser Puppen wieder zum Leben. Interessant und unheimlich zugleich, für diese Zeit nicht untypisch, verwendete der Handwerker für die Puppenperücken der Loreley-Kollektion das echte Haar seiner Tochter, welches zum Teil entsprechend gefärbt wurde. Bis heute versuchen ehrgeizige Sammler erfolglos alle 13 Puppen zu finden, um die Sammlung wieder zu vervollständigen. Unter dem Artikel befinden sich zwei grobkörnige Schwarz-Weiß-Fotografien. Eine davon zeigt die 13 Puppen, die sich nur in Haarfarbe und Kleidung voneinander unterscheiden. Das andere ist dem kleingedruckten Text nach eine Totenfotografie von Loreley Marsch. Darauf abgebildet ist ein kleines Mädchen, höchstens 10 Jahre alt, das mit geschlossenen Augen und leicht schiefgelegtem Kopf auf einem Stuhl sitzt. Ein weißes Spitzenhäubchen bedeckt den kahlgeschorenen Schädel. Im ersten Moment könnte man vermuten, dass sie nur schläft. Auf ihrem Schoß sitzt eine Puppe, den Blick direkt in die Kamera gerichtet. Das Spielzeug ist eine spiegelgleiche Abbildung des Kindes. Von Kopf bis Fuß absolut identisch. Ungläubig huschen Sandras Augen zwischen ihrer Puppe und dem Foto hin und her. Es besteht kein Zweifel. Hierbei handelt es sich um das gleiche Spielzeug. Ein lautes Klopfen an der Tür lässt sie erschrocken zusammenfahren. Was? ruft sie genervt, ohne eine Antwort zu erhalten. Angewidert schiebt sie mit gerümpfter Nase die Puppe ein Stück von sich weg, sehr darauf bedacht, das Haar nicht zu berühren. Das Wissen, dass es sich dabei um echtes Menschenhaar handelt, widert sie an. Erneut ertönt das Klopfen, diesmal lauter, fordernder. Sie erhebt sich so schwungvoll von ihrem Stuhl, dass dieser fast nach hinten kippt. Verdammt nochmal, Ed, was willst du? Ihr bleiben die Worte im Hals stecken, als sie die Tür aufreißt und in den verwaisten Gang starrt. Weit und breit kein Ed zu sehen. Aus der Küche dringt das Geklapper von Geschirr an ihr Ohr. Falls du denkst, dass das lustig ist, muss ich dich enttäuschen. Im Moment kann ich über solche Kindergartenstreichel wirklich nicht lachen, schimpft sie, als sie die Küche betritt. Doch Ed würdigt sie keines Blickes. Er steht da und schneidet wie von Sinnen eine Gurke in hauchdünne Scheiben. Schneller und schneller werden die Schnittbewegungen. Immer lauter das Geräusch von Klinger auf Schneidebrett. In ihr keimt die Befürchtung, dass er sich so jede Sekunde den Finger abschneiden könnte. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Murrt sie unzufrieden und geht dabei auf ihren Freund zu. Als sie die Hand ausstreckt, um ihn an der Schulter zu berühren, dreht er sich so schnell um, dass Sandra nicht mehr reagieren kann. Ein scharfer Schmerz durchzuckt ihren Körper, als die Klinge durch die empfindliche Haut ihrer Handinnenfläche schneidet. Scheiße! Zischt sie schmerzerfüllt und versucht geistesgegenwärtig die Blutung mit einem Geschirrtuch zu stillen. Tut mir leid, das war keine Absicht! Spar dir deine leeren Worte! Spuckt sie ihm förmlich entgegen. Dabei versucht sie angestrengt, die Tränen zu unterdrücken. So wie er spricht, könnte man meinen, er hätte nur etwas verschüttet oder umgestoßen. Sie wendet sich von ihm ab und läuft in Richtung Badezimmer. Bevor sie die Tür hinter sich verschließt, ruft sie ihm noch ein herzloses Du stehst heute besser auf dem Sofa! Zu. 6 Stunden später 3 Uhr morgens Ein penetrantes Geräusch gräbt sich förmlich durch den Nebel des Schlafes hindurch direkt in ihr Bewusstsein. Langsam öffnet Sandra die Augen, blinzelt angestrengt gegen die Müdigkeit an. Immer drängender wird das Kratzen an der Schlafzimmertür, als würde jemand mit langen, spitzen Fingernägeln über das Holz fahren. Das Flurlicht scheint unter dem Türschlitz in das Zimmer. Hallo? Ed? Ihre Worte klingeln verwaschen. Plötzlich verstummt das Kratzen für einige Sekunden, nur um dann noch lauter und fordernder zurückzukehren. Sogar die Tür beginnt, in ihren Angeln zu beben. Schlagartig ist sie hellwach. Sie stürzt aus ihrem Bett heraus. Kurz bevor ihre Finger die Klinke berühren, herrscht Stille. Sandra verharrt mitten in der Bewegung, wartet einige Sekunden ab. Doch weiterhin bleibt alles still. Vorsichtig öffnet sie die Tür einen kleinen Spalt breit und blickt hinaus. Nichts und niemand ist zu sehen. Als sie einen Schritt nach vorne aus dem Zimmer macht, stößt ihr Fuß gegen etwas. Verdutzt sieht sie nach unten. Vor ihr auf dem Boden sitzt die Puppe. Sie starrt direkt zu ihr nach oben. Auf einmal hört Sandra das Knacken von Holz. Ihre Augen huschen in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Dort steht Ed. Er sieht seine Lebensgefährtin direkt an. Ein irres Lächeln umspielt seine Lippen. In seiner Hand glänzt die lange, scharfe Klinge eines Küchenmessers. Ein Anblick, der ihr das Blut in den Adern gefrieren lässt. Für den Bruchteil einer Sekunde erstarrt Sandra. Ed, was soll das? Haucht sie ängstlich und tapst mit nackten Füßen zwei Schritte auf ihn zu. Er legt den Kopf in den Nacken, neigt ihn langsam erst nach rechts, dann nach links. Ein ungesundes, lautes Knacken ist zu hören. Dann sieht er sie wieder direkt an. Ed ist schon seit einer ganzen Weile nicht mehr zu Hause. Sandra kennt die Stimme, mit der er da spricht. Es ist nicht seine eigene, aber sie hat sie schon oft genug gehört. Nachts, in ihren Albträumen. Als ein Ruck durch Eds Körper geht, übernimmt ihr Überlebensinstinkt. Sie macht auf dem Absatz, kehrt und sprintet in ihr Nährzimmer, verschließt atemlos mit zitternden Fingern die Tür hinter sich. Ed hämmert wie von Sinnen mit den Fäusten gegen das Holz. Um Himmels Willen, Ed! Hör auf damit! Brüllt sie ihm angsterfüllt entgegen. Auf der Suche nach etwas, mit dem sie sich verteidigen kann, sieht sie sich panisch um. Ein lauter Schrei entrinnt ihrer Kehle, als sie vor sich auf dem Sessel die Puppe entdeckt, die bis eben noch im Flur gelegen hat. Verzweifelt schlägt sie sich die Hände vor dem Mund. Das kann alles nicht wahr sein. Das muss ein Albtraum sein, aus dem sie nicht mehr erwachen kann. Ja, genau, ein schlechter Traum, nichts weiter. Und auf einmal herrscht wieder Stille. Keine Stille, in der man sich sicher fühlt, sondern nur die Ruhe vor dem Sturm. Ein leises Klicken dringt an ihr Ohr. Das Herz schlägt ihr bis zum Hals, als sie sich umdreht und fassungslos auf den Schlüssel starrt, der sich wie von Geisterhand allein in seinem Schloss dreht. Die Angst schnürt ihr die Kehle zu und sie hat das Gefühl, als müsste sie ersticken. Begleitet von einem unangenehmen Quietschen öffnet sich Zentimeter für Zentimeter die Tür. Erst ist es nur ein schmaler Spalt. Eine Hand arbeitet sich Finger für Finger nach vorne, bis die Öffnung so breit ist, dass Eds Gesicht zum Vorschein kommt. Ein Blick in seine Augen verrät Sandra Hellström, das weder Gnade noch Erbarmen auf sie wartet. Die nächsten Stunden werden nichts weiter als Schmerz und Leid für sie bereithalten. Und irgendwann, wenn Ed mit ihr fertig ist, wird die einzige Erlösung nur noch der süße Tod sein. Und wenn das Licht erlischt, bleibt uns nichts mehr als die Dunkelheit. So leer und schwarz. So leer und schwarz. Stadt aus Asche von L.E.K. Road Kapitel 1 Acheron Kräftig strahlt die Mittagssonne an diesem Frühlingstag im Jahr 1975 vom wolkenlosen Himmel. Das warme Wetter hat viele Sonnenanbeter in die Stadt gelockt, die es sich an den kleinen Tischen, der Cafés und Restaurants gemütlich gemacht haben. Die Augen schützend hinter großen Sonnenbrillen versteckt, recken sie ihre Nasen gen Himmel, um die Winterblässe aus ihren Gesichtern zu vertreiben. Ein müßig Gang, um den sie von Kate beneidet werden, die auf dem Weg zu ihrem Wagen durch die Einkaufsstraße eilt. In ihrer Hand schwingt unruhig eine Tüte des Bäckers hin und her, bei dem sie sich soeben für das bevorstehende Kaffeetrinken mit ihren Freundinnen eingedeckt hat. Kate mag eine hervorragende Hausfrau sein, aber der Kelch der perfekten Bäckerin ist leider an ihr vorbeigegangen. Mehr als einen staubtrockenen Marmorkuchen bekommt sie in der Küche nicht zustande, und das ist etwas, was sie ihren Gästen lieber nicht servieren möchte. Sie wirft einen Blick auf ihre Armbanduhr, als sie das Hortenkaufhaus passiert, das sich gerade mitten im Aufbau befindet. Zu gerne würde sie noch einen Abstecher in eines der nahegelegenen Modegeschäfte machen, um sich dort etwas Hübsches zu gönnen. Aber die Zeit läuft ab. Plötzlich ertönt ein Schrei, gefolgt von einem lauten, metallenen Geräusch. Als Kate den Kopf erhebt, sieht sie vier Metallstreben direkt auf sich zurasen. Es geht alles viel zu schnell, als dass ihr Verstand in der Lage wäre, die angelieferten Informationen zu verarbeiten. Es klirrt ohrenbetäubend, als das Metall auf dem Asphalt der Straße aufschlägt, nur einen halben Meter von ihren Füßen entfernt. Vor Schreck reißt Kate die Arme hoch, um ihre Hände schützend über die Ohren zu legen. Dabei zerreißt der Henkel der Tüte und der sündhaft teure Kuchen landet mit einem dumpfen Geräusch unsanft auf dem Boden. Das Herz schlägt ihr bis zum Hals, droht ihr aus der Brust zu springen. Schweratmend betrachtet sie den Haufen aus glänzendem Metall, der vorher auf dem Boden liegt. Auch die anderen Passanten sind geschockt. Keiner beachtet sie. Einige starren entsetzt auf die Streben, andere werfen ungläubige Blicke zu dem Kran, aus dessen Griff sich das Baumaterial gelöst haben muss. Kate, die tiefe, dunkle Stimme, die ihren Namen direkt in ihr Ohr raunt, befreit sie aus ihrer Schockstarre. Erst jetzt bemerkt sie die Hand, die sich mit festem Griff um ihren Oberarm gelegt hat. Sie haben mich gerettet. Kates Worte sind nicht mehr als ein Flüstern. Sie will sich zu ihrem Retter umdrehen, der sie davor bewahrt hat, hier an Ort und Stelle erschlagen zu werden. Doch er gibt sie nicht frei. Oh mein Gott, vielen Dank. Ähm, mir ist nichts passiert. Sie dürfen mich also gern wieder loslassen. Langsam lösen sich die Finger um ihren Arm und mit diesem befreienden Gefühl trifft sie auch eine Erkenntnis. Moment, woher wissen Sie eigentlich, wie ich heiße? Als Kate sich zu dem Mann mit der tiefen Stimme umdreht, ist er verschwunden. Irritiert blickt sie um sich, versucht ihn ausfindig zu machen. Dabei reibt sie mit ihrer Hand über die Stelle, an der er sie gepackt hatte. Es schmerzt, brennt schon fast ein wenig. Ihr Retter allerdings bleibt verschwunden. Seufzend beugt sie sich nach unten, um die Tüte mit dem Kuchen aufzuheben. Sie wirft einen hoffnungsvollen Blick in das Innere, muss aber enttäuscht feststellen, dass von den Teigteilchen nicht mehr übrig ist als ein matschiger Haufen. Scheiße. Als wäre all das nicht schon ärgerlich genug, ist auch noch ihre Armbanduhr stehen geblieben. Vor fünf Minuten hatte sie doch noch funktioniert. Doch jetzt verweilte große Zeiger zitternd vor der Zwölf. Fast so, als würde ein unsichtbares Hindernis ihn davon abhalten, weiter seine Runden zu drehen. Mit zusammengezogenen Augenbrauen schiebt sich Kate an den Menschen vorbei, die noch immer regungslos dastehen und die Unfallstelle betrachten. Tch, wie unhöflich die Leute doch sind. Keiner erkundigt sich nach ihrem Wohlbefinden. Eine Beobachtung, die Kate sowieso schon schlechte Laune weiter nach unten drückt. 15 Minuten dauert es, dann hat sie die kleine Seitenstraße erreicht, in der ihr quietschgelber Wagen geparkt ist. Auf dem Weg dorthin hat sie die traurigen Überreste des eins so köstig aussehenden Kuchens in einer am Straßenrand stehenden Tonne entsorgt. Genervt lässt sie sich auf dem Fahrersitz nieder, streicht das dunkelbraune Haar hinter die Ohren und atmet tief durch. Zugegeben, der Tag lief bisher nicht optimal. Andererseits konnte sie sich glücklich schätzen, immer noch am Leben und nicht von den Metallstreben zerquetscht worden zu sein. Mit einem erzwungenen Lächeln auf den Lippen legt sie den Gurt an und startet den Motor. Der schnurrt wie ein Kätzchen, wohingegen das Autoradio zu Kates Leidwesen den Geist aufgegeben zu haben scheint. Außer einem unangenehmen Rauschen ist nichts zu hören, egal welchen Sender sie einstellt. Mit einem tiefen Seufzen schaltet sie den Empfänger aus und lenkt den Wagen auf die Straße. Auf dem Weg nach Hause hat sie freie Bahn. Ungewöhnlich für diese Uhrzeit. Keine Staus, Schleicher oder andere Unannehmlichkeiten. Die Straßen sind vollkommen frei, denn außer ihr scheint niemand unterwegs zu sein. Selbst in ihrer Wohngegend, die am grünen Rand der Stadt liegt, herrscht eine seltsame Ruhe. Trotz des schönen Wetters sind weder spielende Kinder noch sonnenbadende Nachbarn in den Gärten zu sehen. Im Schritt Tempo rollt Kates Wagen an den weißen Rheinhäuschen mit den perfekt gestutzten Hecken vorbei. Das saftige Grün der einheitlich getrimmten Rasen wird hin und wieder durchbrochen von den bunten Farben der Tulpen, Krokusse und Narzissen, die in ordentlich angelegten Blumenbeeten erblühen. Stolz betrachtet sie ihren eigenen Garten, als sie das Auto auf die Einfahrt ihres Hauses lenkt. Neben zwei prächtigen Beten, bestückt mit farbenfrohen Hyazinthen, bietet ein Gartenteich einen weiteren Blickfang. Die Schuppen der darin befindlichen Fische erstrahlen unter der Wasseroberfläche in einem leuchtenden Orange. Als Kate an dem Teich vorbei in Richtung Haus marschiert, stellt sie überrascht fest, dass die quirligen Tierchen nicht wie sonst aufgeschreckt im Wasser hin und her huschen, sondern ganz ruhig an einer Stelle verharren. Kopfschüttelnd öffnet Kate die dunkel lackierte Haustür. Solange die Tierchen nicht anfangen, mit dem Bauch nach oben zu schwimmen, gibt es keinen Grund, sich über dieses Verhalten Sorgen zu machen. Bevor sie die Tür hinter sich verschließt, wirft Kate einen letzten Blick auf die leergefickte Nachbarschaft. So, jetzt noch die Blumenvase auf den Tisch und dann können die Mädels kommen. Die Arme in die Hüfte gestemmt, betrachtet Kate stolz die Kaffeetafel. Eingedeckt mit ihrem besten Geschirr und geschmückt mit einem üppigen Strauß tiefroter Tulpen, könnte der Tisch aus einem ihrer schöner Wohnen-Magazine stammen. In ihrer Tiefkühltruhe hat sie sogar noch einen Apfelstrudel finden können, der jetzt im Ofen eine herrlich goldbraune Farbe bekommt. Der süßliche Duft der Äpfel mischt sich in der Luft mit dem herben Aroma des frisch aufgebüllten Kaffees. Kate wirft einen prüfenden Blick auf die Küchenuhr und hebt überrascht eine Augenbraue, als sie feststellt, dass auch diese stehen geblieben ist. Das gibt's doch nicht. Sie geht zu ihrem Telefon und wählt über die Drehscheibe die Nummer der elektronischen Zeitansage. Doch außer einem leisen Rauschen ist absolut nichts auf der anderen Seite der Leitung zu hören. Einer inneren Eingebung folgend legt Kate den Hörer auf die Gabel und geht zu ihrem Küchenradio. Als sie dieses anschaltet, ertönt erneut das Rauschen. Eine unangenehme Gänsehaut kriecht über Kates Körper, als sie auf ihren Wohnzimmertisch zugeht. Sie greift nach der darauf befindlichen Fernbedienung und schaltet das TV-Gerät ein. Wieder nur Rauschen. Schneegestöber, das grell über dem Bildschirm flimmert. Vielleicht eine Störung, die das gesamte Stadtgebiet betrifft? Eventuell wurden bei Bauarbeiten irgendwelche Leitungen beschädigt. Sie könnte ja mal bei den Nachbarn klingeln und nachfragen. Vielleicht wissen die ja mehr. Schnurstracks marschiert Kate auf die Haustür zu, getrieben von einer seltsamen Angst, die sich fest in ihren Nacken gebissen hat. Als sie die Klinke nach unten drückt, passiert... absolut gar nichts. Ungläubig rüttelt Kate an der Tür, die weiterhin verschlossen bleibt. Das Holz knirscht und knarrt unter ihren Bewegungen, rührt sich aber keinen Millimeter. Panik steigt in Kate auf, die zu den Fenstern läuft und vergeblich versucht, wenigstens diese zu öffnen. Ängstlich hält sie durch die Scheiben nach Hilfe Ausschau. Doch die Straßen und Vorgärten sind immer noch menschenleer. Als Kate einige Schritte rückwärts geht, stößt sie versehentlich gegen die kleine Kommode, auf der das Telefon steht. Ihr versucht, das Gerät noch aufzufangen, scheitert und so schlägt der Fernsprecher mit einem lauten Klappern auf dem Boden auf. Das Kabel löst sich aus seiner Halterung und die Plastikummantelung zerspringt in mehrere Teile. Oh, verdammte Scheiße! Fluchend kniet sich Kate auf den Boden, um die Einzelteile ihres einstigen Telefons zusammenzusammeln. Doch in dem Moment, in dem sie ihre Finger nach dem Hörer ausstreckt, beginnt das kaputte Gerät zu klingeln. So laut, dass Kate für einen Moment fast das Herz stehen bleibt. Das ist unmöglich. Ihre Augen huschen zu dem herausgerissenen Kabel. Wenn das Telefon nicht am Netz steckt, wie kann es dann jetzt klingeln? Regungslos, die Hand noch immer ausgestreckt, verharrt Kate auf dem Boden. In ihren Ohren dröhnt das Rauschen des eigenen Blutes. Unnachgiebig schallt das erbarmungslose Klingeln durch den Raum, nimmt an Lautstärke und Intensität immer weiter zu. Doch allmählich mischt sich schleichend ein weiteres Geräusch hinzu. Erst ist es nur ein unverständliches Gemurmel, ein leises Flüstern, dessen Botschaft man nicht verstehen kann. Stimmen, die sich überlappen. Es dauert einen kurzen Moment, bis Kate begreift, dass dieses Raunen aus den Boxen des Radios und des Fernsehers dringt. Zudem trifft sie noch eine weitere Erkenntnis. Es ist ihre eigene Stimme, die zu ihr spricht. Nimm den Hörer ab. Das Flüstern wird lauter, fordernder. Zusammen mit dem Klingeln des Telefons verbindet es sich zu einer schier unerträglichen Geräuschkulisse, die fast schon schmerzhaft auf Kates Trommelfälle drückt. Nimm den Hörer ab. Nimm den Hörer ab. Nimm den Hörer ab. Nimm den Hörer ab. In dem Moment, in dem Kate sich den Telefonhörer mit zitternden Fingern fest an das Ohr presst, verstummen die restlichen Laute und eine gespenstische Stille, hält Einzug. Auf der anderen Seite der Leitung ist zunächst nur ein leises, elektrisches Knacken zu hören. Du nennst den Hörer ab. Nimm 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 den Hörer ab. Wenn du mir so durch das Telefon zugesprichst, hätte sie vor Schreck fast den Hörer fallen lassen. Hallo? Wer ist denn da? Was geht denn hier nur vor sich? Du findest den Ausgang im Badezimmer. Tauche in die Dunkelheit. Statt Antworten auf die Fragen zu geben, wiederholt ihre eigene Stimme nur stets wieder unbeirrt dieselben zwei Sätze, bis Kate schließlich wütend den Hörer auf die Gabel pfeffert. Einen Augenblick lang sitzt sie schweigend da, das Kinn auf die angezogenen Knie gebettet, die Hände in einer verzweifelten Geste im Haar vergraben. Was hat das alles nur zu bedeuten? Egal wie lange sie sich den Kopf darüber zerbricht, sie kann sich auf die seltsamen Ereignisse keinen Reim machen. Was hatte sie die Stimme nochmal gesagt? Der Ausgang ist im Badezimmer? Kraftvoll und mit fester Miene erhebt sich Kate vom Boden und stapft mutig die Treppe hinauf, die in das Obergeschoss des Hauses führt, wo sich auch das Bad befindet. Die Tür ist angelehnt. Ganz vorsichtig, nur mit den Fingerspitzen, drückt Kate sie weiter auf, bis sie sie schließlich von allein vollständig öffnet. In dem blau gekachelten Raum sieht alles so aus wie immer. Spiegel, Dusche, Badewanne. Alles ist an seinem Platz. Kate kann nichts ausmachen, was auch nur ansatzweise wie ein Ausgang aussehen würde. Keine zusätzliche Tür, kein Loch in der Wand oder im Boden, absolut gar nichts. Doch auf einmal bemerkt sie eine Veränderung. Einen Geruch, der ihr langsam, aber unaufhaltsam in die Nase steigt, schwer und ätzend. Angewidert schlägt sie sich die Hand vor den Mund. Es ist eine beißende Mischung aus Schwefel und heißem Teer, die plötzlich durch die Luft wabert. Vorsichtig geht sie einige Schritte in das Badezimmer hinein, bleibt dann aber direkt vor ihrer Badewanne stehen, die bis zum Rand gefüllt ist mit einer zähflüssigen, pechschwarzen Masse. Behutsam beugt sich Kate ein Stück nach vorne den fassungslosen Blick auf die glänzende Flüssigkeit gerichtet, aus der blubbernd Bläschen hervorsteigen. Mit jeder zerplatzten Blase verdichtet sich der Übelkeit erregende Geruch immer weiter, sodass es Kate immer schwerer fällt, ein Würgen zu unterdrücken. Als würde es ihr jemand zuflüstern, kommen ihr plötzlich wieder die Worte in den Sinn, die ihr die Stimme am Telefon gesagt hat. Tauche vollständig in die Dunkelheit hinab. Das soll wohl ein schlechter Scherz sein. Mit zusammengepressten Lippen schüttelt sie heftig den Kopf, bevor sie auf dem Absatz kehrt macht. Als sie aus dem Bad stürmen will, schlägt wie von Geisterhand nur wenige Zentimeter vor ihr die Tür mit einem lauten Geräusch zu. Hey! Hallo? Ist da wer? Kann mich jemand hören? Ich brauche Hilfe! Mit einer Mischung aus Panik und Hoffnung rüttelt Kate an der Türklinke, klopft gegen das weiß gestrichene Holz, bevor sie ihr Ohr daran legt und versucht, etwas auf der anderen Seite zu hören. Doch da ist nichts. Das Einzige, was sie hört, ist ihr eigener Herzschlag, der Wild gegen ihre Brust trommelt. Scheiße. Fluchend tritt sie gegen die Tür. Eine Aktion, die ihr außer einem schmerzenden Zeh nichts weiter einbringt. Die Badezimmertür bleibt verschlossen. Nervös kaut Kate auf ihrer Unterlippe, während sie den Blick wieder auf die Wanne richtet. Zögernd nähert sie sich dieser, hebt die Hand mit einigen Zentimetern Abstand über den dickflüssigen Inhalt. Obwohl deutlich Dampfschwaden aus der schwarzen Brühe emporsteigen, kann Kate keinerlei Temperatur spüren. Vorsichtig taucht sie die Spitze ihres Zeigefingers ein. Tatsächlich ist die Masse kalt. Mit vor Ekel gekräuselten Lippen wischt sie die Schmierer an ihrer geblümten Bluse ab. Okay, scheiß drauf. Sie atmet einmal tief ein, nimmt ihren gesamten Mut zusammen und schwingt erst das eine, dann das andere Bein über den Rand der Badewanne. Es fühlt sich an, als würde sie im Schlamm versinken. Kate japst erschrocken auf, als sich die Kälte um ihren Bauchnabel schließt. Vollständig abtauchen, hat sie gesagt. Ohne sich noch weiter Zeit zum Nachdenken zu lassen, umschließt Kate mit zwei Fingern ihre Nase und drückt sie zu, bevor sie mit ihrem Mund ein letztes Mal Sauerstoff einatmet. Daraufhin schließt sie die Augen und taucht wie im Schwimmbad unter. Einen Wimpernschlag lang spürt sie die Kälte. Dann ist da nichts mehr. Vorsichtig öffnet sie nacheinander die Augen. Ein Licht schimmert durch die Dunkelheit, wie Sonnenstrahlen, die auf eine unruhige Wasseroberfläche treffen. Mit kräftigen Bewegungen schwimmt Kate auf den hellen Punkt zu, der immer größer wird, je weiter sie sich ihm nähert. Als sich ihr Kopf aus der Dunkelheit erhebt, schnappt sie erleichtert nach Luft. Musik 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 Kapitel 2 Oblivio Es kostet Kate einiges an Kraft, ihren Körper aus dem schwarzen Wasser nach oben zu ziehen. Als sie es geschafft hat, lässt sie sich erschöpft und schwer atmend rücklinks auf den Boden nieder. Die Augen nach oben gerichtet, starrt sie in den düsteren, wolkenverhangenen Himmel. Erst als die Atem sich beruhigt hat und das Herz wieder gleichmäßig schlägt, setzt sie sich wieder auf. Sie wirft einen Blick auf das Loch, aus dem sie soeben geklettert ist, und stellt überrascht fest, dass es sich dabei um ihren eigenen Gartenteich handelt. Aber er sieht nicht so aus, wie sie ihn in Erinnerung hat. Keine leuchtenden Fische, keine prächtigen Stauden und kein klares Wasser. Von dem einst so lebendigen Biotop ist nichts weiter übrig als eine sumpfige Pfütze voll trüben Brackwasser. Die schwarzen Überreste abgestorbener Pflanzen umrahmen diesen Morast wie eine Art Trauerflor. Auch der Rasen, der den einstigen Teich umgibt, erstrahlt nicht mehr in seinem saftigen Grün. Welk und braun ist er, durchwuchert von ranken unansehnlicher Unkrautpflanzen. Als hätte sich seit Jahren niemand um dieses Grundstück gekümmert. Entschuldigen Sie bitte, junges Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Überrascht blickt Kate auf zu der alten Dame, die am Rande des Grundstücks steht und sie besorgt betrachtet. Ein Lächeln breite sich auf Kates Gesicht aus. Schnellen Schrittes läuft sie auf die Frau zu. Margrit, Gott sei Dank. Sie glauben nicht, was mir passiert ist. Ich bin gerade aus meinem Teich geklettert. Ich weiß, das klingt alles total verrückt, aber das ist nicht das Einzige, was mir... Kindchen, beruhigen Sie sich bitte. Woher kennen Sie denn meinen Namen? Haben wir uns schon einmal getroffen? Man mag es mir vielleicht nicht ansehen, aber ich bin schon sehr alt, wissen Sie. Da kann man die ein oder andere Begegnung vergessen. Ähm, äh, und was sagen Sie da? Sie sind aus dem Teich geklettert? Das kann ja wohl kaum sein, denn sonst wären Sie ja pudelnass. Aber Sie sind ganz trocken und sehen aus wie aus dem Ei gepellt. Perplex bleibt Kate stehen, als die alte Frau den Wortschwall unterbricht, der förmlich aus sie herausgesprudelt ist. Unterbewusst greift sie sich in die Haare. Tatsächlich sind diese trocken und fallen in perfekt frisierten Wellen auf ihre Schultern. Hastig tastet sie daraufhin mit den Händen ihrer Kleidung ab, welche trocken und blütenrein ist. Ein unwirklicher Anblick, wo sie doch einen Tauchgang in einer stinkenden schwarzen Brühe hinter sich hat. Sie sehen nicht so gut aus, mein Kind. Ganz blass um die Nase. Soll ich Ihnen einen Arzt rufen? Die sorgenvollen Worte ihres Gegenübers reißen Kate aus dem tosenden Ozean der Gedanken, die sich wild in ihrem Kopf überschlagen. Magritte, ich bin es doch. Kate. Aus der Nachbarschaftshilfe. Ich kaufe manchmal für sie ein oder fahre sie zu Terminen. Ich wohne seit Jahren hier. Verzweifelt suchen Kates Augen im Blick der alten Dame nach einem Funken des Wiedererkennens. Doch außer Ratlosigkeit und Besorgnis ist dort nichts zu sehen. Was reden Sie denn da? In dem Haus hier wohnt schon seit Jahren niemand mehr. Wenn dem so wäre, dann würde ja wohl kaum mein Name an der Tür stehen. Als Kate sich zu ihrem Haus umdreht, bleiben ihr die Worte fast im Hals stecken. Langsam lässt sie die Hand sinken, mit deren ausgestreckten Zeigefinger sie auf das Haus deuten wollte, das sich eigentlich dort befinden müsste. Doch stattdessen erhebt sich vor ihr eine von Efeu überwucherte Ruine. Das Dach des ehemaligen Wohnhauses ist eingefallen, sodass Wind und Wetter im Inneren toben konnten. Der Zahn der Zeit hat das einstige Weiß der Außenfassade in ein dunkles, dreckiges Grau verwandelt. Das Glas der Fenster ist zersplittert und stellenweise sogar vollständig aus dem Rahmen gebrochen. Wo einst Wärme und Schönheit herrschten, regieren jetzt Kälte und Verfall. Den geschockten Blick auf das zerfallene Haus gerichtet, hält sich Kate die Hände vor den Mund, um ein leises Schluchzen zu unterdrücken. »Oma, was machst du denn hier draußen? Ich hab dich schon überall im Haus gesucht. Mit wem unterhältst du dich denn da?« Ein Mann, etwa in Kates Alter, stellt sich mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht neben die alte Frau. In einer sanften Geste legt er ihr eine Hand auf die Schulter. Seine Augen ruhen auf Kate, die kurz davor ist, in Tränen auszubrechen. Nein, schon wieder jemand, der sie nicht erkennt. Aber sie kennt ihn gut, den Mann mit den schwarzen Haaren und blauen Augen. Christian, Markates Enkel. Da er wegen seines Berufes oft über mehrere Tage nicht in der Stadt ist, kann er sich nicht allein um seine Großmutter kümmern. Ein Problem, bei dem ihm die Nachbarschaftshilfe unter die Arme greift. Kate und er sind sich bei ihrer freiwilligen Arbeit im Haus seiner Oma oft begegnet, haben ab und an sogar gemeinsam einen Kaffee getrunken, und die Reste des Abendessens verspeist. Sie verbindet mehr als nur eine flüchtige Bekanntschaft. Aber jetzt sieht er sie an, als wäre sie eine vollkommen Fremde für ihn. Eine Erkenntnis, die Kate einen weiteren schmerzhaften Stich in ihr Herz versetzt. »Das junge Fräulein behauptet, dass wir uns kennen und sie hier wohnen würde. Ist das so?« Kate angeht nicht, dass sich seine Haltung verändert. Sein Blick wird kühl, die Körpersprache abweisend. Er verstärkt den Griff um die Schulter seiner leicht zitternden Großmutter. »Gibt es hier vielleicht irgendwo eine Möglichkeit zu telefonieren?« Für einen Moment betrachtet der junge Mann Kate eingehend. Er scheint zu überlegen, ob er ihr überhaupt eine Antwort geben soll. »Im Ende der Straße befindet sich ein Café. Sie können ja dort ihr Glück versuchen. Komm, Oma, wir zwei gehen jetzt rein und machen uns einen schönen Tee.« Ohne Kate die Zeit zu lassen, etwas zu erwidern, wendet er sich von ihr ab und schiebt die alte Frau mit sanfter Gewalt über die Straße in Richtung ihres Hauses. Keiner der beiden dreht sich noch einmal zu ihr um, als wäre Kate nicht nur aus den Augen, sondern aus ihrem Gedächtnis verschwunden. Seufzend lässt sie die Schultern sinken. Eine bleierne Müdigkeit ergreift auf einmal von ihr Besitz, legt sich tonnenschwer auf ihre Glieder und den Verstand. Das Flattern der wirren Gedanken in ihrem Kopf erstirbt allmählich und weicht einem allumfassenden, pochenden Schmerz. Was hat Christian gesagt? Das Café am Ende der Straße? Solange sie sich zurückerinnern kann, befand sich an der Stelle noch nie etwas anderes als ein mit Brettern verrammeltes Ladengeschäft. Allerdings scheint an diesem Ort sowieso nichts mehr so zu sein, wie sie es in Erinnerung hat. Als wäre dies alles hier ein düsteres Paralleluniversum. Oder ein wahrgewordener Albtraum. Ja, das könnte die Lösung sein. Vielleicht träumt sie nur. Womöglich ist sie beim Warten auf ihre Freundinnen auf der Wohnzimmercouch eingeschlafen. Oder sie hat sich den Kopf eingeschlagen, ist gestürzt und liegt bewusstlos in ihrem Haus. Das alles hier könnte nur ein wirres Abbild ihres Unterbewusstseins darstellen, aus dem es zu entkommen gilt. Festen Schrittes marschiert Kate von dem Grundstück in Richtung des Cafés. Auf ihrem Weg dorthin begegnen ihr viele bekannte Gesichter. Nachbarn, die mit ihrem Hund Gassi gehen, spielende Kinder auf der Straße und sogar der Postbote bei seiner Arbeit. Doch keiner von denen beachtet sie auch nur eines Blickes. Als wäre sie Luft. Gar nicht existent. Wenn sie jemanden direkt anspricht, erhält sie nicht mehr als ein stummes Nicken. Sie schlingt die Arme um ihren Körper. Ein Versuch, sich selbst zu spüren, sich ihrer eigenen Anwesenheit gewiss zu werden. Sticks Die roten Buchstaben ziehen sich in geschnörkelten Linien über das Schild des gut besuchten Cafés, das tatsächlich das letzte Gebäude an diesem Ende der Straße ist. Irritiert beobachtet Kate die Gäste dabei, wie sie genüsslich an ihren Kaffeetassen nippen und das ein oder andere Stück Kuchen in ihren Mündern verschwinden lassen. Wieder scheint niemand von ihr Notiz zu nehmen. Auf ihrem Weg zur Eingangstür des kleinen Ladens muss Kate sogar einigen Menschen ausweichen, die sonst mit ihr zusammengestoßen wären. Als sie die Tür zum Verkaufsraum öffnet und eintritt, werden ihre Schritte von einem leisen Klingeln begleitet. Weder die Bedienungen noch einer der Gäste scheint ihre Ankunft zu bemerken. Kates Augen wandern über die kuriose Inneneinrichtung. Das Mobiliar ist aus dunklem Holz und mit kunstvollen Schnitzereien verziert. An den Wänden hängen bizarre Gemälde. Strudel aus blutroten und tiefschwarzen Farben. Porträts von Menschen, die dem Betrachter mit verzerrten Minen ihr Leid entgegenschreien. Es ist eine düstere und bedrückende Atmosphäre, die an diesem Ort herrscht. Entschuldigen Sie bitte. Dürfte ich vielleicht Ihr Telefon benutzen? Für Kate, wenig überraschend, reagiert die junge Frau am Bedientresen nicht auf ihre Ansprache. Sie zuckt nicht einmal mit den Wimpern. Invidia steht auf dem Namensschild an ihrer Brust. Ein seltsamer Name, den Kate in ihrem Leben noch kein zweites Mal gehört hat. Immer muss ich die Drecksarbeit machen und dabei war ich die Erste hier. Mit hochgezogener Augenbraue lauscht Kate dem mürrischen Gemurmel der Bedienung. Während diese schon fast aggressiv über die glatte Oberfläche der Theke wischt, wünscht sie ihren Kolleginnen mit bösartigem Wort nur das Schlimmste an den Hals. Peinlich berührt schielt Kate aus dem Augenwinkel zu den anderen Mitarbeiterinnen, aus Sorge, diese könnten die scharfen Worte hören. Dabei fällt ihr auf, wie ähnlich sich die Frauen sehen. Es könnten Schwestern, nein, eigentlich Zwillinge sein. Sechs Stück zählt sie verteilt zwischen den Tischen. Alle mit dem gleichen glatten Haar, das wie ein schwarzer Vorhang über ihre Schultern fällt. Die Gesichter sind blass, die Lippen blutleer. Mit ihren knochigen, langgliedrigen Fingern servieren sie eifrig Getränke und süße Gebäckstücke. Doch etwas stimmt nicht. Das, was da unruhig in den Tassen hin und her schwappt, ist kein wohlduftender Kaffee. Es ist eine zähflüssige Masse, die sich in die Haut jener frisst, die an ihren vermeintlichen Heißgetränken nippen. Doch niemand der Betroffenen scheint es zu kümmern, dass die dunkle Substanz Lippen, Mund und sogar Wangen zersetzt. Zähne und blanke Kieferknochen blitzen zwischen den blutigen Fleisch- und Hautfetzen der verstümmelten Gesichter auf. Fürchterliche Schmerzen müssten diese Menschen plagen. Doch sie sitzen einfach nur da und trinken genüsslich weiter. Sie bemerken nicht einmal, dass die Flüssigkeit zum Teil wieder aus ihren zerstörten Mundpartien heraustropft. Der Anblick ist so grauenerregend, dass Kate nicht in der Lage ist, sich von ihm abzuwenden. Ist nur immer weiter, bis es oben wieder rauskommt. Entgeistert beobachtet Kate eine der Bedienungen dabei, wie diese ihren Gast ein unfassbar großes Stück Fleisch serviert. Die blutige Oberfläche glänzt im Schein der Deckenlampen. Und sie bewegt sich. Sie pulsiert. Einem schlagenden Herz gleich zuckt das Fleisch wie in einem gleichmäßigen Rhythmus. Als der Gast es mit einem seligen Lächeln auf den Lippen anschneidet, quillt ein dickflüssiger, dunkelroter Saft aus der Schnittstelle. Ein gehässiges Lächeln auf den Lippen tragend greift die Bedienung, deren Name laut ihrem Brustschild Gula lautet, nach der Hand ihres Gastes und führt diese schon fast gewaltsam zu dessen Mund. Ohne zu kauen verschlingt der Mann den Bissen, wobei sich ein Blutstropfen aus seinem Mundwinkel löst und auf seinem Pullover tropft. Kates Körper wird von einem Würgen durchgeschüttelt. Angewidert wendet sie sich ab, schlägt die Hand vor den Mund und versucht die aufkommende Übelkeit herunterzuschlucken. Dabei zieht sie unbewusst in die gläserne Auslage, in der mehrstöckige Torten angepriesen werden. Das Obst, das dekorativ auf die einzelnen Etagen drapiert wurde, ist verschimmelt. Speckig glänzende Maden tummeln sich auf den matschigen Überresten, die von einem grünlich schimmernden Pelz überzogen sind. Du gehörst hier nicht hin! Vor lauter Schreck zuckt Kate heftig zusammen, als die Bedienung mit dem Namen Ira sich wie aus dem Nichts vor ihr aufbaut und sie mit zornesrotem Gesicht anbrüllt. Ängstlich huschen ihre Augen umher. Auf einmal sind die Blicke aller Mitarbeiterinnen auf sie gerichtet. Ihre Gesichter sind zu hässlichen Fratzen verzogen, auf deren Lippen ein unnatürliches, fast schon unmenschliches Lächeln liegt. Die Haut spannt sich so sehr über den Schädel, dass Kate befürchtet, sie könnte jede Sekunde aufplatzen und das Fleisch darunter zum Vorschein kommen. Das Radio, das bisher stumm auf der Bedientheke stand, schaltet sich in diesem Moment ganz von alleine an. Eine seltsame Melodie tropft zäh aus den Boxen heraus. Erst ganz leise, dann immer lauter, bevor sich die hohen Töne zu einem unangenehmen Pfeifen verbinden. Und dann kann Kate sie wieder hören, ihre eigene Stimme, die zu ihr aus dem Gerät spricht. »Bleib nicht stehen! Folge den Weg, Weizen!« Panisch sieht Kate sich um. Die Tische und die Gäste sind verschwunden. Nur die sieben Frauen stehen regungslos da wie Zinnsoldaten. Sie sterren sie an, die Münder noch immer zu diesem dämonischen Lächeln verzogen. Eine jede von ihnen hat den rechten Arm ausgestreckt, deutet damit in die gleiche Richtung. Direkt auf eine Tür in der Wand, die zuvor noch nicht da gewesen und irgendwie fehl am Platz wirkt. Unsicher wirft Kate einen Blick über die Schulter. Der Eingangsbereich des Cafés ist verschwunden. Wo vorher ein Eintritt war, ist jetzt nur noch eine Wand aus kalten Stein. Aus Angst, die Frauen könnten sich auf sie stürzen, setzt Kate sich in Bewegung und sprintet zu dem einzig verbliebenen Ausgang. Sie reißt die Tür auf und stürmt durch sie hindurch, unwissend welches Grauen sie auf der anderen Seite erwarten wird. Doch da ist nichts. Keine Schreckgestalten, keine verstümmelten Gäste, gar nichts. Nur das Innere eines leer stehenden Ladengeschäftes. Eine zentimeterdicke Schicht aus Staub bezeugt, dass seit Jahren niemand mehr hier gewesen ist. Die Fenster sind von außen mit Brettern verrammelt und in den Ecken des Raumes hausen dicke Spinnen, die über die Zeit beachtliche Netze gesponnen haben. Erleichtert atmet Kate auf. Er hält sich die Hand vor die Brust, um das wild schlagende Herz zu beruhigen. So schnell sie ihre Beine tragen, verlässt sie das Café, dessen Tür sich überraschenderweise ohne große Gegenwehr öffnen lässt. Draußen herrscht eine seltsame Atmosphäre. Es ist, als wäre Tag und Nacht zugleich. Die Augen mit der Hand abgeschirmt, wirft Kate einen Blick in den Himmel. Die Sonne ist da. Doch scheint sie verdeckt zu sein von einem anderen Himmelskörper. Eine Sonnenfinsternis. Von diesem Phänomen einmal abgesehen, scheint die Umgebung sonst unverändert. Alles sieht genauso aus, wie Kate es in Erinnerung hat. Vielleicht ist dann auch ihr Haus wieder da. Das ist ja so, wie Kate es in Erinnerung hat. Kapitel 3 Acedia Als Kate dem Weg zurück zu ihrem Haus einlangen läuft, begegnen ihr Menschen, die ihr vollkommen fremd sind. Frauen, Männer und sogar Kinder stehen still und regungslos auf der Straße sowie den Gehwegen. Die im Blick gehen Himmel gerichtet, wo die Sonne noch immer von einer schwarzen Scheibe verdeckt wird. Sonderlich beeindruckt scheinen sie von diesem Himmelsphänomen jedoch nicht zu sein. Ganz im Gegenteil. Sie alle wirken eher desinteressiert, fast schon gelangweilt. Manche von ihnen erwecken den Anschein, als würden sie gleich an Ort und Stelle einschlafen. Keiner von ihnen schenkt Kate Beachtung, die an den menschlichen Statuen vorbeihuscht. Aus Unachtsamkeit stößt sie dabei mit einem Mann zusammen. Einem Betrunkenen gleich torkelt der Fremde einen Moment, bevor er sein Gleichgewicht wiederfindet und erneut zum Stillstand kommt. Kate spart sich die Entschuldigung, die aus Gewohnheit bereits auf ihrer Zunge liegt. Die Worte wären nur verschwendet. Als sie an dem Mann vorbeigehen will, beginnt dieser plötzlich etwas Unverständliches zu brummen. Überrascht bleibt Kate stehen, versucht zu verstehen, was er sagt. Doch die Sätze sind zu verwaschen und leise, als dass ihr das gelingen könnte. Plötzlich stimmen auch die umstehende Personen in das Gemurmel mit ein, sodass ein Sprechgesang entsteht, der sekündlich an Lautstärke und Intensität zunimmt. Das sind die einzigen Wortfetzen, die Kate heraushören kann. Plötzlich geht ein Ruck durch den Mann. Er hebt die Arme und legt sich die Hände auf den Bauch, wie ein Kind, das Bauchschmerzen hat. Entsetzt beobachtet Kate, wie sich seine Fingernägel immer tiefer in seinen eigenen Körper graben, bis erste Blutflecken sichtbar werden. Erfolglos versucht sie den Unbekannten davon abzuhalten, sich selbst die Bauchdecke weiter aufzureißen. Doch sein Griff ist eisern und lässt sich keinen Zentimeter lockern. Aus Angst vor dem, was bald unter dem zerreißenden Stoff zum Vorschein kommen könnte, wendet sie sich ab. Sie überlegt einen kurzen Moment, beißt sich dabei auf die Unterlippe. Dann, ohne sich noch einmal umzudrehen, führt sie ihren Weg fort, vorbei an stummen Menschen, die wie Spielzeugsoldaten ihre Haltung bewahren. Bis sie ihr Haus am Ende der Straße sehen kann. In den letzten Stunden ist ihr so viel Grauenhaftes und Abstruses widerfahren, dass es für mehrere Menschenleben reicht. Noch immer kann sie sich keinen Reim auf all das machen. Was hat sie getan, dass ihr ein solches Leid zuteil wird? Warum muss sie all diese schrecklichen Dinger sehen? Die Wände ihres Verstandes sind mittlerweile dünn wie Seidenpapier. Sie ist sich absolut sicher, dass nicht mehr viel fehlt, bis sie vollkommen überschnappt. Oder vielleicht ist sie das ja schon. Vielleicht ist genau das die Antwort. Eine Geisteskrankheit. Oder ein Tumor, der sich durch ihr Hirn gefressen und nichts weiter als diese irre Gedankenwelt zurückgelassen hat. In diesem Moment sehnt sich Kate nach einem Ort, an dem sie sicher ist. An dem sie keine erschreckenden Bilder quälen und sich ihr Geist erholen kann. Ihr Zuhause, so hofft sie, wird ihr jetzt diesen Frieden schenken können. Im Vorbeigehen fällt ihr Blick auf das Nachbargrundstück, in dessen Garten eine ihr vollkommen unbekannte Familie sitzt. Der Anblick, der sich ihr bietet, ist so herrlich normal, dass ihr das Herz aufgeht. Ein kleiner Funken Hoffnung, der die Dunkelheit in ihrem Inneren erhält. Mutter, Vater und Sohn, wie sie gemeinsam am Mittagstisch sitzen. Leise lachend winkt Kate der Familie zu, die sie nicht zu bemerken scheint. Eine Tatsache, die sie sofort stutzig macht. Das Lächeln auf ihren Lippen erstirbt und sie lässt langsam die Hand sinken. Die Terrasse ist ein Stück entfernt. Vielleicht sind sie so in ihr Essen vertieft, dass sie sie wirklich nicht bemerkt haben. Mit entschlossener Miene öffnet Kate das Gartentor und schreitet auf die Familie zu. Entschuldigen Sie bitte, dass ich ungefragt ihr Grundstück betrete, aber ich brauche wirklich ganz dringend Hilfe. Keine Reaktion. Ähm, hallo? Können Sie mich hören? Zögernd läuft sie um den Tisch herum, betrachtet die anwesenden Personen, die wie drapierte Schaufensterpuppen wirken. Keiner von ihnen scheint Notiz von Kate zu nehmen. Mit der Hand wedelt sie vor ihren Gesichtern herum. Doch keiner von ihnen zuckt auch nur mit der Wimper. Stattdessen schieben sie lustlos das Essen auf ihren Tellern hin und her oder kauen appetitlos auf dem herum, was sich in ihren Mündern befindet. Kate verzieht angewidert das Gesicht, als sie einen Blick auf die Lebensmittel wirft, die sich auf dem Tisch befinden. Kartoffeln, Fleischstücke, Brot und Obst. Alles fettdorben. Genauso wie zuvor im Café. Über die von weißem Pflaum überzogenen Essensreste schwirren aufgeregt die Fliegen. Das Vibrieren ihrer Flügel erfüllt die Luft mit einem leisen Summen. Eines der schwarzen Insekten landet auf dem Gesicht von Kates Nachbarin. Doch auch das scheint die Frau überhaupt nicht zu stören. Kurz hebt sie die Hand, als wolle sie das Tier verscheuchen. Doch dann lässt sie den Arm wieder lustlos sinken, als hätte die Motivation sie mitten in der Bewegung verlassen. Die Flieger krabbelt währenddessen unbeirrt weiter. Über die Wange, hin zur Nase, dann über das geöffnete Auge. Einige Sekunden verweilt sie direkt auf der grasgrünen Iris, bevor sie sich wieder in die Luft erhebt und schließlich im leicht geöffneten Mund der Frau verschwindet. Ungläubig betrachtet Kate das Schauspiel. Dann klatscht sie mehrmals in die Hände. Ein verzweifelter Versuch, die Familie aus der Träger zu befreien, in der sie gefangen zu sein scheint. Auf einmal geht ein leises Flüstern am Tisch herum. Der Sohn der Familie brabbelt irgendwelche unverständlichen Worte vor sich hin. Mit seiner Gabel schiebt er die matschigen Überreste seines verfaulten Essens von rechts nach links. Die gleiche Bewegung. Immer und immer wieder. Das Metall des Bestecks kratzt dabei mit einem unangenehmen hohen Ton über das Porzellan des Tellers. Sein Kopf hat der Junge auf die Hand gestützt, als wäre er zu schwer für den eigenen Hals. Als Kate zurück zur Mutter blickt, sieht sie gerade noch, wie die Fliege aus ihrem Mund kriecht und davonfliegt. Mit dem Insekt kommen ihr aber auch Worte über die Lippen. Ihre Stimme ist nicht mehr als ein Raunen. Kate beugt sich zu ihr nach unten, sodass sie Ohr ganz nah am Mund der Frau ist und sie die Sätze verstehen kann. Was gerade ist, ist immer schlecht. Diesen Text wiederholt sie immer wieder. Sie leiert ihn runter wie eine defekte Schallplatte. Ein spitzer Schrei entfährt Kate, als der Mann neben ihr, vollkommen unvermittelt, seine Faust auf den Tisch donnert. Erschrocken zuckt sie zusammen. Was anderes tun, macht aber auch nicht zufrieden. Zorn schwingt in seiner Stimme mit. Sein Gesicht ist hochrot angelaufen und man kann deutlich erkennen, wie die Halsschlagader unter der Haut pulsiert. Während er spricht, sieht er seine Frau nicht einmal an. Sein Blick ist stur gerade ausgerichtet, als könnte er hinter der Hauswand etwas sehen, was anderen verborgen bleibt. Im gleichbleibenden Takt schlägt er mit der Faust immer wieder auf den Gartentisch. Doch etwas anderes erregt in dieser absurden Situation Kates Aufmerksamkeit. Es ist der verwaiste vierte Stuhl, der samt Gedeck verwaist dasteht. Auf der glatten Oberfläche des Tellers sind zwei Prinzessinnen gedruckt, die fröhlich auf einer Wiese miteinander tanzen. Suchend wandern Kates Augen umher, bis sie an dem Pool hängen bleiben, der sich inmitten des Gartenstückes befindet. Der Anblick, der sich ihr bietet, ist so grauenhaft und unwirklich zugleich, dass sie kurz davor ist, ihren Verstand endgültig zu verlieren. Während die Familie lustlos am Essenstisch vor sich hin vegetiert, treibt der Körper eines kleinen Mädchens mit dem Gesicht voran im azurblauen Wasser. Die dünnen Ärmchen des Kindes sind ausgebreitet wie die Schwingen eines Vogels. Das blonde Haar schwimmt aufgefächert im Wasser und umrahmt den Kopf, als wäre es ein Heiligenschein. Der hellrosa Stoff des Kleidchens, das sie an ihrem schmalen Leib trägt, ist vollgesogen mit Wasser und klebt schwer an ihrer bleichen Haut. Ruckartig setzt sich Kate in Bewegung und sprintet zum Rand des Pools, von dem aus sie sich direkt ins Becken gleiten lässt. Sofort sticht ihr der brennende Geruch des Klors in die Nase. Die eisige Kälte des Wassers brennt auf ihrer Haut und presst ihr die Luft aus den Lungenflügeln. Keuchend schwimmt sie zu einem kleinen Körper, der leblos auf der Oberfläche treibt. Sie packt das Kind und zieht es an der Taille zu sich, schwimmt mit ihr zusammen zurück an den Rand. Sie muss erst selbst aus dem Wasser steigen, bevor sie das Kind nach oben hieven und auf den trockenen Rasen zerren kann. In einem dunklen Blau verfärbt, heben sich die Lippen überdeutlich von dem aschfahlen pausbäckigen Gesicht ab. Die großen kugelrunden Augen sind blutunterlaufen und gehen himmelgerichtet. Das weiße Augäpfel hat sich aufgrund der aufgeplatzten Äderchen zu einem ungesunden hellen Rot verfärbt. Der Kinderkörper wirkt aufgedunsen. Die graue, schwammartige Haut ist an manchen Stellen bereits aufgeplatzt, als hätte das Mädchen bereits seit Tagen im Wasser gelegen. Nein, 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 nein! Fieberhaft fühlt Kate am eiskalten Handgelenk der Kleine nach einem Puls. Doch da ist nichts. Sie beugt sich daraufhin nach vorne, legt den Kopf auf den Brustkorb des regungslosen Körpers. Kein Herzschlag. Doch für einen Moment bildet sie sich ein, ein leises Röcheln zu hören. Kate richtet sich auf, legt die Hände auf die Brust des Mädchens, um mit einer Herzrhythmusmassage das Leben in sie zurückzupumpen. Doch in dem Moment, in dem ihre Finger den kleinen Menschen berühren, schießen dessen Augen in ihre Richtung. Der eisige, unheilvolle Blick durchbohrt sie förmlich und lässt ihr das Blut in den Adern befrieren. Geschockt lässt sie von dem Mädchen ab. Ihre Bewegungen sind so ruckartig, dass sie das Gleichgewicht verliert und mit dem Oberkörper nach hinten kippt. Einen inneren Impuls folgend schiebt sie sich auf den Boden nach hinten, um wenigstens etwas Abstand von diesem grotesken Anblick zu gewinnen. Die Tochter ihrer Nachbarn beginnt etwas zu murmeln. Geflüsterte Worte, die zusammen mit einem Schwall dunkelverfärbten Wassers aus ihrem Mund quillen. Ein monotoner und emotionsloser Sprechgesang, zu leise, als dass Kate die Botschaft verstehen könnte. Während sie spricht, starrt das Mädchen weiter unbeirrt zu Kate. Ein lustloser Ausdruck liegt auf ihrem Gesicht. Es ist derselbe, den Kate schon beim Rest ihrer Familie gesehen hat. Man könnte fast meinen, dass der Tod sie langweilen würde. Als wäre selbst das Sterben zu anstrengend. Auf einmal ist ein leises Knacken zu hören, wie eine Eierschale, die zerbricht. Irritiert sieht Kate zu dem am Boden liegenden Kind. Ein haarfeiner Riss zieht sich über dessen Gesicht. Von der Stirn, die Nase entlang über die Lippen und das Kinn. Er wandert ihren Hals hinunter, bis er unter dem Saum ihres Kleides verschwindet. Spinnennetzartig strahlen von ihm weitere dünne Brüche über das Mädchengesicht aus. Winzige Blutstropfen sickern aus den schwarzen Linien. Blicke bohren sich in Kates Rücken, beißen sich in ihr Rückgrat. Fassungslos zieht sie sich um. Die übrigen Familienmitglieder haben ihre Augen auf sie gerichtet. Sie haben sich keinen Zentimeter gerührt, nur ihre Köpfe zu Kate gedreht. Auch über ihre Gesichter ziehen sich die hauchdünnen Rissspuren. Wieder knackt es, diesmal lauter. Wie Glas, dessen Oberfläche beschädigt wird. Kates ängstlicher Blick wandert zurück zu dem Kind. Der Bruch, der ihr Gesicht teilt, ist tiefer geworden. Eine schlimme Vorahnung befällt Kate, hüllt ihr Herz in frostige Kälte. Hektisch erhebt sie sich und in dem Moment, in dem sie sich aufrichtet, knackt es ein weiteres Mal. Das Antlitz der Nachbarstochter zerbricht, als wäre sie nur ein Abbild in einem zersplitterten Spiegel. Der Schrei, der in dieser Sekunde aus Kates Kehle dringt, ist so schrill, dass er ihr selbst in den Ohren klingelt. Panisch ergreift sie die Flucht, ohne sich noch einmal nach der Familie umzudrehen. So schnell es ihr möglich ist, rennt sie zurück zu ihrem eigenen Haus. Sie will nichts weiter als in Sicherheit sein. Das ist der einzige klare Gedanke, zu dem sie gerade in der Lage ist. Das Herz schlägt ihr heftig gegen die Rippen, als würde es aus seinem knöchernen Käfig ausbrechen wollen. Adrenalin pumpt durch den Körper und lässt sie erst langsamer werden, als sie kurz davor ist, ihre rettende Insel zu erreichen. Nach Luft schnappend, greift sie nach der Klinke, reißt die Eingangstür auf und stürzt in das Innere des Hauses. Keuchen bleibt sie stehen, stützt sich mit den Händen auf die Knie und versucht, ihren Puls zu beruhigen. Sie schluckt schwer. Rau und trocken fühlt sich ihre Kehle an. Ein Windhauch streicht sanft über ihre Wange. Ein seltsamer, metallener Geruch liegt in der Luft und bringt sie dazu, nach vorne zu sehen. In dem Moment, in dem sie erkennt, was vor ihr liegt, rinnen ihr Tränen über die Wangen. Schon wieder. Schon wieder hat sie die eine Hölle gegen die nächste eingetauscht. Als sie sich verzweifelt umdreht, stellt sie fest, dass von ihrem Haus nichts weiter übrig ist als eine einzige Wand. Es ist die vordere Fassade, doch die Türen und Fenster sind zugemauert. Kein Ausgang, kein Weg zurück. Kate bleibt nur eine Möglichkeit. Der Weg nach vorne. Und damit tiefer hinein in das Herz dieses unwirklichen Ortes. Kapitel 4 Mordhem Das, was sich hier vor Kate offenbart, ist schrecklicher als alles, was sie seit Beginn ihrer obskuren Reise zu Gesicht bekommen hat. Die hübsche Wohngegend, ihr Zuhause. All das ist nicht mehr. Keine perfekt getrimmten Hecken, makellose Rasen und bunte Blumenbeete. Keine charmanten Reihenhäuser, vor deren Garagen quirlige Kinder spielen. Das Einzige, was hier existiert, sind Verwüstung und Hoffnungslosigkeit. Rote und gelbe Farbtöne am Himmel lassen es aussehen, als würde der Himmel in Flammen stehen. Blitze zucken durch die mächtigen schwarzen Wolkentürme, die sich bedrohlich am Firmament aufbauen. Ein Knistern liegt in der Luft, die so dick ist, dass man mit einem Messer hindurchschneiden könnte. Was zum Teufel? Verunsichert bleibt Kate stehen. Direkt vor ihren Füßen versinkt die Straße in einem Flussbett. Wellen roten Wassers lecken an dem dunklen Asphalt, der nach nur wenigen Metern komplett von dem reißenden Fluss verschluckt wird. Der metallene Geruch, der sich seit Kates Ankunft erbarmungslos in ihrer Nase festgesetzt hat, ist hier besonders stark. Winzige Partikel tanzen plötzlich vor Kates Augen umher. Einen Moment lang denkt sie, dass es begonnen hat zu schneien. Wie ein kleines Kind streckt sie die Hände aus, auf deren Innenfläche sanft die Flocken landen. Nein, das ist kein Schnee. Es ist weder kalt noch nass, noch schmilzt es auf ihrer Haut. Sie verreibt die Substanz zwischen ihren Fingerspitzen, schnuppert vorsichtig daran. Asche Es ist Asche, die da sanft auf sie herabrieselt und allmählich alles in ein weißes Kleid hüllt. Ein Totenkleid für eine Welt, in der kein Leben mehr zu existieren scheint. Nachdenklich blickt Kate in den Himmel. Kitzelnd legt sich der Asche Regen auf ihre Wangen, bildet eine helle Schicht auf Haar und Kleidung. Sie überlegt, wie es weitergehen soll. Einige verzweifelte Sekunden lang keimt in ihr die Versuchung, sich dem Fluss hinzugeben, in das blutige Nass zu schreiten, hinabzutauchen und nie wieder nach oben zu schwimmen. Nein, was für ein grauenhafter Gedanke. So schnell würde sie nicht aufgeben, sich nicht von diesem Ort in die Knie zwingen lassen. Mit geschlossenen Augen ahmet sie einmal tief ein und aus, bevor sie sich wieder in Bewegung setzt. Dem Wasser zu ihrer Rechten folgend, stapft sie über das schlammige Erdreich. Bei jedem Schritt versinken ihre Füße zentimeter tief im Boden. Weder Gräser noch Blumen säumen das Flussufer. Nur die Überreste abgestorbener Pflanzen, die allmählich unter der Ascheschicht begraben werden. Kates Augen wandern über die Ödnis, die sich um sie herum erstreckt. Als hätte ein Krieg über diesen Landstrich gewütet und alles zerstört, was einst schön und gut war. Von den einstigen Familienhäusern sind nur noch Ruinen übrig. Trümmer aus Ziegeln und Steinen, die einmal ein Zuhause waren. Aus den Überresten der Gebäude wachsen knorrige Bäume. Wie stumme Riesen stehen sie da, breiten ihre blätterlosen Kronen über den Schutt zu ihren Füßen aus. Ihre Äste recken sich wie knorrige Finger in den Himmel. Als würden sie verzweifelt nach etwas greifen wollen. Eine göttliche Macht, die aus den Wolken zu ihnen hinabsteigt und sie aus ihrem hoffnungslosen Dasein befreit. Je weiter Kate vorangeht, desto mehr verdichten sich die Bäume. Immer öfter brechen sie aus der Erde, verringern den Abstand zueinander, bis sie zu einem Hain zusammenwachsen. Zu Geruch von Ruß und Asche mischt sich ein fauliger Gestank. Plötzlich erregt etwas Kates Aufmerksamkeit. Etwas hängt in den Ästen. Irritiert sieht sie sich um, wirft nochmals einen Blick hinter die Schulter, um sich zu vergewissern. Und tatsächlich hängen diese seltsamen Säcke in jeder Baumkrone. Waren die schon die ganze Zeit da gewesen? War sie so beschäftigt mit ihren wirren Gedanken gewesen, dass sie das einfach übersehen oder nicht registriert hatte? Ihrer Neugierde folgend geht sie langsam auf einen der Baumstämme zu und wirft einen Blick in dessen Astwerk. Sie verengt die Augen zu schlitzen, als könnte sie so besser erkennen, was da genau an den Stricken baumelt. Als die Erkenntnis sie trifft, wird ihr übel. Das ekelerregende Gefühl zwingt sie in die Knie. Unter den Würgekrämpfen zieht sich ihr Magen schmerzhaft zusammen, Tränen rinnen ihr über die Wangen. Es dauert einige Augenblicke, bis sie sich so weit wieder in den Griff hat, dass sie aufstehen kann. Es ist wie bei einem Autounfall. Sie kann einfach nicht wegsehen. Ihre vor Schreck geweihteten Augen heften sich immer wieder an die Leichen, die an dünnen Seilen von den Ästen hängen. Menschliche Überreste, die Zeichen ihres eigenen Todes tragen. Manche von ihnen haben aufgeschnittene Pulsadern, aus denen unablässig das Blut rinnt und sich auf dem Boden unter ihnen ergießt. Gierig saugt die Erde das Leben auf, welches aus den Körpern tropft. Bei anderen Kadavern sind die Köpfe von Projektilen zerstört worden. Mal ist es nur ein schwarzes Loch in der Stirn, mal ist die gesamte Schädeldecke zerplatzt. Egal wo Kate hinsieht, überall ist Verderbnis. Während sich bei einigen violette Würgemale wie ein Band um den blassen Hals ziehen, sehen andere so aus, als hätten sie wochenlang im Wasser gelegen. In Kates Kopf herrscht nur ein einziger Gedanke. Flucht. Sie muss weg. Raus aus diesem toten Wald. Keuchen bahnt sie sich ihren Weg an den Bäumen vorbei. Egal wie sehr sie sich bemüht, immer wieder bleibt ihr Blick an einem der Leichname hängen. Verdrehte Gliedmaßen, zerquetschte oder auseinandergerissene Körper. Die Bilder brennen sich durch ihre Augäpfel direkt in ihr Gedächtnis. Unwiderruflich. Unauslöschlich. In einigen Metern Entfernung lichtet sich vor ihr das kleine Waldstück und sie stolpert auf eine Lichtung. Unsicher bleibt Kate stehen. Die auf dem Boden gefallene Asche ist mittlerweile so dick, dass sie einer frisch gefallenen Schneedecke gleicht. Ein lautes Knarren und Knacken ertönt. Wie trockene Äste, die zerbrechen. Die Geräusche scheinen aus allen Richtungen zu kommen. Hektisch dreht Kate ihren Kopf herum aus Angst, jemand könnte sich gleich auf sie stürzen. Doch niemand ist da. Sie ist Mutter, Seelen allein. Abgesehen von den Verstorbenen, die sie umzingeln. Um Kate herum dreht sich plötzlich alles. Das Knacken und Ächzen schwillt immer weiter an. Erst nach einer Weile begreift Kate, dass es kein Schwindelgefühl ist, das sie plagt, sondern dass die Bäume sich bewegen. Das Geäst bildet um sie herum einen undurchdringlichen Wall. Es drängt auf sie zu, sodass sie gezwungen ist, einige Schritte auf die Lichtung zu machen. Eine gespenstische Stille hält Einzug, als die Geräuschkulisse erstirbt. Kate verharrt für einige Sekunden regungslos, sucht nach einer Möglichkeit zu entkommen. Doch der hölzerne Wall bietet keinen Ausgang. Es muss doch einen Weg hier raus geben. Eiligen Schrittes läuft sie an den Bäumen vorbei. Trocken und rissig ist die schwarze Rinde, die die Stämme umhüllt. Aus einigen der Ritzen sickert etwas. Es erinnert an Herz, ist in seiner Konsistenz jedoch dünnflüssiger. Neugierig streckt Kate einen Finger aus und tippt mit der Spitze vorsichtig in die Flüssigkeit. In dem Moment, in dem sie den Baum berührt, erklingt in weiter Ferne eine Sirene. Der heulende Ton erinnert an einen Fliegeralarm aus dem Zweiten Weltkrieg. Entsetzt zieht Kate ihre Hand zurück und starrt nach oben in den Himmel. Doch nichts ist zu sehen. Andere Geräusche vermischen sich mit dem Sirenen-Signal. Erst ist es nur ein Knirschen. Dann kommt ein qualvolles Stöhnen und Jammern dazu. Entgeistert zieht Kate zu den Kadavern, die an ihren Stricken wild zu zucken beginnen. Ihre Füße schwingen dabei aufgeregt hin und her. Die fauligen Münder öffnen sich und stoßen bittere Klagerufe aus. Aus weit aufgerissenen Augen stieren sie schmerzhaft in Kates Richtung, strecken die verwesenden Arme nach ihr aus, als wollten sie nach ihr greifen. In Kates Innerem breitet sich eine eisige Kälte aus, die alles vernichtet, was jemals gut war. Hoffnung, Zuversicht, Mut. Davon bleibt nichts weiter zurück als eine blasse Erinnerung. Du gehörst hier nicht her. Dein Platz ist nicht her. Sprachlos starrt Kate zu dem Leichnam eines jungen Mannes, der sie mit schiefgelegtem Kopf ansieht. Weißer Schaum hängt an seinen Mundwinkeln. Die schmalen Lippen haben sich dunkel verfärbt. Jetzt scheint sie endgültig den Verstand verloren zu haben. Es kann nicht anders sein. Sie muss dem Wahnsinn verfallen sein, der ihr nun vorgaukelt, dass tote Menschen mit ihr sprechen würden. Er ist nicht der Ort, an dem du sein solltest. Mit skeptischem Blick nähert sich Kate dem Toten. Je näher sie ihm kommt, desto sicherer ist sie sich, dass er tatsächlich mit ihr spricht. Wo genau bin ich denn? Eine Frage, die seit Beginn ihrer Höllenfahrt wie ein Arsgeier in ihrem Kopf kreise dreht. Wo ist sie eigentlich? Und was ist dieses hier? Dem Fluss, sondern nur jene Folgen, die ihm selbst hast ertrunken und ihr eigenes Leben mit Füßen getreten haben. Komm, du aber trägst ein anderes Schicksal mit dir. Flieh nicht weiter. Öffne die Augen und sieh genau hin. Verwirrt schüttelt Kate den Kopf. Sie hat keine Ahnung, wovon der Erhängte spricht. Aus seinen wirren Worten kann sie kein Wissen schöpfen. Das Geheul, der sie rehnen, wird immer lauter. Die Luft, ja sogar der Boden unter ihren Füßen, beginnt zu vibrieren. Ein unangenehmer Druck legt sich auf ihr Gehör und verstärkt den pochenden Schmerz in ihrem Kopf. Schützend legt sie sich die Hände um die Ohren und sucht panisch nach einer Möglichkeit, diesen schrecklichen Tönen zu entkommen. Und dann, ganz plötzlich, steht auf der Lichtung etwas, das zuvor noch nicht da war. So viel am Platz, dass Kate für einen kurzen Augenblick an eine Illusion denkt. Es ist eine Telefonzelle. Das Gelb des Häuschens leuchtet ihr unverschämt fröhlich entgegen. Kate wirft einen letzten Blick zu dem toten Mann, dessen Augen wieder geschlossen sind. Mit zusammengebissenen Zähnen rennt sie auf die Telefonzelle zu und schließt sich darin ein. Als sie langsam ihre Hände nach unten gleiten lässt, stellt sie erleichtert fest, dass der ohrenbetäubende Alarm beinahe verstummt ist. Es hört sich an, als wäre er kilometerweit weg. Gedämpft, als hätte sie Watte in den Ohren. Doch bevor sie sich überhaupt richtig beruhigen kann, lässt sie ein erneutes, schrilles Geräusch zusammenzucken. Es ist das graue Telefon, das neben ihr zu klingeln begonnen hat. Der Ton halt unerwartet laut in der Kabine. Mit zitternden Fingern greift Kate nach dem Hörer. Hallo? Du musst zurück zum Rad machen. Wieder ist es ihre eigene Stimme, die auf der anderen Leitung zu ihr spricht. Ich, ich verstehe nicht. Was soll das denn bedeuten? Auf einmal geht ein Ruck durch die Telefonzelle. Es ist nur ein kurzer Moment. Dann ist alles wieder ruhig. Auch am Telefon ist nichts außer einem Rauschen zu hören. Hallo? Als Kates Mund die Buchstaben formt, beginnt die Erde zu zittern. Vor Schreck und Überraschung gleitet ihr der Hörer aus den Fingern. Er schlägt gegen die gläserne Wände der Telefonkabine. Wie ein Aufzug rast das Häuschen nach unten. Die Schwerkraft zieht sie nach unten und ein Übelkeit erregendes Kribbeln macht sich in ihrer Bauchgegend breit. Ein schmerzhafter Druck presst ihr förmlich die Luft aus der Lunge. Schreiend versucht Kate, sich festzuhalten. Draußen verschwimmt alles zu einem Meer aus schwarzen, roten und braunen Farbtönen. Immer wieder wird sie von einem gleißenden Licht geblendet, bevor sie schließlich von einer alles umfassenden Dunkelheit verschluckt wird. Erst als sie keinerlei Bewegung mehr wahrnehmen kann, traut sie sich, die Augen zu öffnen. Ein ungläubiger, spitzer Schrei entfernt ihren Lippen, als sie sich in ihrem eigenen Wohnzimmer wiederfindet. Vogelgezwitscher und das Lachen von Kindern dringen von draußen an ihr Ohr. Hektisch läuft sie zu den Fenstern. Entzückt stellt sie fest, dass die Welt, zumindest außerhalb ihrer vier Wände, wieder normal zu sein scheint. Nachbarn, die in ihren Autos zur Arbeit fahren. Darf sie diesem Frieden tatsächlich trauen? Ist es möglich, dass sie aus ihrem Wahnsinn erwacht ist und einen Weg zurück in die Realität gefunden hat? Ist all der Schrecken vorbei? Der Anblick ist zu schön, um wahr zu sein. Mit einem Lächeln im Gesicht sieht Kate über die Schulter in ihr Wohnzimmer. Das Telefon steht unversehrt auf seinem Platz. Kein Hinweis darauf, dass es mal zerbrochen am Boden lag. Mit großen Schritten hechtet sie zu ihrem Radio und dreht an den Knöpfen. Walking on Sunshine dröhnt aus dem Boxen und erfüllt den Raum mit einer fröhlichen Melodie. Kate kann sich ein vergnügtes Quieken nicht verkneifen. Mit dem Arm angelt sie nach der Fernbedienung des Fernsehers. Per Knopfdruck schaltet sie ein. Das Bild einer Nachrichtensprecherin erscheint, die mit ernster Miene in die Kamera blickt. Kate wechselt den Sender, schaltet zu einer Sitcom, in der das Publikum lauthals zu lachen beginnt. Noch ein Wechsel. Jetzt ist ein junger Mann in einem schicken Anzug zu sehen, der mit ausgeschrecktem Zeigefinger auf die Wetterkarte deutet. Für manche von uns wird die Sonne nie mehr scheinen. Irritiert starrt Kate auf die Mattscheibe. Was hat der Wetterfrosch da gerade gesagt? Plötzlich dreht sich der Sprecher zur Kamera. Ihr kommt es so vor, als würde er sie direkt ansehen. Einen Blick in ihr Innerstes werfen. Komm schon, Kate. Du bist genug weggelaufen. Es reicht jetzt. Bevor Kate begreifen kann, was sie da gerade gehört und gesehen hat, ist ein helles Lachen vor der Haustür zu hören. Diese Stimmen würde sie unter Tausenden wiedererkennen. Das Geräusch der Türklingel erschallt, gefolgt von einem leisen Klopfen. Kate? Mach auf. Deine Mädels sind da und wir haben Sekt mit dabei. Erleichtert atmet Kate auf. Sie schaltet das Fernsehgerät aus und schreitet in Richtung Haustür, um ihren Besuch in Empfang zu nehmen. Es dauert einen Moment, bis das Bild vollständig verschwindet, das den Wetteransager zeigt, der jeder von Kates Bewegungen mit seinen Augen folgt. Erleichtert atmet Kate auf. Kapitel 5 Umbra Als Kates Hand die eiskalte Türklinke berührt, spürt sie bereits, dass etwas nicht stimmt. Es ist ein winziger Zweifel, der sich wie eine Ratte durch ihr Herz frisst. Langsam, fast wie in Zeitlupe, drückt sie die Klinke nach unten und versucht, die Tür zu öffnen. Vergebens. Verzweifelt rüttelt sie an dem Metall, schlägt mit der flachen Hand wütend gegen das Holz. Doch all das ist vergebliche Liebesmüh. Das Haus will sie nicht gehen lassen. Das verunsicherte Murmeln ihrer Freundinnen dringt dumpf durch das glänzend lackierte Holz der Eingangstür. Kate wirft einen Blick durch den Spion. Sie kann die Gesichter ihrer Freundinnen sehen, die sich beunruhigte Blicke zuwerfen. Die drei Frauen scheinen die Geräusche auf der anderen Seite der Tür überhaupt nicht wahrzunehmen. Kate öffnet den Mund, um laut nach ihnen zu rufen. Doch bevor ihr die ersten Töne über die Lippen kommen, registriert sie eine Bewegung hinter sich. Wann wirst du endlich verstehen, dass es für dich keinen Weg mehr zurück gibt? Eine tiefe Stimme, unbekannt und doch nicht gänzlich fremd, spricht plötzlich in einem ruhigen Ton zu ihr. Die Worte lösen etwas in Kate aus. Eine Erinnerung, die sich versteckt hält im Nebel ihrer Gedanken. Zart wie ein Schmetterling und zu flink, als dass sie sie greifen könnte. Langsam dreht Kate sich zu dem Mann um, der auf einmal hinter ihr in ihrer Wohnung steht. Er ist groß und schlank. Über seinem dunklen Anzug trägt er einen knielangen Mantel aus schwarzem Stoff. Mit dem Anflug eines Lächelns im Gesicht sieht er schweigend zu Kate. Herr zum Teufel, bist du? Überraschend klar und gefestigt kommen die Worte aus Kates Mund. Wohl fühlt sie sich nicht in seiner Gegenwart. Aber das Gefühl ist ein anderes. Nicht so wie bei den anderen Menschen, denen sie bisher auf ihrer Reise begegnet ist. Über die Jahrhunderte habe ich eine ganze Litanei an Namen gesammelt. Osiris, Thanatos, Hel, der fahle Reiter. Aber wenn ich mich recht entsinne, dann nimmt man mich in diesen Landen einfach nur den... Tod. Die Erkenntnis trifft Kate so unvermittelt, dass sie kaum Zeit hat, über das Wort richtig nachzudenken, bevor es ihr flüsternd über die Lippen kommt. Sieh an, wir machen Fortschritte. Behutsam kommt er ihr näher. Lautlos, wie ein Schatten, der in der Dunkelheit wandert. Das aschfahle Haar hat er ordentlich zurückgelegt, sodass der Blick auf sein markantes Gesicht vollständig frei ist. Kate weicht nach hinten, drückt sich mit dem Rücken fest gegen die Tür, wobei sich die Klinke in ihr Fleisch gräbt. Etwas, das schmerzen müsste. Doch sie fühlt absolut gar nichts. So sehr du es auch versuchst, du kannst mir nicht ausweichen, Kate. Du hast es doch schon probiert und bist doch immer wieder hierher zu mir zurückgekehrt. In Kates Verstand rotieren die Gedanken. Dieser Mann behauptet, dass er der Tod sei. Eine Tatsache, die absolut verrückt klingt, ganz egal, wie lange sie die Worte in ihrem Kopf umherdreht. Würde sie ihm, bei all den verrückten Dingen, die ihr in den letzten Stunden widerfahren sind, Glauben schenken, dann würde es bedeuten, dass du gestorben bist. Mit offenem Mund starrt Kate zu dem Mann, der nur wenige Zentimeter vor ihr stehen geblieben ist und gerade aus ihrem Kopf gelesen hat, als wäre er ein offenes Buch. Gestorben? Tod? Das ist absolut unmöglich. Sie ist doch hier, steht vor ihm. Wie kann er da denn so etwas Schreckliches behaupten? Würde er die Wahrheit sagen, dann könnte sie doch all den Schmerz gar nicht spüren, den sie die vergangene Zeit ertragen musste. Doch hat sie ihn tatsächlich gefühlt? Körperlich? Oder waren das nur Überreste eines Gefühls? Die Überbleibsel aus einem anderen Leben. Das Wissen, dass man jetzt etwas fühlen müsste? Sie kann sich diese Frage nicht beantworten. Zu sehr toben Verwirrung und Angst in ihrem Kopf. Wann hätte das überhaupt passiert sein sollen? In welchem Moment soll sie dem Leben entrissen worden sein? Willst du dich etwa immer noch nicht freiwillig daran erinnern? Nach all dem? Wieder scheint es, als hätte er direkt in ihre Gedankenwelt geblickt. Ein unliebsamer Besucher, der ungefragt einen Blick in etwas nimmt, das doch nur ihr alleine vorbehalten bleiben sollte. Er macht einen Schritt auf sie zu, streckt die Hand nach ihr aus. Sanft berühren seine Fingerspitzen ihre Stirn. Ein kurzes Stechen, als würde Eis sich auf ihre Haut legen. Und plötzlich lichtet sich der Nebel, der ihre Erinnerungen unter seinem grauen Schleier all die Zeit über verborgen hielt. Heller Sonnenschein blendet sie, doch dann kann sie dessen Wärme nicht auf ihrer Haut spüren. Um sie herum Menschen. Sie lachen, lassen ihre Einkaufstüten aufgeregt in ihren Händen hin- und herschwingen. Manche von ihnen hetzen mit angespannten Minern an ihr vorbei, dem Blick fest auf ihre Armbanduhren gerichtet. Und wieder nimmt niemand von ihr Notiz. Plötzlich entdeckt Kate durch die Menschmenge sich selbst. Ihre braunen Locken wippen fröhlich auf und ab. Der Rock ihres Kleides schwingt aufgeregt im lauen Frühlingswind hin und her. In ihrer Hand baumelt die Tüte eines Bäckerladens. Sie beobachtet sich selbst dabei, wie sie an den anderen Passanten vorbeihuscht und dabei ebenfalls einen Blick auf ihre Uhr wirft. An all das kann Kate sich wieder genau erinnern. Es ist doch erst ein paar Stunden her. Wie hatte sie das bereits vergessen können? Sie hat in der Stadt Kuchen für das Kaffeetrinken mit ihren Freundinnen besorgt. Doch was ist dann passiert? Ist überhaupt etwas passiert? In ihrem Kopf klafft erneut das schwarze Loch auf. Genau dort, wo sich doch noch eben eine neu gewonnene Erinnerung befunden hat. Sieh hin, Kate. Versinke nicht erneut insumf des Vergessens. Es ist ihre eigene Stimme, die aus dem Nichts zu ihr spricht. Doch sie überlappt sich mit einer anderen. Tieferen. Als würden zwei Personen mit ihr reden, die in Wahrheit doch eins sind. Kate betrachtet ihr eigenes Ich, das mit dem Rücken zu ihr steht. Plötzlich ertönt weit entfernt ein Schrei, gefolgt von einem metallischen, ohrenbetäubenden Klirren. Die Hände vor den Mund geschlagen, muss Kate mit ansehen, wie ihr zweites Ich unter einem Berg Metallstreben begraben wird. Das Baumaterial hat ihren zarten Körper mühelos unter seinem Gewicht zerquetscht und nichts weiter übrig gelassen als einem Brei aus Knochen und Fleisch. Eine einzelne Träne läuft über Kates Wange, als sie sich der Unfallstelle nähert. Jetzt ist sie es, die die Menschen um sich herum nicht mehr wahrnimmt. Die aufgeregten Schreie und Rufe nach Hilfe, obwohl es doch bereits zu spät ist. Kates Gesicht ist zu einer emotionslosen Maske erstarrt. Still starrt sie hinunter auf den Boden, zu der Hand, die blass und mit perfekt manikürten Nergeln unter dem Metall hervorragt. Blut sickert unter den Streben hervor und bildet langsam aber beständig eine tiefrote Pfütz auf dem Asphalt der Einkaufsstraße. Kate? Da ist sie wieder. Die tiefe Stimme, die sie beim Namen nennt. Genauso wie zu dem Zeitpunkt, an dem sie vom Weg des Lebens abgekommen war. Der Tod griff damals so unvermittelt nach ihr, dass sie es einfach nicht bemerkt hatte. Sie kann ihn spüren. Er steht direkt hinter ihr. Seine Hände legen sich sanft auf Kates Oberarme. Eine eisige Kälte durchzuckt ihren Körper. Um sie herum verschwimmen Formen und Farben miteinander. Die Umgebung löst sich auf, bis nichts weiter übrig ist als ein dunkler Raum. Bin ich in der Hölle? Das, was ihr Menschen als Himmel und Hölle bezeichnet, gibt es so nicht wirklich. Das sind keine Orte, an die eine göttliche Macht euch schickt, sondern die ihr euch selbst aussucht. Kein übergeordnetes Wesen entscheidet anhand der Schwere eurer Sünden, wo ihr hingehört. Der einzige Richter, dem ihr im Anschlitz eures Todes gegenübersteht, seid ihr selbst. Also, gibt es weder Himmel noch Hölle? Ist die Bibel nichts weiter als ein verrücktes Fantasiebuch? Ein Lächeln huscht über das Gesicht des Mannes. So habe ich das nicht gesagt. Die Bibel und die anderen Überlieferungen sind ein Versuch der Menschheit, sich das Leben nach dem Tod zu erklären. Natürlich löst sich all das Gute und Böse, das der Verstorbenen einst ausgemacht hat, nicht einfach so auf. Es verschwindet nicht, sondern manifestiert sich im Reich der Toten neu. So wie es unzählige Möglichkeiten gibt, seinen letzten Lebenshauch zu tun, so gibt es auch unzählige Möglichkeiten, wie es nach dem Tod für die Seele weitergehen kann. Wer den Tod akzeptiert, der findet schnell seinen Platz. Wer wie du, dem Unausweichlichen ausweichen will, muss durch das Reich der Verstorbenen wandeln, bis er seinen Platz gefunden hat. Böses kehrt oft in den Schoß der Dunkelheit zurück, und das Gute bekennt sich, sofern es nicht vom Weg abkommt, zum Licht. Das eine existiert jedoch niemals ohne das andere. So war, ist und wird es immer sein. Ich begreife das einfach alles nicht. Das musst du auch nicht. Der menschliche Verstand ist gar nicht in der Lage, all das zu erfassen. Du darfst dich nur nicht weiter gegen die Tatsache sträuben, dass deine Zeit hier auf Erden abgelaufen ist. Kehre nicht immer zurück an diesen Ort. Nimm meine Hand und ich geleite dich auf sicherem Weg. Hier kannst du nicht verweilen. Deine Seele würde über die Dauer der Zeit verderben, dem Wahnsinn verfallen und sich im schlimmsten Fall an den Lebenden vergehen. Lächelnd streckt er ihr die Hand entgegen. Regungslos bleibt Kate stehen, starrt hinunter auf die langen, schmalgliedrigen Finger. Die Tragweite seiner Worte hat sie noch immer nicht ganz begriffen. War diese ganze Höllenreise ihr eigenes Verschulden? Weil sie sich nicht der Tatsache stellen wollte, dass ihre Kerze bereits erloschen ist? War es jenen, die ihren Weg kreuzten, auch so ergangen? Können auch sie sich nicht eingestehen, dass sie nicht mehr sind? Existenzen, die beendet wurden, Leben, die nicht voll ausgeschöpft werden konnten, begangene Sünden, die selbst nach dem Tod so schwer auf den Seelen lasten? Die aufkeimende Erkenntnis legt sich wie ein bleischwerer Mantel um Kates Herz. Hoffnungslos lässt sie die Schultern sinken. Was soll sie denn auch weiterkämpfen? Es gibt keinen Preis zu gewinnen, kein Ziel zu erreichen. In diesem Augenblick scheint ihr das einzig Richtige zu sein, die Hand des Todes zu ergreifen und ihm zu folgen, auf das er sie an einen Ort geleitet, an dem sie ruhen kann, denn sie ist müde. So müde. Als sich ihre Hände berühren, kann sie einen Blick über seine Schulter werfen. In weiter Ferne durchbricht ein winziges Licht die Dunkelheit. Ein heller Schein, bei dessen Anblick es plötzlich ganz warm um Kates Herz wird. Doch auf dieses schöne Gefühl folgt ein dumpfes Grollen. Leise und gedämpft. Ängstlich sieht Kates sich um. Der Tod trägt noch immer ein Lächeln im Gesicht, doch wirkt es gezwungen. Als würde er sich nicht anmerken lassen wollen, dass ihn etwas beunruhigt. Unmenschlich klingt die Stimme, die aus der Finsternis zu ihnen spricht. Tief und bösartig. Sie gehört einem Schrecken, der Kate eiskalte Schauer über den Rücken jagt. Als sie den Tod direkt in sein Gesicht zieht, stockt ihr der Atem. Seine Augen glänzen in einem tiefen Schwarz. Wir sollten gehen, bevor er sich holt, was er sein Eigen nennt. Ehe Kate noch etwas sagen kann, umschlingt die Dunkelheit sie, kriecht ihr in die Nase, den Mund, verschluckt sie vollständig. Das Bild des Todes verschwimmt mit der Schmerze, bis absolut nichts mehr zu sehen ist. Redaktion aus Sch affinity von einem Schoph에게 Lä loneliness von einer Schüphle und einer Schüphle veröne. Schüphle Hombard Untertitelung des ZDF, 2020 Psst! Ey, du! Ja, du! Ja, dich meine ich! Komm mal näher! Näher, ja! Die folgende Geschichte stammt aus der Feder von Ellie K. Rode. Und Ellie schreibt nicht nur Geschichten für meinen Kanal. Nein, Ellie schreibt auch, ja, Bücher. Und falls du dich für gute, gruselige Bücher interessierst. Oben rechts am Bildschirm ploppt jetzt ein kleines I auf. Da kannst du mal draufklicken. Und hier findest du einen Link zu Ellies Buch Albtraumfänger – Die Finsterberg-Chroniken. Albtraumfänger ist ein Kurzgeschichten-Sammelband über die fiktive Kleinstadt Finsterberg. Vordergründig ein idyllisches Fleckchen. Doch wer es wagt, hinter die Fassade dieser Idylle zu blicken, wird erkennen, dass Finsterberg ein düsterer, seltsamer und widernatürlicher Ort ist. Wenn dich das neugierig gemacht hat, klick auf den Link oben rechts und hab viel Spaß mit einem tollen Buch von einer tollen Autorin. Verschollen Federal Paranormal Agency FPA Cold Case Fallakte Nummer 563 aus dem Jahr 1986 Leitende Detectives J. Hetfield und R. Singer Auszug aus dem Ermittlungsbericht Am 6. Juni 1986 stach die MS Rosemary mit 500 Passagieren an Bord in See. Am 14. Juni 1986 lief der Dampfer eine Woche früher als geplant im Heimathafen ein. Von den Menschen an Bord fehlte jede Spur. Nachdem die örtlichen Behörden keine Ermittlungsergebnisse erzielten, wurde das FBI und anschließend die FBA über die Vorkommnisse informiert. Das Team der FBA leitete daraufhin umfassende Untersuchungen ein. Es wurden diverse Beweismittel gesichert, die Hinweise zu den Geschehnissen an Bord der MS Rosemary liefern könnten. Das Labor arbeitet derzeit an den Auswertungen. Die zuständige Pressesprecherin hat eine Mitteilung für die Medien verfasst, wonach das Schiff im Zuge eines Unwetters verunglückt ist. Laut dieser Erklärung könne das Wrack aufgrund erschwerter Bedingungen nicht geborgen werden. Verzeichnis der Beweismittel Beweismittel Nummer 56 Tagebuch unbekannter Herkunft Vorläufiger Passagiername Jane Doe Auszug Dieses gigantische Schiff ist so atemberaubend schön. Die Menschen, die uns zum Abschied gewunken haben, sahen allesamt aus wie kleine Ameisen. Ich muss jetzt noch schmunzeln, wenn ich an diesen Anblick denke. Es scheint, als hätten die Wellen des Ozeans all meine Sorgen und Nöte verschluckt. Wenn Mama wüsste, dass ich den ganzen Tag auf der faulen Haut lag und mir die Sonne ins Gesicht schienen ließ, würde sie ausflippen. Bald wird das Abendessen serviert. Als ich gestern zum ersten Mal den Speisesaal betrat, kam ich mir vor wie ein glamouröser Hollywood-Star. Alles hier ist so prunkvoll und fein. Bisher kannte ich solch einen Anblick nur aus Filmen. Und das Essen erst. Diese Schiffsfahrt in eine neue Zukunft ist eine der wenigen guten Entscheidungen, die ich in meinem bisherigen Leben getroffen habe. Bei dem Gedanken an all die wundervollen Dinge, die mich in Zukunft erwarten werden, schlägt mir das Herz vor Aufregung bis zum Hals. Beweismittel Nummer 361 Logbuch Eintrag vom 10. Juni 1986, 18.30 Uhr Schiffsführer Captain C. Turner Durchgeführte Überprüfungen Bilge Motorbilge Kühlwasser Motoröl Batterien Wasser Bemerkung Schiffsrumpf scheint von innen zu rosten. Material muss beim nächsten Landgang dringend überprüft werden. Verschleiß entspricht nicht dem jungen Alter des Schiffes. Flächenhafte Blutantragungen im Frachtraum entdeckt. Herkunft bisher unbekannt. Keine Verletzungen bei den Crewmitgliedern gemeldet. Eintrag vom 12. Juni 1986, 19.15 Uhr Schiffsführer Captain C. Turner Durchgeführte Überprüfungen Durchgeführte Überprüfungen Bilge Motorbilge Kühlwasser Motoröl Batterien Wasser Bemerkung Rast schreitet im rasanten Tempo weiter voran. Crewmitglieder und Gäste beschweren sich immer häufiger über nächtliche Ruhestörungen, wie eigenartige Geräusche und seltsame Gerüche, Quellen bisher unbekannt. Beweismittel Nummer 410 Brief des Passagiers R. Dawson Auszug Dieses Schiff ist ein wahres Ungetüm, in dessen Innereien man sich schnell verlieren kann. Bisher macht die Reise wirklich Spaß, allerdings mangelt es mir an ausreichend Schlaf. Einige Kinder treiben nachts auf den Gängen lautstark ihr Unwesen. Ich habe mich schon bei der Besatzung beschwert, aber die haben mir gesagt, dass es keine Kinder an Bord geben würde. Seltsam, oder? Dabei höre ich doch ganz deutlich, wie sie über die Flure poltern. Manchmal erfüllt ihr helles Lachen dabei meine Kabine. In der Dunkelheit der Nacht kam es mir schon vor, als würden sie direkt neben meinem Bett stehen. Der Gedanke bereitet mir eine unangenehme Gänsehaut. Natürlich habe ich mich selbst auf die Suche nach den Unruhestiftern und ihren Eltern gemacht. Bisher konnte ich sie aber nicht finden. Ich vermute, dass die Belger sich manchmal in den Frachtraum schleichen und dort irgendwelchen Schabernack veranstalten. Vielleicht lege ich mich da mal auf die Lauer. Wenn ich die Gören in die Finger bekomme, dann Gnade ihnen Gott. Beweismittel Nummer 361 Logbuch Eintrag vom 15. Juni 1986 20.10 Schiffsführer Captain C. Turner Durchgeführte Überprüfungen Maschinenraum Motoröl Motorfunktion Bemerkung Einer der Passagiere scheint verschwunden zu sein. Von R. Dawson, Kabine 1408, fehlt jede Spur. Laut Aussage des zuständigen Stuart ist die Kabine seit zwei Tagen nicht mehr benutzt worden. Womöglich ist der Passagier unbemerkt ins Meer gestürzt. Bisher erfolgte kein Hinweis an die Reederei. Beweismittel Nummer 150 Tagebuch des Passagiers L. King Auszug Schon seit ich den ersten Schritt auf dieses Schiff gewagt habe, plagt mich ein ungutes Gefühl. Ich kann es gar nicht so wirklich beschreiben. Es ist wie eine düstere Vorahnung. Ich habe Angst, dass etwas Schreckliches passiert. Das Wetter macht es nicht besser. Zu Beginn der Reise war es noch warm und sonnig, aber jetzt raubt der dichte Nebel jegliche Sicht. Wirklich ungemütlich. So habe ich mir diese Kreuzfahrt nicht vorgestellt. Mir ist, als würden wir überhaupt nicht vorankommen. Gefühlt werden die Tage immer kürzer und die Nächte erscheinen dafür unendlich lang. Und dann ist da noch diese seltsame Stimme. Ich höre sie häufig nachts, wenn ich aus dem Schlaf hochschrecke. Es ist eine Frau. Sie wandelt durch die Gänge und summt eine Melodie, die trauriger nicht sein könnte. Das Herz wird mir schwer, wenn ich daran denke. Vielleicht werde ich langsam verrückt. Beweis mir in Nummer 283. Einzelne herausgetrennte Seite eines Notizblocks, unterzeichnet von V.Petre. Heute Nacht ist es besonders unruhig unter Deck. Die Geräusche, die durch die Tür der Kajüte dringen, rauben mir den Schlaf. Ich spüre, dass er was Grauenhaftes durch die Gänge wandelt. Es versteckt sich tief im Herzen dieses gottverlassenen Schiffes. Ich habe damit begonnen, mir meine Sorgen und Gedanken von der Seele zu schreiben. Vielleicht hilft es mir eines Tages dabei, all das hier zu verstehen. Anfangs haben mich die anderen Crewmitglieder für meine Schreiberei belächelt. Aber jetzt ist es anders. Ich sehe es an ihren Gesichtern. Sie haben Angst. Immer mehr Kabinen bleiben verlassen zurück. Von den jeweiligen Passagieren fehlt jede Spur, als hätte die verfluchte See dieser armen Seelen einfach verschluckt. Ganze Familien sind verschollen. Vor zwei Nächten habe ich wieder diese Stimme gehört. Sie singt das gleiche Lied wie immer. Es ist eine Sprache, die ich nicht verstehen kann. Aber die Melodie ist so traurig, dass mir das Herz schmerzt. In der Dunkelheit höre ich die älteren Besatzungsmitglieder tuscheln. Sie raunen sich gespenstische Gerüchte zu, von einer Frau in einem schwarzen Gewand. Bildschön soll sie sein und in ihren Kleidern wie eine Adlige aus längst vergangenen Zeiten wirken. Einige vermuten, dass es sich bei ihr um einen blinden Passagier handelt. Andere denken, dass sie selbst der Tod höchstpersönlich sei. Der alte Toma hat sie sogar als Trigoi bezeichnet. Wer auch immer diese Frau sein mag, ich vermute, dass sie nachts diese Melodie summt. Manchmal erinnern mich die Geschichten der Männer an ein Schauermärchen, das mir meine Großeltern früher oft erzählten. Von einer Frau in schwarz, deren Erscheinung von großem Unheil kündet und den Tod vieler Menschen voraussagt. Bisher war das in meinen Augen nichts weiter als purer Aberglaube. Aber mittlerweile bin ich selbst nicht mehr in der Lage zu unterscheiden, was real ist und was nicht. Doch als wäre all das nicht schlimm genug, werden auch noch die Nahrungsmittel langsam knapp. Vieles von dem, was wir zur Bewertung der Passagiere eingelagert hatten, ist bereits verdorben. Ich hätte mich heute Morgen fast übergeben, als ich die Maden im Kühlraum entdeckte. Zudem stank es fürchterlich nach Verwesung. Wie kann das nur sein? Die Nahrungsmittel hätten wochenlang frisch bleiben müssen. Ich befürchte, ich verliere allmählich den Verstand. Den bisherigen Erkenntnissen nach war V. Petre bei seinem Verschwinden gerade einmal 17 Jahre alt. Sein Name taucht auf der Liste für die Besatzungsmitglieder auf. Diesem Dokument nach war er als Küchenjunge angestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei ihm um den Sohn rumänischer Einwanderer handelt. Aktenvermerk vom 1. August 1986 Verfasser Detective J. Hetfield Der Ermittlungsakt wird eine Tonbandaufnahme beigelegt. Es handelt sich um den Mitschnitt eines Notrufes, der die Reederei heute Morgen per Funk erreichte. Handschriftliche Notizen Als dieser Funkspruch einging, befand sich das menschenleere Schiff bereits seit mehreren Wochen in unserer Obhut. In den Wetteraufzeichnungen lässt sich zum besagten Zeitpunkt nichts über ein entsprechendes Nebelfeld finden. Auszug aus dem Bericht der Spurensicherung 8. August 1986 Ergebnisse der äußeren und inneren Schiffsschau Allgemeinzustand Stellenweise stark verrostet Passt nicht zum Alter des Schiffes Anstrich großflächig bereits abgeblättert Befall von Muscheln und Seepocken am Schiffsrumpf Auffällig hier A. Untypische Spezies B. Befall ungewöhnlich stark fortgeschritten Abstriche und Proben an das Labor weitergegeben Leichenspürhunde schlagen auf allen Ebenen an Technik Ohne Befund Geräte arbeiten einwandfrei Maschinenraum Maschinen sind intakt und arbeiten einwandfrei Lachen geronnenem Blutes an mehreren Stellen aufgefunden Siehe auch Lichtbildmappen Abstriche wurden genommen und an das Labor geschickt Kabinen Unaufgeräumter Allgemeinzustand Wirken wie fluchtartig verlassen Persönliche Gegenstände Kleidung und Ausweispapiere Wurden allesamt zurückgelassen Blutantragungen und Überreste menschlichen Gewebes In einigen der Kabinen Nummern bitte beigefügter Liste entnehmen Frachtraum Ohne Befund Fracht vollständig und unversehrt Aktenvermerk vom 11. August 1986 Verfasser Detective Arsinger Der Bericht der Spurensicherung muss ergänzt werden Im Frachtraum wurden drei große Truhen aus Stein gefunden Die in keiner der Frachtlisten oder Logbücher auftauchen Die Steintruhen sind mit Zeichen und Schriftzügen einer bisher unbekannten Sprache verziert Eine Entsiegelung war vor Ort nicht möglich Die Objekte wurden für weitere Untersuchungen an das Archeology Department gegeben Schreiben des Archeology Departments vom 5. September 1986 Sehr geehrte Damen und Herren Im Folgenden erhalten Sie einen kurzen Sachstandsbericht zu den Beweismitteln Nummer 667 bis 671 Ihrer Fallakte 563-86 Den Untersuchungen nach stammen die Truhen aus Rumänien Ihre Entstehung datieren unseren Experten auf das 15. Jahrhundert Die Inschriften, die sich auf den Objekten befinden, stammen aus dem alten rumänischen, ungarischen und lateinischen Sprachgebrauch Bisher konnten noch nicht alle Texte lückenlos übersetzt werden Sobald die Übersetzer mit ihrer Arbeit fertig sind, erhalten sie hierzu unaufgefordert weitere Informationen Was den Inhalt der Truhen angeht, stehen die Mitarbeiter des Teams weiter vor einem Rätsel Die Bilder unserer modernen Hochleistungsscanner zeigen in allen Objekten sterbliche Überreste Die Form der Knochen ist untypisch und ließ sich bisher nicht einwandfrei einer Spezies zuordnen Es wird davon ausgegangen, dass es sich um mindestens ein weibliches Exemplar handelt Außerdem scheinen sich in einer Truhe die Überreste von mehreren Exemplaren gleichzeitig zu befinden Ihre Knochen wirken kleiner als die in den anderen beiden Objekten Von einer maschinellen Öffnung der Beweismittel wurde bisher abgesehen Da nicht gewährleistet werden kann, dass der Inhalt dabei unbeschädigt bleibt Sobald wir neue Ermittlungsergebnisse liefern können, werden wir uns unaufgefordert bei Ihnen melden Wir bitten Sie höftig, bis dahin von weiteren Sachstandsanfragen abzusehen Mit freundlichen Grüßen, Vorsitzende des Archeology Departments Dr. A. Stoker Beweismittel Nummer 361 Logbuch Letzter Eintrag, Datum unbekannt Uhrzeit 23.50 Uhr Schiffsführer Captain C. Turner Durchgeführte Überprüfungen keine Bemerkung Dieses Schiff ist verflucht Manchmal hört man seltsame Dinge Dumpfe Schreie und das Geräusch von Fingernägeln, die über etwas kratzen Immer mehr Passagiere verschwinden spurlos Die, die noch da sind, werden von grausigen Visionen und Erscheinungen geplagt Fremdartige Männer und Frauen, die hämisch lachend durch die Gänge tanzen Blut besudelt Viele Male habe ich sie bereits selbst gesehen Sogar jetzt In diesem Moment, während ich diese Zeit entschreibe Kann ich sie hören Sie kommen näher Gott hat uns verlassen und nun wird uns der Teufel holen Unser aller Verstand ist fair Verfügung des Director of the Federal Paranormal Agency vom 31. Oktober 1986 1. Die Akte inklusiver sämtlicher den Fall betreffenden Beweismittel sind unter Verschluss zu halten 2. Die wahren Hintergründe zum Ghost Ship Rosemary unterliegen strengster Geheimhaltung und sind gegenüber der Öffentlichkeit zu verschweigen Die betreffenden Texte sind in den Akten zu schwärzen 3. Mit sofortiger Wirkung wird die Öffnung der Objekte 667 bis 671 beschlossen Der Inhalt ist sofort an die zuständige medizinische Abteilung zu übergeben Ein entsprechendes rechtsmedizinisches Gutachten wird zeitgleich mit dieser Verfügung in Auftrag gegeben 4. Eine Verjährungsfrist tritt nicht ein Bis zum vollständigen Abschluss des Verfahrens bleiben die Akten geöffnet Nach Ablauf der Überprüfungsfrist sind diese der Task Force Cold Cases vorzulegen 5. Eine Veröhnungsfrist die nächste Funktion 5. Ein Wunschungsgefährdiert nau 5. Ein Wunschungs percep entitled 6. Ein Wunschungsgefährdigiöng 3. Gott 마� Frank Isaac 6. Ein Wunschwolf 6. Ein Wunschungsbes15 11. Ein Wunschungsgerd puerta 6. Ein Wunschungsgerd 헤əð oh Trage 6. Ein Wunschungsgerdähe 6. Ein Wunschungsgerd Gallery The Road So Far von L.E.K. Road Dunkelheit umgibt mich. Meine Lieder fühlen sich bleich schwer an, als würden unsichtbare Gewichte sie nach unten ziehen. Als ich blinzelnd die Augen öffne, muss ich mit Erschrecken feststellen, dass ich kurz davor bin, von der Fahrbahn abzukommen. Hektisch reiße ich das Lenkrad herum, woraufhin der Wagen ins Schlingern gerät. Es dauert einen Moment, bis ich die vollständige Kontrolle über das Auto wiedererlangt habe. Mensch, Jack, pass doch auf, schnaubt Samuel neben mir. Seine Finger haben sich so fest um den Angstgriff des Fahrzeugs gelegt, dass seine Knöchel weiß hervortreten. Dunkelheit, nur schläge ich verlegen und werfe über den Spiegel einen Blick zu John, der hinter Samuel auf der Rückbank sitzt. Sein Gesicht ist kreidebleich und die Hand ruht auf seiner Brust, als würde er versuchen, sein schlagendes Herz zu beruhigen. Angestrengt starte er aus dem Seitenfenster hinaus. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon auf dieser Straße unterwegs sind. Die Uhr am Armaturenbrett hat den Dienst versagt. Die aufblinkenden Ziffern zeigen stur die Uhrzeit 3.33 Uhr an. Draußen herrscht absolute Dunkelheit. Weder Bäume, Sträucher noch Begrenzungspfeiler sind zu erkennen. Aufkommender Nebel verschluckt immer mehr Licht meiner Scheinwerfer, sodass die Sicht auf wenige Meter beschränkt ist. Es ist, als würden wir durch ein trübes, endloses Nichts fahren. Der Himmel scheint Wolken verhangen, denn weder Mond noch Sterne spenden auch nur einen Funken Licht. Fehlte ich also büde, geht John hinter mir und lehnt die Stirn gegen die Fensterscheibe. Neben mir brummt Samuel zustimmend. Tatsächlich fühle auch ich mich schläfrig. Mein Gehirn ist kaum in der Lage, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Mir ist, als wäre mein Kopf in dicke Watte gepackt. Nur ein einziger Wunsch schwert in meinem Kopf umher, wie ein Nachtfalter um das Licht. Ich will nach Hause. Scheiße, Jack da vorne! In Reaktion auf Johns panisches Gebrüll trete ich geistesgegenwärtig auf die Bremse. Mit quietschenden Reifen kommt der Wagen nach einigen Metern zum Stehen so abrupt, dass es unsere Körper ein Stück aus den gepolsterten Sitzen hebt. Ängstlich hebe ich meinen Blick flehende Gebete in den Himmel schickend, dass ich nichts angefahren habe, was soeben als schemenhafte Silhouette im Scheinwerferlicht zu sehen war. Was im Teufel, keucht Samuel. Fassungslos sieht er zu dem Mann, der da vor uns steht. Die Stoßstange des Wagens ist nur wenige Zentimeter vor seinen Knien zum Stillstand gekommen. Breit grinsend hebt er seine Hand und winkt uns zaghaft zu. Fuck, alles in Ordnung bei Ihnen? Rufe ich ihm aus der halb geöffneten Fahrertür zu. Es ist nichts passiert, antwortet er in einem fröhlichen Ton. Fast schon zu fröhlich, wenn man die Umstände dieser Situation genauer betrachtet. Bin ja auch selbst schuld, wenn ich in dieser nebligen Dunkelheit auf die Straße springe. Aber ich brauche dringend Hilfe. Meine Karre ist verreckt und an diesem gottverlassenen Ort gibt es kein Handyempfang. Könntet ihr mich vielleicht bis zur nächsten Stadt mitnehmen? Während er spricht, deutet er mit dem Zeigefinger in die Richtung, in der vermutlich sein Fahrzeug steht. Angestrengt blinzelnd versuche ich etwas zu erkennen, aber der Nebel ist mittlerweile einfach zu dicht. Ich werfe einen unsicheren Blick in die Gesichter meiner Freunde. Wir können ihn hier nicht mitten in der Nacht stehen lassen. Das würde schon fast an unterlassener Hilfeleistung grenzen, flüstert Samuel Mitsu, den Oberkörper leicht in meine Richtung geneigt. Ich habe tatsächlich auch keinen Empfang. Wir sollten ihn wirklich mitnehmen. Was soll schon passieren? Wir sind zu dritt, er allein. Pflichtet John ihm bei. Er schüllt sein Telefon, hält es hoch und wandert dann mit der Hand von links nach rechts, als ob es dabei helfen würde, stärkeren Empfang zu bekommen. Steigen Sie ein! Wir nehmen Sie mit! fordere ich den Fremden bemüht freundlich auf. Vielen Dank, euch hat der Himmel geschickt, antwortet der Mann, als er hinter mir auf der Rückbank Platz nimmt. Ein seltsamer Ton schwingt in seiner Stimme mit. Für einen Moment ist mir, als würde ich so etwas wie Hohn oder Spott heraushören. Während ich meinen Wagen weiter die Straße entlang steuere, huschen meine Augen immer wieder zum Rückspiegel, über den ich eingehend unseren neuen Mitfahrer betrachte. Er sieht unscheinbar schon fast sympathisch aus mit dem leichten Lächeln auf seinen Lippen. Dunkles Haar hängt ihm in vorwitzigen Fransen in die Stirn hinein. Ungewöhnlich jedoch ist die Farbe seiner Augen. Selbst in dieser Dunkelheit scheint das Eisblau seiner Iris zu strahlen. Als sich unsere Blicke im Spiegel treffen, sehe ich etwas beschämt wieder auf die Fahrbahn. Ich kann nicht sagen, wie lange wir vier so schweigend dasitzen. Es herrscht eine seltsame, fast schon gespenstische Stille im Wageninneren, die nur von den leisen Geräuschen des Motors unterbrochen wird. Mir ist jegliches Zeitgefühl abhandengekommen. Konzentriert darauf, nicht noch weitere beinahe Unfälle zu verursachen, stiere ich nach vorne. Nach einer Weile nehme ich aus dem Augenwinkel Bewegungen wahr. Zunächst kann ich nicht richtig erkennen, was am Rande der Straße vor sich geht. Doch je weiter wir vorankommen, desto deutlicher scherlen sich menschliche Gestalten aus den wabernden Nebelschwaden. Männer und Frauen wandern zu beiden Seiten des Fahrwegs in entgegengesetzter Richtung an uns vorbei. Manche von ihnen strecken die Arme aus, als würden sie uns winken oder nach uns greifen wollen. Andere wiederum scheinen uns gar nicht zu bemerken. Im Vorbeiziehen sehen ihre Gesichter in der trüben Nebelbrühe seltsam verzerrt aus. Wie dämonische Fratzen, die uns aus leeren Augenhöhlen anstarren. Eine Gänsehaut jagt über meinen gesamten Körper, bringt meine Haut zum Prickeln. Was ist denn hier los? Raun Samuel verwundert, während er mit seinem Blick einigen der Gestalten folgt. Vielleicht war irgendwo eine Party, die vorbei ist. Könnten irgendwelche Gäste sein? Zinniert John. Sein Tonfall verrät, dass er seinen eigenen Worten keinen Glauben schenkt. Nichts Ungewöhnliches für diesen Ort, stellt der fremde Schulterzucken fest. Ich runzle bei dieser Antwort die Stirn. Doch bevor ich mir überhaupt Gedanken zu seiner Aussage machen kann, lichtet sich plötzlich der Nebel um uns. Traut es seinem Glück allein, zufrieden klatscht Samuel in die Hände, als in einigen Metern Entfernung die Silhouette des Hauses, in dem sich unsere WG befindet, aus der milchigen Nebelsuppe schält. Das kann doch gar nicht sein. Eigentlich dürfte es nicht hier stehen. Wo sind die anderen Häuser? Warum sind wir nicht an der Kirche und dem Marktplatz vorbeigekommen? Und woher zum Teufel kommt dieses gleißende Licht? Sind das aber Scheinwerfer von einem entgegenkommenden Wagen? Der helle Schein brennt so unangenehm in meinen Augen, dass ich die Hände hochhalte, um sie abzuschirmen. Hastig blinzle ich die Tränen weg, die sich in meinen Augenwinkeln gesammelt haben. Was zur Hölle! Ungläubig sehe ich mich um. Es ist Tag hell, als würde die Sonne hoch oben am Himmel stehen. Doch als ich den Blick über das Lenkrad nach oben richte, ist da nichts als ein einheitliches, grelles Grau. Plötzlich ist ein leises Platschen zu hören. Dicke Regentropfen, die vereinzelt auf dem Glas der Windschutzscheibe zerplatzen. Innerhalb von Minuten nimmt der Regen an Intensität zu, bis das laute Prasseln unangenehm in meinen Ohren dröhnt. Ist das da etwa unser Auto? Stammelt Samuel irritiert und deutet mit zitterndem Finger auf den anthrazitfarbenen Opel, der auf der Einfahrt vor dem Haus steht. Das ist unmöglich, flüstere ich. Wie kann das Fahrzeug dort stehen, wenn wir doch hier in eben jenem Wagen sitzen? Ich nehme durch eines der Fenster im oberen Stock Bewegungen wahr. Langsam, fast wie in Zeitlupe, wandert mein Blick die Hausfassade hinauf. Meine Augen weiten sich, als ich erkenne, wer dort steht, oberkörperfrei die Zahnbürste im Mund. Das ist absolut unmöglich. Mit offenem Mund starrt John ebenfalls hinauf zu dem Fenster, an dem er selbst steht und sich die Zähne putzt. Für einen Moment betrachte ich die surreale Szenerie, als Johns Doppelgänger plötzlich von etwas oder jemandem nach hinten gezogen wird und aus unserem Blickfeld verschwindet. Erschrocken zucken Samuel und ich zusammen. Verdammte Scheiße! Was war das, Jack? brüllt Samuel, wobei das unfassbar laute Rauschen des Regens die Hälfte seiner Worte verschluckt. Keine... Als ich mich zu John umdrehe, bleiben mir die Worte im Hals stecken. Er ist leichenblass. Seine Hände umschlingeln die eigene Kehle. In dem Versuch, etwas zu sagen, öffnet er den Mund. Doch anstatt Wörter quillt nur ein Schweil Blut hervor. Röcheln starrt er hinunter auf die Füße. Sein gesamter Körper beginnt zu zittern, während er den Griff um seinen Hals nur weiter verstärkt. Zwischen seinen Fingern treten Blutstropfen hervor, rinnen die Hände hinab und tropfen auf die dunkle Auslegeware des Wagens. John! Fuck! Was ist mit dir? Wie ist er? Wie ist er? Ich... presst er zwischen blutverschmierten Lippen hervor. Ich will meine Hand nach ihm ausstrecken, doch da ruft plötzlich Samuel meinen Namen. In der Bewegung verharrend sehe ich zu ihm. Quer über seinem Bauch klafft eine tiefe Wunde, die den Blick aus sein Inneres freigibt. Mit seinen Händen versucht er zurückzudrücken, was nach außen gequollen ist. Oh Gott, würge ich. Es kostet mich alle Kraft, mich nicht sofort zu übergeben und das ekelerregende Gefühl herunterzuschlucken. Angewidert rümpfe ich die Nase und halte mir die Hand vor dem weit aufgerissenen Mund. Gott ist nicht hier. War er nie und wird er nie sein. Was? Mein Kopf schießt in Richtung des Anhalters. Bei all dem Grauen um mich herum habe ich seine Anwesenheit komplett ausgeblendet. Wie ist das überhaupt möglich? Und wieso sitzt der Seelen ruhig da, während ich dabei bin, meinen Verstand zu verlieren und dem Wahnsinn anheim zu fallen? Kannst du dich wieder erinnern? Stirnrunzeln sehe ich zu ihm. Ich habe keine Ahnung, wovon dieser kranke Bastard da spricht. Jack, warum tust du mir das an? Mein Blick wandert zurück zu Samuel, der mich hilfesuchend ansieht. Sein Gesicht ist gezeichnet von unbeschreiblichem Schmerz. Wovon redest du da? Ich würde dir nie etwas antun, entgegne ich kopfschüllend. Plötzlich spüre ich, wie hinter mir in den Körper des fremden Bewegung kommt. Er legt mir eine Hand auf die Schulter und zieht sich ein Stück nach vorne, sodass seine Lippen fast mein Ohr berühren. Sein Atem streicht unangenehm warm über meine Wange. Ich sehe hinunter auf seine Fingernägel. Sie sind lang, fast krallenartig und dunkel verfärbt. Bist du dir sicher, dass du den beiden nie etwas tun würdest? Sieh noch einmal genauer hin. Ich will dagegen halten, doch die Widerworte setzen sich in meiner Kehle fest, als ich meine eigenen zitternden Hände betrachte. Sie sehen aus, als hätte ich sie in einen Eimer Farbe getaucht. Dickflüssig tropft die rote Suppe von meinen Fingerspitzen hinunter auf meinen Schoß, wo sie sich sofort in die hellen Faser meiner Jeanshose frisst. Als das Geräusch einer sich laut schließenden Tür ertönt, sehe ich mich selbst durch den Regen zu dem Auto eilen, das in der Einfahrt steht. Die innerhalb von Sekunden durchnässte Kleidung ist blutbesudelt. Es sieht aus, als hätte ich darin gebadet. In der Hand meines Doppelgängers blitzt die lange Klinge eines Küchenmessers auf. Nachdem er sich in das Auto gesetzt hat, rast er mit quietschenden Reifen davon, direkt an uns vorbei. Als meine Augen ihm folgen wollen, bleiben sie am Rückspiegel hängen. Es ist das pure Böse, das mir von dort entgegenblickt. Herzlich willkommen in deiner eigenen Hölle, Jack. Die zuvor noch strahlenden Augen des Anhalters haben sich verändert. Sie glänzen in einem seelenlosen Schwarz. Das unnatürliche Grinsen, zu dem sich seine Lippen verzogen haben, entblößt eine Reihe messerscharfer Zähne. Um mich herum verschwimmt alles zu einem farblosen Strudel. Das ist nicht real. Flüstere ich mir immer wieder selbst zu, trommel er dabei mit den Fäusten gegen meinen Kopf. Durch den Regen hindurch dringen weitere Geräusche an mein Ohr. Sirenen, Reifen, die quietschen, Glas, das zersplittert. Ich kann einen Aufprall hören, Metall, das sich verbiegt. Dann, ganz plötzlich, ist er gar nichts mehr. Eine unwirkliche Stille Held Einzug. Dunkelheit umgeht mich. Meine Lider fühlen sich bleisch schwer an, als würden unsichtbare Gewichte sie nach unten ziehen. Als ich blinzelnd die Augen öffne, muss ich mit der Schrecken feststellen, dass ich kurz davor bin, von der Fahrbahn abzukommen. Hektisch reiße ich das Lenkrad herum, woraufhin der Wagen ins Schlingern gerät. Aktenzeichen ST-13-0666-22 Ermittlungsverfahren gegen Jack W. Verstorben. Tatvorwurf Mord in zwei Fällen. Auszug aus der Sachverhaltsdarstellung des Ermittlungsberichts. Nach Durchführung der beiden Taten verließ der Beschuldigte fluchtartig das Gebäude. Die Leichen seiner Opfer und ehemalige Mitbewohner Samuel C. und John W. verblieben dabei am Tatort. Aufgrund massiv überhöhter Geschwindigkeit sowie der witterungsbedingten schlechten Sicht und Straßenverhältnisse, starke Regenfälle, kam der Beschuldigte in einem Waldstück nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen kam es zu einem Unfall, bei dem sein Fahrzeug mit einem Baumstamm kollidierte. Rettungskräfte mussten den Beschuldigten aus dem Unfallwagen herausschneiden. Vor Ort konnte der alarmierte Notarzt lediglich den Tod des Beschuldigten feststellen. Die Hinterbliebenen des Opfers sowie des Täters wurden noch in dieser Nacht von je zwei Polizeibeamten in Anwesenheit einer Trauerbegleiterin über das Ableben ihrer Verwandten informiert. Bei der Staatsanwaltschaft wird beantragt. Die Hinterbliebenen wird beantragt. In Anwesenheit Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, Bücher. Und falls du dich für gute, gruselige Bücher interessierst, oben rechts am Bildschirm ploppt jetzt ein kleines I auf. Da kannst du mal draufklicken. Und hier findest du einen Link zu Ellies Buch Albtraumfänger – Die Finsterberg-Chroniken. Albtraumfänger ist ein Kurzgeschichten-Sammelband über die fiktive Kleinstadt Finsterberg. Vordergründig ein idyllisches Fleckchen. Doch wer es wagt, hinter die Fassade dieser Idylle zu blicken, wird erkennen, dass Finsterberg ein düsterer, seltsamer und widernatürlicher Ort ist. Wenn dich das neugierig gemacht hat, klick auf den Link oben rechts und hab viel Spaß mit einem tollen Buch von einer tollen Autorin. So still die Nacht Eine Weihnachtsgeschichte von Ellie K. Road Kapitel 1 Das lange Warten hat ein Ende. An diesem Samstag öffnet der Höllheimer Weihnachtsmarkt pünktlich zum Beginn der Adventszeit seine Tore. Die Besucher erwartet ein breit gefächertes Angebot. Vom Flammkuchen über Glühwein bis hin zum selbst geschnitzten Lichterbogen wird alles angeboten, was das Herz eines echten Weihnachtsfans höher schlagen lässt. Laut den Veranstaltern wird das Rahmenprogramm einige Überraschungen für die Gäste bereithalten, denn der traditionsreiche Markt jährt sich bereits zum 100. Mal. Besonderes Highlight eine uralte Wahrsagerpuppe. Vermutig genug ist, darf sich von ihr die Zukunft vorhersagen lassen. Bei der Puppe handelt es sich um eine Leihgabe des Höllheimer Museums. Hergestellt wurde sie von Armin Marsch. Dieser kam 1901 in Höllheim zur Welt und zählte Anfang der 30er Jahre zu den bekanntesten Herstellern von Porzellanpuppen in ganz Deutschland. Seine Loreley-Kollektion, eine Serie aus insgesamt 13 weiblichen Puppen, ist unter Sammlern heiß begehrt. Doch was macht die Wahrsagerpuppe so besonders? Will man als Besucher den alten Geschichten Glauben schenken, so soll ein gehässiger Geist von ihr Besitz ergriffen haben. Einige Mitarbeiter des Museums behaupten bis heute, dass sie gehört hätten, wie die Puppe kicherte. Außerdem hätte sie ihnen ungefragt die Zukunft vorhergesagt. Angeblich seien die getroffenen Vorhersagen allesamt wahr geworden. Aberglaube oder Realität? Machen sie sich ein eigenes Bild. Und wer es lieber besinnlich angehen will, der schlendert einfach gemütlich durch die romantischen Gassen der Altstadt. Ich verstehe wirklich nicht, wie man selbst zur Weihnachtszeit so scharf auf irgendwelchen Hokus-Pokus sein kann, brummt Felix mürrisch. Für einen kurzen Moment sieht er in den Rückspiegel, wo sein Blick auf den von Jenny trifft. Die junge Frau, die auf der Rückbank hinter ihm sitzt, zuckt nur kurz mit den Schultern, bevor sie sich wieder dem Zeitungsartikel in ihrer Hand widmet. Während sie schweigend die Schwarz-Weiß-Fotografie betrachtet, die in den Text eingebettet wurde, wickelt sie sich gedankenverloren eine ihrer kastanienbraunen Locken um den Zeigefinger. Auf der grobkörnigen Aufnahme sind ein streng dreinblickender Mann und ein hübsches Mädchen mit langem Haar abgebildet. Sie sitzen beide Kerzen gerade in steifer Pose auf einem Stuhl und blicken direkt in die Kamera. Armin Marsch und seine Tochter Loreley 1934 steht in winzig kleinen Buchstaben unter dem Bild geschrieben. Jenny kneift die Augen zusammen. Bei genauerer Betrachtung wirkt es ein wenig, als würde jemand hinter dem Stuhl des Mädchens stehen. Die Qualität des Fotos ist allerdings so schlecht, dass nicht mehr als eine schemenhafte Gestalt zu erkennen ist. Es könnte sich auch um einen Schatten oder einen Belichtungsfehler handeln. Mädels, müssen wir da wirklich hin? Wollen wir nicht lieber wieder nach Hause fahren, eine Pizza bestellen und Kevin allein zu Hause schauen? Schlägt Felix vor, wobei er einen verzweifelten Blick in Richtung seiner Freundin wirft, die schmunzelnd neben ihm sitzt. Vergiss es, du hast es uns versprochen. Und am Versprechen muss man sich? Halten! mahnt Sabine ihren Liebsten mit erhobenem Zeigefinger, was dieser nur mit einem stummen Augenrollen quittiert. Ein unangenehmes Schweigen breitet sich im Inneren des Wagens aus. Zur Ablenkung sieht Jenny aus dem Fenster, doch sonderlich viel ist nicht zu erkennen. Obwohl der Abend nicht allzu weit vorangeschritten ist, herrscht draußen bereits tiefe Dunkelheit. Sterne glitzern am Nachthimmel, während vereinzelte Schneeflocken gemächlich auf den feuchten Asphalt rieseln. Die Welt sieht aus, als hätte man sie mit Puderzucker bestäubt. Auf allem liegt eine dünne Schicht aus frisch gefallenem Schnee. Erklärt mir doch bitte nochmal, was an der Puppe von diesem Ollen-Typen so toll ist, dass es sich lohnt, über eine Stunde durch die Pampa zu tuckern, unterbricht Felix erneut die Stille. Sabine, als deine Schwester muss ich dir sagen, dass dein Freund echt hinterm Mond lebt. Kichert Jenny, bevor sie sich ein Stück nach vorne beugt, damit Felix sie über die Musik des Autoradios hinweg besser verstehen kann. Der Name von dem Ollen-Typen ist Armin Marsch und würdest du dich ein bisschen für True Crime interessieren, so wie ich es tue, wäre dir das jetzt ein Begriff. Jenny betrachtet für einen Moment Felix, der daraufhin nur unwissend den Kopf schüttelt. Seufzend fährt sie fort. Im Sommer diesen Jahres berichteten die Medien über den Mord an einer jungen Frau. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Täter um den Lebensgefährten des Opfers handelt, der spurlos verschwunden ist. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten sie ihn bis heute nicht ausfindig machen. Aber das ist nicht das einzig Dubiose. Laut Insider-Informationen wurde angeblich am Tatort eine Puppe sichergestellt, die aus der Loreley-Kollektion stammen soll. Doch bei Durchsicht der Asservatenkammer sei diese Puppe nicht mehr auffindbar gewesen. Als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Im Internet häufen sich mittlerweile Geschichten und Berichte von gleichartigen Tatorten, an denen offenbar ebenfalls Puppen aus der Loreley-Kollektion gefunden worden seien. Und all diese Beweismäle sind verschwunden, wie von Geisterhand. Es gibt mittlerweile eigene Webseiten, die sich mit der Theorie beschäftigen. Das Armin Marsch... Und was hat das jetzt mit Weihnachten zu tun? Das hört sich alles schrecklich an und überhaupt nicht besinnlich, unterbricht Felix Jennys Ausführungen. Versuche es gar nicht erst zu verstehen, Schatz. Ist so ein True-Crime-Ghost-Hunter-Ding, scherzt Sabine und tätschelt ihm dabei liebevoll den Oberschenkel. Ist jetzt sowieso egal. Wir sind nämlich gleich da. Er widert Felix und deute mit dem Zeigefinger nach vorne, ohne dabei die Hand vom Lenker zu nehmen. Als Jenny aus der Frontscheibe sieht, erkennt sie die immer größer werdenden Lichter einer kleinen Stadt. Kapitel 2 Haucht Jenny. In ihren vor Erstaunen weit geöffneten Augen reflektiert sich der Schein der unzähligen Lichter, welche sich an der Kette um den mächtigen Weihnachtsbaum schlängeln, der sich vor ihr in den Nachthimmel erhebt. Riesige, weinrote Kugeln schmücken die buschige Tanne, um die herum der Markt aufgebaut ist. In der Luft liegt der süße Duft von gebrannten Mandeln und Punsch. Hübsch dekorierte Hütten aus dunklem Holz schwiegen sich in die verschlungenen Straßen des Ortes. Aus ihrem Inneren heraus bieten die verschiedensten Händler ihre Waren an. Handgestrickte Schals und Mützen, Holzfiguren, Kerzen und Räucherwerk bei diesem Sortiment bleiben keine Wünsche offen. Der Markt ist gut besucht. Dicht an dicht drängeln sich die Menschen auf den Wegen, die zu beiden Seiten Essens- und Handwerkerstände säumen. Über allem liegt der Geruch von deftigen Mahlzeiten und sündhaften Schleckereien. Ich nehme Anja Wolk gleich zu der Puppe, fragt Felix seine beiden Begleiterinnen. Während er spricht, formt sein Atem winzige Wölkchen, die träge in den Himmel emporsteigen. Ja, und wenn wir damit fertig sind, lade ich euch als kleines Dankeschön ein, nickt Jenny eifrig. Ein zarter Rotschimmer hat sich auf ihre Nase und die Wangen gelegt. Zufrieden stellt sie fest, dass sich Felix Mine bei dem Gedanken an eine heiße Tasse Glühwein erhält. Die Freunde schieben sich vorbei an gut besetzten Tischen, von denen lautes Gelächter zu ihnen halt. Ich sehe sie, ruft Jenny ihrer Schwester freudig über die Schulter hinweg zu. Das ist das Ding? Sieht irgendwie gruselig aus, wenn ihr mich fragt. Mit skeptischem Blick betrachtet Felix den Glaskasten, hinter dessen Wänden die lebensgroße Puppe sitzt. Vor ihr steht ein hölzernes Tischstein, auf dem ein Stapel Tarotkarten liegt. Zu Jennys Überraschung stellt die Puppe einen Mann dar. Das markante Gesicht und die schlanken Hände sind aus Porzellan gefertigt. Gekleidet ist er in einen dunklen Anzug, dessen Weste mit aufwendigen Ornamenten verziert ist. Langsam geht Jenny einige Schritte auf den Kasten zu. Dabei beschleicht sie einen kurzen Moment lang der ehrwitzige Gedanke, dass die leblosen Augen der Puppe sie verfolgen. Weißt du, wie sie funktioniert? Erkundigt sich Sabine bei ihrer jüngeren Schwester, während sie selbst Ausschau nach einer Bedienungsanleitung hält. Ich schätze mal, wir müssen eine Münze einwerfen, antwortet Jenny und deutet dabei mit dem Finger auf den Einwurfschlitz, der sich an der rechten unteren Ecke der Glasvitrine befindet. Na dann, probieren wir es aus. Einige Sekunden lang nestelt Sabine an ihrer Manteltasche herum, bevor sie ein glänzendes Zwei-Euro-Stück hervorzaubert. Mit einem leisen Klirren verschwindet das Geld in der dafür vorgesehenen Öffnung und augenblicklich wird der Puppe Leben eingehaucht. Sie beginnt sich zu bewegen, scheint sich aufzurichten. Ihr Körper dreht sich in Sabines Richtung und aus kleinen Lautsprechern dringt eine bleierne Stimme. Sabine richtet einen nachdenklichen Blick gen Himmel. Plötzlich huscht ein breites Grinsen über ihr Gesicht und sie macht einen Schritt auf die Puppe zu. Liegt unter dem Weihnachtsbaum ein Verlobungsring für mich? fragt sie. Dabei schielt sie mit einem schämischen Grinsen in Richtung ihres Freundes, der daraufhin nur schmunzelnd den Kopf schüttelt. Ein mechanisches Quietschen ist zu hören und wieder kommt Bewegung in die Puppe. Sie hebt einen Arm und dreht den Oberkörper ein Stück, sodass ihre Hand wenige Zentimeter über den Tarok anschwebt. Es erklingt ein Geräusch, als würde jemand Papiere durchblättern. Dann ertönt wieder die Stimme. Sabine kann sich einen kurzen Jubelruf nicht verkneifen. Na, was sagt der Herr jetzt? Hör auf die Gruselpuppe und kauf mir einen Ring. Kichert sie mit verschränkten Armen in Felix' Richtung. Aber noch bevor ihr Freund etwas antworten kann, wirft sie sich ihm auch schon lachend in die Arme. So, jetzt bin ich dran. Flüstert Jenny und versenkt ebenfalls ein Geldstück im Münzeinwurf. Du darfst eine Frage stellen. Wähle sie mit Bedacht. Wie sieht meine Zukunft aus? Ist sie schön? Diesmal bewegt sich die Puppe nicht. Sie antwortet sofort, ohne die Hand zu den Tarokkarten zu führen. Auch ihre Stimme hat sich verändert. Sie klingt tief und rau, irgendwie unmenschlich. Die Worte, die an Jennys Ohr dringen, lassen ihr das Blut in den Adern gefrieren. Ich habe gesagt, eine Frage, Mistik. Du hast keine Zukunft. Du wirst heute Abend hier elendig verracken. Panisch sieht Jenny zu ihrer Schwester, die weiterhin unbeeindruckt mit Felix herumpussiert. Habt ihr das gehört? Will sie mit erstickter Stimme wissen, doch die Turteltauben sehen sie nur verdutzt an. Ihr habt doch mitbekommen, was dieses Ding da gerade zu mir gesagt hat, oder? Bord Jenny weiter nach. Nein, haben wir nicht. Da ist gerade eine Gruppe Kinder vorbeigelaufen. Die waren richtig laut, da konnte ich nichts mehr verstehen. Entgegnet Sabine und deutet dabei auf eine Handvoll Kinder, die laut jauchzend an einem Stand mit Magenbrot und Lebkuchen anstehen. War es denn eine gute Vorhersage? Ich, nein, das war schrecklich, stottert Jenny nicht imstande dazu, einen klaren Gedanken zu fassen. Ladies, genug geplaudert. Mir wurde ein Glühwein versprochen. Und was man verspricht, muss man auch halten. Mischt sich plötzlich Felix ein, der von hinten jeweils einen Arm um die Schulter von Jenny und Sabine legt. Ohne auf Jennys Gestammel einzugehen, schiebt er die beiden jungen Frauen in die Richtung des nächstgelegenen Getränkestandes. Kapitel 3 Du musst schon trinken, sonst wird er kalt und dann schmeckt er nicht mehr. Irritiert sie Jenny zu Sabine, die sie soeben aus ihren Grübeleien gerissen hat. Mit hochgezogenen Augenbrauen deutet Sabine auf die dampfende Tasse, die unangetastet vor Jenny auf dem Tisch steht. Achso, ja, murmelt sie und umfasst dabei vorsichtig ihren Becher. Die Wärme legt sich angenehm auf ihre Handinnenflächen, doch kann sie nicht die Übelkeit vertreiben, die sich in Jennys Magen ausbreitet. Als sie das Heißgetränk anhebt, um daran zu nippen, fällt ihr Blick auf das Innere der Tasse. Ein lautes Geräusch ertönt, als das Keramikgefäß auf dem Boden aufschlägt. Fassungslos starrt Jenny hinunter auf das Knäuel lebendiger Maden, die sich speckig glänzend in den Überresten ihres Glühweins winden. Ach du meine Güte, Jenny, ist alles in Ordnung bei dir? keucht Sabine erschrocken. Behutsam legt sie eine Hand auf die Schulter ihrer Schwester, die sie daraufhin entgeistert ansieht. Siehst du das denn nicht? Das ist widerlich. Das letzte Wort aus Jennys Mund ist nicht mehr als ein Flüstern. Verwundert blickt sie hinunter. Dort, wo sich eben noch das Ungeziefer tummelte, ist nicht mehr zu sehen als ein mit Wein besudelter Pflasterstein und die Überreste ihrer zerbrochenen Tasse. Keine Ahnung, wovon du sprichst, erwidert Sabine. Besorgnis zeichnet ihr Gesicht. Können wir bitte nach Hause gehen? wimmert Jenny leise. Ihre Schwester nickt daraufhin zwar mit dem Kopf, doch bevor sie den Mund öffnen und antworten kann, mischt sich Felix ein. Ich bin doch nicht ewig durch die Gegend gefahren, nur damit wir nach 20 Minuten wieder die Biege machen. Lasst uns wenigstens einmal über den gesamten Markt spazieren. Ohne auf die Proteste seiner beiden Begleiterinnen zu hören, kämpft er sich seinem Weg durch die Besuchermengen hindurch. Kommt schnell, bevor wir ihn aus den Augen verlieren, mahnt Sabine Jenny und greift nach ihrer Hand. Gemeinsam setzen sie sich in Bewegung. Auf einmal ertönen laute Trommelschläge. Wie angewurzelt bleibt Jenny stehen. Ein Dudelsack beginnt zu spielen und plötzlich teilt sich das Meer aus Besuchern. Zum Vorschein kommt eine Gruppe aus fünf verkleideten Menschen. Sie tragen seltsame Masken, dämonische Grimassen geschnitzt aus dunklem Holz und geschmückt mit Geweihern und Pelzen. Einige von ihnen haben Fackeln dabei. Die wildlodernden Flammen werfen bedrohliche Schatten auf die vermummten Gesichter der Maskierten, sodass ihr Antlitz nur noch unheimlicher wirkt. Einer der Gaukler nestelt eine bauchige Flasche von seinem Gürtel. Er setzt das Mundstück an, nimmt einen großen Schluck und spuckt die Flüssigkeit in die Flammen. Ein Feuerschwall erhebt sich gegen Himmel und vor lauter Schreck schlägt Jenny sich die Hände vors Gesicht. Als sie die Arme wieder sinken lässt, kann sie mit Mühe und Not einen Schrei unterdrücken. Fassungslos starrt sie in die leeren Augenhüllen der dämonischen Fratze, die sich direkt vor ihrem Gesicht befindet. Einer der Feuerspucke hat sich vor ihr aufgebaut und starrt nun schweigend auf sie hinab. Er ist mindestens einen ganzen Kopf größer als Jenny und macht keine Anstalten sich auch nur einen Zentimeter zu rühren. Reflexartig wendet sie sich von ihm ab, stößt dabei aber unbeabsichtigt mit jemandem zusammen. Entschuldigen Sie bitte, keucht sie ängstlich, doch der Mann, gegen den sie gerämpelt ist, würdigt sie keines Blickes. Stattdessen stapft er unbeirrt an ihr vorbei und nuschelt, sie hat immer recht, sie spricht nur die Wahrheit. Als sie sich noch einmal zu ihm umdreht, ist er bereits verschwunden. Scheiße, was ist hier nur los? Fürstert Jenny sich selbst zu. Hektisch hält sie nach Sabine und Felix Ausschau. Sie hat die beiden in all der Aufregung aus den Augen verloren. Panisch sieht sie sich um. Ihr Atem beschleunigt sich, das Herz schlägt ihr bis zum Hals. Sie stellt sich auf die Zehenspitzen in der Hoffnung, ihre Begleiter über die Köpfe der anderen Besucher hinweg erkennen zu können, doch all das ist vergebens. Seufzend vergibt Jenny die Hände in ihren Jackentaschen. Eine schreckliche Unruhe, die sich wie ein schwarzer Schatten in ihrem Inneren ausbreitet, zwingt sie in Bewegung zu bleiben. Gezwungen langsam folgt sie dem Strom von Menschen, der sie an einer Reihe Verkaufsstände vorbeiführt. Immer skurriler wird die angebotene Ware, je weiter Jenny voranschreitet. Statt gläsernem Christbaumschmuck bieten die Händler unförmige Gebilde aus Stroh und Zweigen an. Manches sieht geradezu obskur aus. Anstelle von hübsch verzierten Adventskränzen werden karge Gebinde mit düsteren Kerzenpfeil geboten, die eher an eine Art Dornenkrone erinnern. An einer windschiefen Holzbude, aus der angeblich handgemachte Krippen verkauft werden, bleibt Jenny stehen. Seltsam muten die kleinen Modelle und Figuren an, die die heilige Familie im Stall zu Bethlehem darstellen sollen. Manche von ihnen bestehen aus den grotesk geformten Wurzeln eines knorrigen Baumes, während andere aussehen wie ein altes Hexenhäuschen mitten im Wald. In einigen von ihnen brennen kleine Lichter, als hätte jemand ein Feuer im Kamin entzündet. Mit verzerrten Gesichtern sterren die Figuren von Maria und Josef nach oben, die Hände zu einem verzweifelten Gebet gefaltet. Sie wirken so gar nicht selig, sondern voller Kummer und Angst. Die Futterkrippe, in der eigentlich friedlich schlummernd das Jesuskind liegen sollte, ist in all diesen Darstellungen stets leer. Dunkelrote Flecken sprengen stattdessen die goldenen Strohhalme. Am Giebel einer besonders großen Weihnachtsgrippe ist ein Engel befestigt. Was sonst mit goldenen Locken und freundlichem Lächeln friedvoll auf das Neugeborene hinab sieht, blickt hier mit gehässigem Grinsen und garstiger Miene auf das hochheilige Paar hinunter. Es wirkt, als würde es diesem Ding Freude bereiten, die Menschen zu seinen Füßen leiden zu sehen. Was soll das darstellen? flüstert Jenny mehr zu sich selbst. Doch plötzlich regt sich etwas im Schatten des Verkaufsstandes. Aus der Dunkelheit heraus schält sich der gekrümmte Körper eines alten Mannes. Schuppige, unreine Haut, durchzogen von tiefen Furchen, spannt sich über einen kahlgeschorenen Schädel. Als er den Mund öffnet, um zu sprechen, entblößt er zwei unvollständige Reihen gelber Zähne. Das ist ein Engel. Jenny wirft einen skeptischen Blick in Richtung des Verkäufers. Ihm fehlt ein Augapfel und es kostet sie alle Mühe, ihre Augen schnell wieder zu senken und nicht ungeniert auf die leere Augenhöhle zu starren. Ein Engel? Welcher soll das sein? Erkundigt sie sich und betrachtet dabei leicht nach vorne gebeugt die geschnitzte Figur. Satan! Sprachlos sieht sie hoch zu dem alten Mann, dessen Lippen sich zu einem breiten Grinsen verziehen. Satan? Wiederholt Jenny nach einigen Sekunden ungläubig. Ihre Stimme ist nicht mehr als ein brüchiges Flüstern. Natürlich! Unser Lichtbringer Lucifer! Auch er ist ein Engel, antwortet der fremde Kopfnickend. Schweigend wendet sich Jenny ab und setzt sich ohne ein weiteres Wort in Bewegung. Sie will nur noch weg von hier, zurück in die Sicherheit ihrer eigenen vier Wände. Die unbeschreibliche Angst in ihrem Inneren wird immer erdrückender. Schwer atmen schiebt sie sich an den anderen Besuchern vorbei ohne Rücksicht auf Verluste. Ihr ist mittlerweile egal, ob sie jemanden anrempelt oder versehentlich schubst. Woher diese surreale Panik kommt, die in ihrem Inneren tobt, kann sie sich selbst nicht genau erklären. Natürlich trägt diese schreckliche Vorhersage eine Mitschuld an dem ganzen Dilemma, aber da ist noch etwas anderes. Ein nagendes Gefühl, ein Druck, der in ihrem Genick sitzt. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sie muss weg und das so schnell wie möglich. Die eisige Luft brennt schmerzhaft in ihren Lungenflügeln. Wo bin ich? fragt sie sich verzweifelt selbst. Jenny verlangsamt ihre Schritte, bis sie schließlich zum Stillstand kommt. Unsicher sieht sie sich um. Die Umgebung hat sich verändert. Alles wirkt schummriger und irgendwie düster. Die elektrischen Lichterketten sind Kerzen und Fackeln gewichen. Grob und altertümlich erscheint die hier angebotene Handwerkskunst, als würden die Haushaltswaren und Kleidungsstücke aus einer anderen Zeit stammen. Auch duftet es nicht mehr so gut. Es riecht nach verbranntem Holz und Asche. Langsam setzt Jenny sich wieder in Bewegung. Nur noch wenige Besucher kommen ihr entgegen. Sie passiert einen Stand, an dem handgeschnitzte Nussknacker angepriesen werden. Die Figuren sind in düsteren Farben bemalt. Sie tragen wild abstehendes Haar und tiefe buschige Augenbrauen. Die aufgemalten Gesichter blicken finster drein und es wirkt als würden sie Grimassen schneiden oder sogar die Zähne fletschen. Nase rümpfend wendet Jenny den Blick ab. Noch immer fehlt von Sabine und Felix jede Spur. Dafür beschleicht sie das Gefühl verfolgt zu werden. Immer wieder sieht sie sich hektisch um, während sie an den mittelalterlich wirkenden Ständen vorbeihuscht. Und dann entdeckt sie ihn. Seelenruhig steht er da, die Hände versteckt in den Taschen seines Kutschermantels. Nur wenige Meter trennen sie voneinander. Dieser Fremde ist das exakte Ebenbild der Wahrsagerpuppe. Doch diese Tatsache allein ist es nicht, was Jenny nun endgültig an ihrem Verstand zweifeln lässt. Es sind seine Augen. Sie glänzen in einem seelenlosen Schwarz. Dann lächelt jeder Mann zu. Zwischen verspitze Zähne zum Vorschein. Zunächst nicht dazu in der Lage, den Blick abzuwenden, geht Jenny einige Schritte rückwärts. Doch plötzlich stößt sie mit dem Rücken gegen etwas. Panisch dreht sie sich um. Hinter ihr hat sich eine Reihe gebildet. Gesichtslose Körper, die eine undurchdringliche Mauer bilden. Von Sekunde zu Sekunde scheinen es mehr zu werden und sie kommen ihr immer näher. Kesseln sie förmlich ein. Ein Schrei laut und schrill dringt aus Jennys Kehle. Ihr Fluchtreflex setzt ein. Sie schließt die Augen, kneift sie so fest zusammen, dass es beinahe wehtut und dann rennt sie los. Sie läuft ohne einmal nach vorne zu sehen oder sich umzublicken. Und dann geht alles ganz schnell. Sie spürt einen Stoß in ihrem Rücken, woraufhin sie zu straucheln beginnt und schließlich das Gleichgewicht verliert. Der Aufprall auf dem Asphalt ist so schmerzhaft, dass sie für einen kurzen Augenblick die Luft wegbleibt. Als sie die Augen öffnet, wird sie vom Licht zweier herannahender Scheinwerfer geblendet. Kapitel 4 Was ein besinnlicher Ausflug auf dem Weihnachtsmarkt hätte sein sollen, endet für eine 21-Jährige tödlich. Die junge Frau stürzte aus noch unerfindlichen Gründen auf die Straße und wurde von einem Bus erfasst. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Ich stehe hier neben dem Leiter der Kriminalpolizei. Herr Wolf, können Sie schon etwas zum aktuellen Stand der Ermittlungen sagen? Solange die Ermittlungen laufen, können auch keine endgültigen Aussagen getroffen werden. Bis da scheint es sich um einen tragischen Unfall zu handeln. Wir haben aktuell keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden hindeuten. Herr Wolf, was sagen Sie zu den Verschwörungstheorien, die aktuell im Netz kursieren? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Auf diversen Internetseiten wird über eine Verbindung zwischen diesem Unfall und dem Mordfall Sandra Hellströmen diskutiert. In beiden Kriminalfällen seien Puppen desselben Herstellers im Spiel gewesen. Können Sie dazu etwas sagen? Gibt es diese Verbindung tatsächlich? Muss vielleicht sogar eventuell von einem Serientäter ausgegangen werden? Diese Panikmache hilft niemandem. Hören Sie auf, die Bevölkerung zu verunsichern. Der Fall Hellströmen hat nichts, aber auch rein gar nichts mit diesem tragischen Unfall zu tun. Herr Wolf, Ein Glöckchen klingelt verhalten, als das geschäftig wirkende Paar dem verstaubten Verkaufsraum des alten Ladengeschäfts betritt. Hallo? ruft die junge Frau mit dem aschblonden Haar und der großen Sonnenbrille auf der Nase. Ich bin so vorbei, Er klingt es dumpf aus der hintersten Ecke des Raumes. Das Geräusch umfallender Bücher ist zu hören und plötzlich schält sich aus einer schlecht beleuchteten Ecke die Gestalt eines groß gewachsenen Mannes. Auch wenn sein Gesicht nichts über sein fortgeschrittenes Alter verraten mag, so tut es aber doch sein bereits vollständig ergrautes Haar. Silbrig schimmert es im Schein der Deckenleuchten. Was kann ich für sie tun? Erkundigt sich der Ladeninhaber bei seinen Kunden. Der Anflug eines Lächelns liegt auf seinen Lippen. Xenia und Simon Albrecht wir sind hier um die Puppe abzuholen. Ich hatte angerufen. Antwortet die Frau im leicht schnippischen Tonfall. Ach ja, stimmt, die Wahrsagerpuppe. Ich stellen ihnen nur noch schnell die Quitter aus, dann gehen wir gemeinsam nach hinten ins Lager. Dort können sie einen letzten Kontrollblick auf das gute Stück werfen. Anschließend dürfen sie die Puppe verladen. Er erwidert Herr Papier zu schreiben. Sein Gesicht ist dabei in dem prunkvollen Spiegel zu sehen, der sich an der Wand hinter der Kasse befindet. Armin Marsch war ein begnadeter Puppenmacher und seiner Zeit weit voraus gewesen. Böse Zungen behaupteten damals, er hätte einen Pakt mit einem Dämon geschlossen, erklärt er nebenbei. Ja, wie auch immer, winkt Xenia Albrecht ab, ohne den Blick dabei von beachtet. Seine Augen sind schwarz wie die Nacht, kalt und leblos. Saja